Freischnauze Freigeist, Freischnauze Mit Tom Who Knows und Frank Stoner Jetzt geht's los Jawoll, und jetzt sind wir tatsächlich da hier live auf Radio Emergency und auf dem Livestream von Tom Who Knows auf YouTube und wieder probiere ich's hier rauszurufen. Vienna Calling, Tom, bist du heute Abend da? Finally, finally we made it. Oh damn, hab ich nicht zufrieden. Hey cool, was war denn jetzt schon wieder los? Weil wir haben ja wirklich, ich meine, wir hatten ja schon öfter technische Probleme und so, es ist wirklich Leute, es ist ja nicht nur, dass Tom und ich hier auf Skype miteinander so kommunizieren, das wäre ja simpel, sondern wir wollen das halt so machen, Ansprüche und wir haben mehrere Leute, die haben so ein Backup-Office, so einen eigenen Chatraum, wo dann Leute wie Dengel sind und so weiter und es ist immer so eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bringen, aber heute haben wir es echt so, so früh schon alles funktioniert, so um halb acht war doch schon alles perfekt und jetzt hat es wieder ausgesetzt, was war denn? In dem Fall war es einfach die Webcam, egal, wir lassen uns nicht bremsen, es funktioniert jetzt, es ist alles gut, wir sind online und können loslegen. Diesmal auch mit einem besseren Ton, letztes Mal war der Ton wieder nicht so prickelnd, aber wir nähern uns, vielleicht braucht es einfach zehn Wochen, bis wir das endlich draußen haben. Ja, gut, sich alles ein, aber schön, schön, dass du am Start bist, ja. Ja, wie sieht es aus bei dir, Tom, wie war deine Woche? Wir waren meine Woche, ja, viel, viel zu tun, viel, viel produziert, ich habe einem Erik-Van-Denning-Interview geschnitten, den ich getroffen habe vor ein paar Monaten mittlerweile schon, viel Homepage tun, Webshop, Vereinsgeschichten, wir haben am letzten Freitag so einen Community-Talk gehabt, wir haben einen Community-Talk gehabt in unserem Discord-Kanal, da sind circa 15 bis 20 Leute gekommen und wir haben uns da ausgetauscht und Feedback gesammelt, was wir anders machen können, was wir anders machen werden, die Video-Formate und so weiter und das werden wir kommenden Freitag auch wieder starten am 20 Uhr und jetzt geht es quasi weiter in die team-bildende Phase. Ja, was mich gerade irritiert hat, ich lese gerade so ein bisschen im Chat mit und irgendwie dein Sound passt überhaupt nicht so. Naja, das sollte jetzt sein, ich habe es geändert, ich hatte noch den Livestream im Hintergrund laufen mit dem Ton. Ah, okay, und dann gibt es wieder Delays und solche, das heißt ja irgendwelche technischen Begriffe, die man da lernt. Wir wohnen leider nicht zusammen, sonst setzen wir uns einfach gemütlich am Tisch hin, haben ein Mikrofon und die Sache ist geritzt, aber jetzt sollte es passen, oder gibt es mir mal ein kurzes Feedback, bitte. Wir müssen überdenken, wir haben 10 Sekunden Verzögerung am Livestream, aber jetzt sollte das hoffentlich endlich passen. Na gut, wir gehen einfach mal so rein. Wichtiger ist ja immer, obwohl uns auch die Form wichtig ist, aber wichtiger heißt ja immer, Inhalt geht vor Form. Da wo Substanz ist, bei anderen ist es andersrum. Ich meine, hier in der Plastikwelt ist es oft andersrum, da geht Form über Inhalt. Ja, ja, das ist so. Wie war deine Woche? Ja, angenehm. Hier, hier sehr schönes Wetter mittlerweile und angenehm, wunderbar. Aufregung steigt, wir werden ja demnächst das ASECAMP Radio Emergency Community Treffen, das ist nächstes Wochenende, also jetzt nicht dieses Wochenende, sondern am Wochenende darauf, das erste Septemberwoche und ja, die Vorfreude steigt hier, bei allen, die bei Radio Emergency irgendwie da was zu tun haben. Ich wäre so gerne dabei, ich wäre so gerne dabei, ich bin leider auf Urlaub, das ist halt schon lange geplant, ich wäre wirklich, ich wäre fix gekommen. Na, müsstest du auf jeden Fall berichten, wie es war, da will ich auf jeden Fall ein paar coole Storys hören. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, genau, ich will da auch gar nicht zu sehr vorgreifen, vielleicht werden wir auch ein paar Töne aufnehmen, was weiß ich, keine Ahnung, aber ey, das ist echt schon, letztes Jahr war es was ganz Besonderes für alle, die da waren und jetzt freuen wir uns auf dieses Jahr. Vor allem hoffe ich, dass das Wetter gut wird, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, das wird gut. Ja, es war dieser Sommer, es war so wie letztes Jahr, der ganze Sommer war mau und wenn es mal zwei Tage schön war, dann kommen gleich wieder die Hardcore-Gewitter so und knallen alles nieder. Hatte der Regen letztes Mal? Ne, letztes Mal war es wirklich traumhaft, das war auch Anfang September und es war richtig heiß und wir hatten wirklich Traum-Kaiserwetter und ich glaube, so ähnlich wird es wieder, vielleicht nicht ganz so heiß, aber halt schönes Wetter und das ist durchaus wichtig, weil wenn es da jetzt Dauerregen hat, dann ist das halt mit Zelten und so auch immer nervig und dann ist weniger Platz und so, wenn man dann immer alles unter das Dach bringen muss. Aber es wird werden, wir haben alle ein gutes Gefühl. Also sonst noch macht die Woche, was konntest du mitnehmen aus der Woche? Medial irgendwas mitbekommen? Was sind die neuen News der Woche? Was wurde uns vordiktiert, über was wir alles reden sollen? Ja, News der Woche, da können wir gleich vielleicht drauf kommen, aber lass mich noch vorher noch so eine kleine Geschichte aus dem echten Leben erzählen, die mich erheitert hat diese Woche. Ich war beim Kiosk meines Vertrauens und habe dort gesehen die neuesten Produkte, die es dort gibt. Und es gibt ja schon lange, also Kiosk, Kiosk, Schreibwarenhandel und so, da kennst du schon so einen kleinen Laden, eine Trafik, sagt man ganz bei dir. Eine Trafik, sagt man, ja, gut, Frank. Genau, eine Trafik und da verkaufen sie halt auch mal so Plunder für Schüler, zum Beispiel so Schülerkalender, Schülerplaner und so was. Hast du das schon mal gesehen bestimmt? Was ich jetzt das erste Mal gesehen habe, das erste Mal gesehen, es wird jetzt in Chemnitz wird jetzt auch ein Rentnerplaner verkauft. Damn. Ein Rentnerplaner. Okay. Für die alten Leute, weißt du, weil das Mitarbeiter, wo du alles planen kannst, wann du welche Fristen hast und so weiter. Und das finde ich wirklich interessant, weil ich hatte, weißt du Tom, ich habe öfter auch mal so Geschäftsideen. Ich habe wirklich grandiose Geschäftsideen. Ich bin aber selber kein Geschäftsmann, deswegen verwirklich die alle nicht. aber ich habe super Ideen, wo ich mir ganz sicher bin, ey Mann, wenn das jemand macht, weißt du, das wäre jetzt genau, was es braucht. Und ich habe mir das schon seit Jahren, denke ich mir das schon, dass gerade die Rentner so in so einem Kiosk, dass da viel mehr gehen würde. Also wenn du so schaust, was es für Rentner so für Printmedien gibt, Zeitungen und so Zeug, das ist ja wirklich unter aller Sau. Also echt eine Frechheit. Ich kenne es noch von frühen wie so die Gabriele oder irgendwie so Rentner, Klatsch und Tratsch, wo es nur eigentlich um Schlagerstars hauptsächlich geht. Ja, also wenn du Rentner bist, dann musst du auch damit rechnen, dass du als Zielgruppe wirklich verblödet gehst. Also es ist echt unterstes Niveau und wie aus, ob man zu irgendwelchen Kretins spricht, was natürlich einfach nicht so ist, weil es gibt definitiv viele Rentner, die auch geistig irgendwie normal sind oder irgendwie wach geblieben sind. Und dann denke ich mir schon lange, Mann ey, da könnte man echt was anders machen. Man könnte zum Beispiel und ich haus es einfach raus. Hier für euch. Vielleicht ist da draußen jemand, der da die unternehmerische Energie hat, sowas umzusetzen. Könnt ihr machen. Oder die Rentner unter euch, die das dann machen sollen. Oder lesen. Ja, meinetwegen auch die Rentner, ganz genau. Was ich mir zum Beispiel gedacht habe, was super gehen würde, wären sowas wie zum Beispiel Ausmalheftchen für Rentner. Ja, ja, Ausmalheftchen. Ich meine, so Zeug gibt es ja. Es gibt es auch, früher gab es das nur für Kinder. Dann gab es das irgendwann, es gibt es schon eine ganze Weile für Wachsene, weißt du, so Mandalas ausmalen, so in Ruhe machen. Ja, Malen nach Zahlen sind wir was anderes, aber ich meine, so ein Ausmalheft, also da gibt es welche, so Mandalas zum Beispiel, kennst du sowas? Ja, 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 ja. Mandala, weißt du, so indisches. Wo du ausmalen kannst und diese ganzen geometrischen Dinge kenne ich. Genau, und sowas, so diese Idee, Ausmalhefte, sowas müsste man für Rentner machen. Weißt du, was die interessiert? Irgendwie schöne Landschaft mit Röhren und Hirsch oder sowas? Haha, gleich volles Klischee reingedrückt. Ne, aber halt sowas in der Art, weißt du, also so Ausmalhefte oder generell halt einfach Produkte für Rentner kreieren, weil es gibt unglaublich viele Rentner und hier in Chemnitz noch mehr als anderswo. Tatsächlich gab es vor ein, zwei Jahren, gab es so eine Studie, Europäische Union und die waren sich in Chemnitz alle ganz stolz drauf. Haben sie so von ganz Europa, haben sie alle Städte so abgecheckt, welche Stadt ist am günstigsten für Rentner. Und da war Chemnitz, Chemnitz ist die Top-Stadt in Europa, Tonnen für Rentner. Ja, das ist die beste Stadt. Ja, genau. Und wir haben auch tatsächlich eine relativ hohe Rentnerquote, also höher als in jeder anderen Stadt, glaube ich mal. Und das ist nicht nur Ostdeutschland, sondern deutschlandweit und vielleicht europaweit. Und deswegen ist das eh hier ein Thema in der Stadt, weißt du, dann haben wir ja gedacht, Mensch, für die Rentner, da könnte man, wenn du die als Zielgruppe siehst, wenn du Produkte machst für die, das würde super gehen, was macht bisher keiner oder die, die es machen, machen das so lieblos und denken sich, rechte Rentner sind die letzten. Aber weißt du, es ist auch was Größeres dahinter, ich meine, weil, das Alter, weißt du, wir sollten das Alter nicht vergessen. Wir sollten eigentlich mit den, die die Rentner nicht so verblöden, abschieben, irgendwie Seniorenheim, weißt du, sondern es ist schade, weil, wenn wir Menschen als Einheit leben würden, dann würden wir sehen, auch die ganz alten Leute, die haben eine wichtige Rolle, so, weißt du, aber so sind die halt auch abgeschoben in Institutionen und werden dort blöd gehalten auch. Und ja, das ist ein größeres Thema, so halt Rentner ist auch so was, die irgendwie außerhalb sind, also und an so einem Beispiel wie am Zeitungskiob spiegelt sich sowas. Aber jetzt gibt es halt den Rentnerplaner in Chemnitz, sehr cool. Naja, es gibt, was ich so schade gefunden habe, wie meine Großmutter damals ins Altersheim gekommen ist, gesundheitsbedingt und weil das schon sehr vergesslich wurde, da habe ich mich halt umgeschaut, das erste Mal so im Altersheim, und habe so beobachtet, wie die alten Leute miteinander kommunizieren und manche halt gebrechlicher, manche fitter, manche, die sich halt komplett auftackeln und schminken und schick anziehen jeden Tag, wenn sie zum Essen gehen, so auf Häschenjagd quasi, gibt es alles dort. Nur das Problem ist halt auch, die Leben sind halt auch in ihrer eigenen Bubble und so weiter. Sie hatten zwar dort Computer mit Internetanschluss und so weiter, aber sage ich mal, wenn ich an Rentner denke oder so an alte Personen, denke ich immer so Oma-Opa-Style, so richtig so 80 rum, 80, 90. Aber wenn es jetzt geht, ist die Rentner, die halt jetzt so gerade in Rente gehen, das sind quasi unsere Eltern so um den Dreh rum. Oder knapp davor oder kurz danach, da ist nicht so viel rum. Und das ist eigentlich schon so eine ein Drittel IT-Generation auch. Deswegen siehst du ja auch an den ganzen Statistiken, dass die Rentner, dass halt Leute über 60, dass sie vermehrt auch ins Internet gehen und auch schon dieses Internet verstehen und halt Computer besser verstehen. Also die treibt es auch alle ins Netz mittlerweile, diese Rentner. Ja, zu Recht. Das ist ja eben auch einfach ein Vorurteil. Mein Gut, viele Rentner, ich sehe es auch bei meinem Vater, so, den bekommst du nicht mehr ins Internet. Der hat auch so ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Internet. Alles helllos. Was gar nicht so schlecht ist, ne? Ja, was gar nicht so schlecht ist, aber andererseits auch, hält ihm halt in so einem alten Weltbild auch drin. Das ist ja auch durchaus tragisch. Aber generell ist es halt echt so, die alten Leute, da ist auch ein großer Schatz, der irgendwie halt verborgen liegt. Früher hast du halt von den alten Leuten hast du noch irgendwas gehört, hast du Geschichten gehört. Ob es jetzt einfach nur die Märchen sind für die Kinder, aber eben auch einfach Geschichten von früher, weißt du, die irgendwo uns heutigen Menschen auch wieder so eine Verbindung geben zu dem, was früher war. Dass wir halt erkennen, hey, wir sind so eine Linie, da waren schon Leute vor, in deiner Familie, was hat der Opa gemacht, was hat er erlebt und so. Und das ist halt auch so ein Potenzial, was wir heute überhaupt nicht mehr haben. Aber in der Tat, das verändert sich ein bisschen. Hier bei uns sieht man es noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier ist echt noch Chemnitz-Rentner, das ist wirklich noch voll Klischee. Aber in Südeuropa zum Beispiel, wenn du so nach Griechenland fährst oder so, da gibt es schon einen Haufen Rentner, so aus Nordeuropa, einen Haufen Engländer, aber auch Deutsche, das ist schon so die 68er-Generation, die in Rente geht. Und die sind anders, das sind Rug'n'Roller, die da in Rente gehen. Ja, es ist wirklich so. Also gerade bei den Engländern, da sind echt Leute so, die Rente und so, und der verbringt halt seine Rente nicht irgendwo in Birmingham, in dem miesen Wetter, sondern halt in Portugal oder Greta oder so. Und die lassen sich da gut gehen, weißt du, Rug'n'Roll und Drinks und coole Klamotten und mit dem Motorrad ein bisschen rumfahren und so. Also da ändert sich schon was. Und das ist auch so ein Ding, was ich mir schon dauernd denke, ey, also auch wenn du alt bist, auch wenn du alt bist, kannst du doch eigentlich noch richtig cool sein. Aber bei uns, ich weiß nicht, das ist echt auch so, ganz viele Rentner, die verdummen sich auch selbst, das muss man auch sagen, weißt du, die beschneiden sich total. Ja, weil du irgendwie keine, also was ich gemerkt habe bei der Großmutter, es bilden sich halt dort auch, es ist halt wie, wie in der Schule in solchen, so wie ich das mitkriegt habe, in diesen Altersheimen, weil dort bilden sich halt so Gruppen, da gehen immer die mit denen essen, da bilden sich wie so, so Hierarchien auch und die tauschen sich auch nicht so aus, viele, viele Menschen reden nicht gerne über ihre Probleme und so, du hast nicht irgendwie, du hattest zwar dort so Aktivitäten, sag ich mal, so team-bildenden Maßnahmen, jetzt mal, wo halt die Menschen, sag ich mal, sprechen und gemeinsam musizieren oder solche Dinge, und die meisten Leute haben quasi sich schon abgeschrieben oder viele da drin, die sitzen halt nur mehr rum und warten und da ist halt Stillstand und auch meine Großmutter irgendwie hatte am Anfang so den Eindruck so, ja ich gehe ins Altersheim und es ist vorbei, das ist so quasi die Abschieber, die Reservebank oder die, wo dann nichts mehr passiert, aber irgendwie genau dort hast du dann halt die Möglichkeit und auch noch die, die medizinische Betreuung und so, dass du halt noch weiter Dinge machen kannst und die, ich weiß nicht, die alten, alten Leute mittlerweile oder viele davon, du kannst das ja nicht pauschalisieren, aber ich kenne halt viele, die sich halt dann selbst irgendwie so aufgeben und dann, ich habe auch mit meiner Großmutter gesprochen, auch mit meiner Mutter und so vielen Sachen, ja das muss halt die neue Generation, die Generation nach uns dann in die Hand nehmen und die vergessen aber alle, dass wie viel Prozent, sag ich mal, der Bevölkerung oder so sind jetzt da schon im Pensionsalter oder das ist ein riesiger Prozentanteil, ist das ein Drittel, ich weiß es jetzt nicht genau, aber es ist eine riesige Masse und ein riesiger Markt, sag ich einmal, der, ja, überhaupt nicht angesprochen wird und, weiß nicht, das, solche Ideen glaube ich schon, dass sie funktionieren, jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt auch mit Malheften oder so, da auch ein paar, aber so, dass man generell sich mehr fokussiert auf unsere Älteren, weil, es ist so schade, weil im Endeffekt die ganzen alten Leute werden in irgendwelchen Heimen gesteckt mittlerweile, ich weiß nicht, du das wusstest, ich glaube es ist in Österreich, ein Altersheim testet sogar schon eine künstliche Intelligenz, einen Roboter, der mit den älteren Leuten dann spricht, damit die jemanden zum Reden haben. Ha, das ist immer wieder bei der künstlichen Intelligenz angekommen. Ja, aber das ist halt, das setzt den alten Leuten irgendeinen Tamagotchi hin, damit sie sich mit dem Computer unterhalten können, weil es kommt keiner und hört ihnen zu. Sehr gut Tom, ganz genau so ist es, Tamagotchi für Rentner, aber du siehst, du hast auch diese Geschäftsideen, hier Tamagotchi für Rentner, passt auf Leute, macht sowas, werdet reich und wenn ihr dann reich seid, könnt ihr an uns denken und vielleicht so eine kleine Spende hinterlassen bei uns, wenn ihr mit der Idee reich werdet. Oder wir machen einfach eine große App, wo es nur zwei große Knöpfe gibt, einen grünen, einen roten, der grüne ist, man hört uns, der rote ist, man hört uns nicht. Das hat vielleicht meine Großmutter dann zusammenbracht noch. Aber es ist halt tatsächlich so, die Rentner werden ausgeklammert, werden institutionalisiert, in irgendwelche Heime gesteckt, aber es ist auch die, aber viele alte Leute, wie du es auch selber gesagt hast, die geben sich auch selber auf und das finde ich so tragisch. Ich meine, wenn ich hier in Chemnitz über den Schlüpfermarkt gehe, den nennen die Chemnitzer so. Wie Chemnitz nennt man das, den Schlüpfermarkt, das ist so der Wochenmarkt in Chemnitz. Und ich sage, Chemnitz ist Rentnerstadt, der Wochenmarkt ist der Schlüpfermarkt, weil da halt auch so, weißt du, da werden auch so an manchen Ständen so Liebestöter verkauft, also so Unterwäsche, wirklich hardcore. Und deswegen nennt man die Chemnitzer das den Schlüpfermarkt. Und wenn du da drüber läufst, auf den Markt, dann, wenn ich mir da die Rentner anschaue, das sind fast alle, es sind irgendwie gleich, die haben alle die gleichen Klamotten an, nämlich alle farblos, weißt du, also ich weiß nicht, warum hat man als Rentner so farblose Klamotten an, warum kannst du nicht was Cooles anziehen? Warum muss man da in so Pastellfarben rumrennen? Und dann die Frauen auch, alle, also fast alle wirklich, die man sieht, haben kurze Haare, warum schneiden die sich nicht die Haare? Weißt du, in anderen Ländern, in Indien zum Beispiel, da siehst du auch eine alte Frau, boah, halt mit langen Haaren und das schaut so cool aus, weißt du, ey, lange, schneeweiße Haare, wenn ich so einer Frau begegne, da verbeuge ich mich gleich davor, so hey, wow, Respekt, weißt du, und warum, ich meine, klar musst du als alte Frau jetzt nicht mehr sexy aussehen, aber doch diese Würde, weißt du, warum ist die nicht da? Warum ziehen bei uns die Leute komplett ihre Energie zurück, nur noch so farblose, da ist nichts Farbiges, das ist nicht grün, sondern grünlich, oder so, selbst manche färben sich die Haare auch so in ganz bizarren Farbtönen, und warum ist das so? Warum kann man nicht im Alter auch irgendwie dann immer noch sich selbst sein und so halt, ich weiß nicht, ganz ehrlich, Tom, wie siehst du dich im Alter? Also wenn du, so 65 bis 70, glaubst du, du rennst dann auch so halt wie alle alten Opas rum mit irgendwelchen so komischen Klamotten auch und so? Auf jeden Fall nicht mit langen Haaren, das kann ich da garantieren. Ha, naja gut, oder wer weiß, wer weiß, wer weiß, vielleicht kommt das noch im Alter dann, dass irgendwelche Gene dann oder irgendwie den Arschtränge umschlagen. Ich habe keine Ahnung, lass mich drüber nachdenken, kurz, wie sehe ich mich? Ja, ich sehe mich eigentlich nicht viel anders wie jetzt, ehrlich gesagt, so einfach der Geist, Frau Schnauze, der ewige Weltverbesserer und Versuch irgendwie, Leute zu erreichen. Ich werde wahrscheinlich der sein, der im Altersheim sitzt und irgendwie auf der Bühne sitzt und uns Geschichten erzählt. Ich meine, man muss immer unterscheiden zwischen Rentner und halt so Altersheim-Dingern. Ich weiß, ist Rentner gleich Altersheim schon oder ist Rentner einfach pensioniert und eben nicht mehr arbeiten zu Hause? Ja, letzteres, also Rentner ist nicht gleich Altersheim, sondern Rentner ist erstmal, dass du nicht mehr im Arbeitsleben bist. Okay, also ich habe jetzt hauptsächlich von denen gesprochen, die altersbedingt schon in Altersheim sind. So Rentner selbst, sage ich einmal, ich würde genau dasselbe, glaube ich, machen. Ich würde die Zeit da investieren in diesen Dingen wahrscheinlich noch intensiver als zuvor, weil ich dann, ja, hat man mehr Zeit. Ich finde es immer interessant, weil aus meinem Umfeld, meine Eltern und auch die Freunde meiner Eltern und so dieser ganze Kreis, sage ich jetzt mal, sind alle schon pensioniert oder so gut wie fast alle und haben eigentlich extrem viel Stress. Die haben einen sehr hohen, sind sehr gestresst, sehr hohen Stresspegel am Anfang noch so, ich weiß ja gar nicht, was ich mit meiner vielen Zeit anfangen soll, so quasi, was soll ich dann tun? Aber sie sind dennoch extrem gestresst und halt nicht wirklich ausgeglichen. Das ist das, was ich merke. Es mag verschiedene Gründe haben, aber irgendwie, sage ich mal, so, ich habe jetzt da keinen, ich habe jetzt nicht mehr diese Lebensaufgabe, dass ich jetzt arbeiten gehe und sage ich mal, das tue, was halt der Job irgendwie sagt, sondern, ja, man könnte meinen, das wäre genug Zeit, damit sie es mehr zu sich selbst finden und halt über vieles nachdenken und sich mental und innerlich halt stärken und halt voll auf sich konzentrieren. Aber irgendwie funktioniert das nicht bei vielen. Zumindest die, die ich kenne. Weißt du, was ich mir lacht? Ja, das ist wieder diese Frage der Identität. Mit was identifizierst du dich? Und zwar nicht erst, wenn du alt bist, sondern eben dein Leben lang und identifizierst du dich nur mit deiner Arbeit, dann, wenn das wegbricht, dann hast du halt nichts mehr. Und das hat tatsächlich mein Eindruck, also jetzt, das ist in Chemnitz das ist besonders, weil es halt auch eine Arbeiterstadt ist. Leute, weißt du, die haben alle hart gearbeitet. Ich möchte auch keines weiß rüberkommen, als ob ich hier die Rentner bash. Das sind auch unsere Brüder und Schwestern, so die Alten. Und ich weiß, die haben ja hier früher Karl-Marx-Stadt, Industriestadt, das sind alles Leute, die haben halt gearbeitet ihr Leben lang. Aber, aber das ist halt, ja, das ist halt so wichtig im Leben, weißt du, dass du sich selbst erkennen und irgendwo deine Natur entdecken und wer du bist und das auch irgendwie ausleben und ausprägen. Das ist ein stetiger Prozess dein ganzes Leben lang, weißt du, so ein Prozess von Reife, wo du immer mehr entdeckst. Und das ist halt, wenn du aber nur den Job dann, weil du auch keine andere Zeit oder Muße hattest und dann nichts entdeckt hast, dann kannst du halt auch nichts ausdrücken. Aber bei mir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das Rentenalter erreichen werde, aber sollte es dem so sein, da ist es nichts, wovor ich mich fürchte, sondern dann eher denke, boah, ich glaube, ich werde eine richtig coole alte Socke sein, weißt du. Aha, das ist ja jetzt schon, da soll sich viel ändern. Warum soll sich viel ändern? Sollst du dann gefrustet sein und halt nicht mit deinem Leben und deinem Erlebten klarkommen? Ich glaube, das ist eins, na gut, da bin ich wieder im Altesheim, da sehe ich dann immer so, so schon ältere, sag ich mal 80, 80 plus, habe ich die Oma zu sehr im Kopf. Nein, vergiss es. Ganz ehrlich, das ist auch so ein Ding, da sehe ich mich gar nicht. Ich glaube, so ein Altersheim, das wird nicht meins sein. Meins auch nicht. Ich meine, wenn es gesundheitlich nicht anders geht, ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man auch im hohen Alter halt seinen Freundeskreis und den sozialen Kontakt pflegt. Den sozialen Kontakt, weil das ist das, was ich halt so erkannt habe, bei den Großeltern und so weiter, dass es je kränklicher, je schwieriger, je anstrengungsvoller es wurde, dass man irgendwie von A nach B kommt, sei es mit der U-Bahn, wir sind da in Wien, haben ja eh das glückslos, weil alles mit U-Bahn öffentlichen Verkehrsmitteln super zu erreichen ist. Aber einfach diese Anstrengung, die stiegen oder dort hinzufahren und so weiter, da bleiben die Leute lieber daheim sitzen. Und teilweise ist es auch ein finanzielles Problem, weil die Pension nicht so hoch ist und natürlich, wir wissen ja, die ganzen Preise rund um Atom, diese Mittelstandspreise, Milch und Butter und das ganze Ding, in die Höhe geht. Ich glaube, sie haben es teilweise schwerer wie wir. Ja, das ist jetzt auch echt so ein durchaus schwieriges und kontroverses Thema. Aber jetzt mal so, mal so einen Raum werfen, bei Naturvölkern, da ist es ja so gewesen, gewesen, weil es gibt es halt heute so gut wie keine mehr, aber beispielsweise bei den Indianern und ich denke, gerade weil die auch nomadisch sind, da war es halt so, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und einfach nicht mehr, echt nicht mehr mitmachen konntest, dann war es halt Zeit zu gehen, weißt du. Also da gab es dann nicht noch fünf oder zehn Jahre Pflege, sondern dann wusstest du, okay, das ist jetzt mein letzter Sommer und den nächsten Winter mache ich nicht mehr mit. Und dann hast du dich halt dann ausgeklinkt aus dem Stamm, hast dich verabschiedet und bist halt gegangen und hast so den Tod dann halt gesucht und auch gefunden. Und ganz ehrlich, das ist natürlich schwierig, das aus unserer jetzigen Position zu sagen, aber so da, wo ich jetzt stehe, so wie ich das jetzt einschätze, glaube ich, wird das auch eher mein Weg sein. Also ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, weiß ich, dass es dann halt für mich hier auf der Erde das war und dann will ich dann auch nicht mehr dann noch fünf Jahre irgendwo gepflegt werden oder sowas. Also ich weiß nicht, wenn es durch ist, ist es durch, weißt du? Aber was willst du dann machen, wenn du einfach noch nicht gehen kannst, weil halt dein Körper, weil du noch, sag ich mal, so halbwegs fit bist, dass es noch unter Schmerzen und mit Gedächtnisverlust und so weiter geht, kannst du nicht das frei tot nehmen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Genau, das ist natürlich eine gute Frage. Schafft man rechtzeitig den Absprung? Weil wenn du irgendwann dann schon zu sehr frack bist, dann hast du auch nicht mehr die Freiheit, eben das zu machen. Also es gibt irgendwo so einen Zeitpunkt, wo du rechtzeitig sagen musst, weißt du, jetzt klinke ich mich aus, ich spüre es in mir drin, ich habe es hinter mir, das taugt mir jetzt nicht mehr so. Ich meine, ich habe bei mir immer noch im Hinterkopf so die Vision, aber es ist wirklich nur eine Möglichkeit, weil wer weiß, wie es in Zukunft ist. Aber ich habe immer noch so im Hinterkopf, wenn ich hier mal in Deutschland mit allem durch bin, also wenn ich noch keinen Bock habe, so mehr Radio zu machen und solche Sachen, also halt das, was sozusagen mein Berufsleben ist, wenn das mal durch ist und so. Es kann sein, dass dann echt irgendwann ich sage, okay, ich habe mein Ding hier gemacht und jetzt die letzten Jahre, die ich habe, ziehe ich mich zurück und gehe dann irgendwo anders hin und bin dann einfach Sadhu oder so. Zum Beispiel nach Indien, und dann einfach alles weg, Pass wegwerfen und noch ein paar Jahre halt so da sein. Und da ist es dann eben nicht mehr so, weißt du, dass dann großartig diese Mechanismen greifen, wie halt bei uns, sondern wenn du dann halt alt bist, dann, ja, das ist halt simple life dann. Man weiß halt nicht, ich meine, ich muss mal vorspulen, wenn wir, sage ich mal, in dieser Periode sind oder in dieser Zeit, in dem Alter sind, da wird es, ich weiß, wir gehen ja von dem Jetzt-Stand aus, du projizierst deine Zukunft anhand der Information, die wir halt jetzt haben. Nur wir wissen halt nicht auch, wie so gerade Technologie und so, die Fortschritte, was in fünf Jahren ist, oder das ist extrem schwer zu predikten, weil es kann so schnell generell das ganze Gefüge da irgendwie sich verändern, jetzt muss ich zusammenbrechen, jetzt im Negativen, sondern einfach, es kann da so viele Dinge kommen, was ist, wenn sie, wir sind mit der Genetik und so weiter schon so weit, dass sie wahrscheinlich jetzt schon die Möglichkeit lange haben, dass halt Menschen älter werden, beziehungsweise Krankheiten zu entfernen und so weiter. Natürlich gibt es da wieder die anderen, die das dann verwenden, um alle umzuprogrammieren und halt ihre Mainstream-Rasse zu gründen, das lasse ich jetzt einmal, will ich jetzt gar nicht ansprechen, aber das grundsätzliche Potenzial, glaube ich, ist da, oder wird da sein. Ich glaube nicht mehr, dass wir sehr lange warten müssen, damit wir wirklich die Möglichkeit haben, sage ich einmal, körperlich uns wirklich, wirklich auf das Maximum zu bringen, in Kombination mit der ganzen alten Vergiftungskacke, die da gesprüht wird, gegessen wird und so weiter, das auch wegzulassen. Also ich meine, Kombination. Da bin ich ganz ehrlich skeptisch, Tom, weil wenn ich mir das so anschaue, also Stand heute, ist die Lebenserwartung jetzt in westlichen Ländern und jetzt erstmal davon können wir nur ausgehen, ist kein Deut anders als vor 20 Jahren. Also die Leute werden jetzt nicht älter als vor 20 Jahren. Und vor 20 Jahren hieß es auch schon so, boah, da war dieser große Hype in den 90ern, wie hieß der nochmal, dieser eine amerikanische Arzt und Unternehmer, das ist das Gleiche dann dort, der da so dieses große Human-Genom-Projekt hatte. Ah, wir haben den menschlichen Gencode auseinandergenommen und ab jetzt können wir dann alle Krankheiten heilen. Das war ein riesen Hype damals, es gingen doch alle Medien und so in den 90er Jahren war es 20 Jahre her und wenig später hat man nichts mehr davon gehört. Weil sie haben meinetwegen den Code geknackt, aber was heißt das schon? Nur um festzustellen, wie wow, das ganze Ding ist noch komplizierter, wir verstehen nichts von dieser Genetik, wie die untereinander wechselwirken und das ist eben nicht so einfach, das ist halt auch wieder dieses materialistische Weltbild zu meinen, der Mensch ist so, das sind halt irgendwelche Teilchen, letztens wie ein großer Lego-Kasten, das ist so zusammengebaut und wenn du es mal verstehst, kannst du es nachbauen. Nein, kannst du eben nicht. Das ist das, weil in der Genetik da alles miteinander in Wechselwirkung steht und damals hat man auch schon gesagt, jetzt sind wir ganz nah dran, ganz gleich können wir Krebs heilen und ich meine, in den letzten 20 Jahren, also da gab es null Fortschritt. Wo die Medizin super große Fortschritte gemacht hat, zweifellos, das ist in so Bereichen wie Chirurgie, da ist natürlich ganz andere Dinge möglich, also auch bei schweren Sachen und auch lebensrettend, also sowas wie Hirntumore, da gibt es welche, die man operativ entfernen kann, da leben die Leute noch 20 Jahre und also das ist, solche Dinge gehen schon, aber jetzt haben wir wirklich Krankheiten heilen, ganz ehrlich, da ist mein Eindruck, da ist die Medizin, also die Schulmedizin, keinen Schritt weiter gekommen und ich glaube, das liegt auch daran, weil sie eben genau auf diese falschen materialistischen Dinger setzen, halt ständig nur mit Genetik, aber da tut sich nichts. Ich glaube, Krankheiten heilen, da könnte man in einer anderen Richtung, wenn man forscht, was auch Leute machen, im Bereich Alternativmedizin, könnte man viel, viel weiter kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist halt auch einfach, ganz ehrlich, diese Sache mit Ohren in Schweine und diese ganzen chimären Dinge, also die Vermischung von verschiedenen Lebewesen, sagen, Tom, das ist der falsche Weg, das ist der falsche Weg und das ist auch letztendlich, das ist auch so sinnlos aus meiner Sicht, das ist eben genau das, die Leute, die das machen, die da irgendwie, wir müssen das ewige Leben schon fast finden, also dieser Wahnsinn, das ist ja letzten Endes nur die Angst vorm Loslassen, nur die Angst vorm Tod. Ah, Lirlo, wenn halt die Zeit vorbei ist, alles gut, alles gut, ich habe den Push-to-Talk-Button nicht gehabt, es soll funktionieren, ich weiß, ich weiß, ich weiß warum, weil ich habe auf dem YouTube-Stream, ich habe mich vergessen zu entmuten und war so im Gespräch vertieft. Alles klar, wir hatten ja kein, das technische Ding noch, ja, aber was ist es auch letztendlich, ey, irgendwann ist halt für jeden Menschen die Zeit gekommen und das, davor wegzulaufen, das ist wieder so dieses Phänomen von dem modernen Menschen, von dem Frankenstein-Menschen, von dem Faust-Menschen, wenn du willst, man rennt halt weg. Nein, das akzeptiere ich nicht, es ist meine Zeit vorbei, da züchte ich mir lieber noch ein Schweinsohr ran oder sowas, also jetzt irgendein Organ bei dem, man tauscht das aus, aber ich meine, vor was will man denn da weglaufen, weißt du? Ich meine, das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weißt du? Wenn die Zeit, ich sage nicht, dass man nicht, Heilung ist immer gut, wenn eine Krankheit ist oder Verletzungen, dann soll man Heilung in Anspruch nehmen, das ist klar, aber irgendwann, weißt du, irgendwann ist mal der Punkt, wo dein Ding halt durch ist im Leben so und wenn du halt mit dir selber in Verbindung stehst, dann weißt du das auch, ey, das ist jetzt, was ich in diesem Leben machen wollte, erreichen wollte, habe ich gemacht, vielleicht habe ich nicht alles erreicht, aber halt, weißt du, wo du halt einfach so ein inneres Gefühl hast, okay, mein Ding, meine Uhr ist jetzt durch, aber Leute, die sich selber überhaupt nicht kennen, die nur meinen, es geht um den Körper, ja, danach hier rumdoktern und da noch, aber das ist schon der völlig falsche Ansatz, aus meiner Sicht, das ist halt letztens die Angst vor dem Tod und die Leute, die die meiste Angst vor dem Tod haben, das sind auch genau die Leute, die am wenigsten verstehen zu leben und das ist genau das, das ist eben dieses Frankenstein-Illuminaten-Ding, sie wissen nicht zu leben. Hast du Angst vor dem Tod? Nee. Nee, echt nicht, also ich war auch, ich meine, das heißt nicht, dass ich jetzt völlig Angst habe, dass ich war, ja, ich war auch schon einmal, ich war schon mehrmals so, hab den Tod schon ein paar Mal ins Auge geschaut, im kosmischen Tiger, das kann ich dir sagen und es ist jetzt nicht so, dass ich da, ich hab vor nichts Angst oder so, natürlich hab ich Furcht oder so, wenn ich zu einem anderen Auto komme oder so, ich hab auch Angst, ich hab auch Angst vor großen Schmerzen oder vor so einem Sichtum, das ist jetzt auch nicht unbedingt, wo ich sage, na höre, ist mir wurscht, vor sowas schon, ja klar, aber jetzt der Tod, also ich war da echt schon mehrmals nah dran und ich weiß im tiefsten hin, wenn meine Zeit gekommen ist, die ich nicht weiß wann, ich weiß es nicht, vielleicht werde ich 80, vielleicht ist heute Nacht vorbei, wer weiß das schon, aber wenn es gekommen ist, glaube ich, habe ich keine Sorgen loszulassen. Erzähl mir mehr von deiner Erfahrung. Ich bin ja der alte Nachhacker. You can't touch me, baby, you can't touch me. Bin ich wieder in die Falle getappt, ich wollte den Satz noch zurücknehmen, hast du mich schon im Haken hier. Ja, das ist ja das, ob ich dich das jetzt im Privatgespräch frage oder jetzt, macht ja keinen Unterschied, wir sind ja unter uns. Naja, ich hatte schon, tatsächlich schon, mehrere Situationen in meinem Leben. So Nahtoderfahrungstechnisch oder in welche Richtung ging es da? Nein, Nahtod nicht, weil das wäre dann wirklich auch was Medizinisches. Also ich hatte nie einen medizinischen Notfall, weder Krankheit noch Unfall, aber es gab halt so mehrere Situationen im Leben, die wirklich, ja, wo es gefährlich war, wo es ganz knapp war. Es waren wirklich mehr, ich weiß gar nicht, welche ich da zum Besten geben soll. Ich habe hier auf Radio Merchantsy schon mal die Story mit der Kokosnuss erzählt, die wirklich, also echt eine meiner Lieblingsgeschichten im Leben ist. Erzähl, ich kenne die Story nicht. Kokosnuss? Kann man doch mal erzählen, weil es ist wirklich, es ist eine wahre Geschichte. Es ist kein Bullshit, ich habe das genau so, wie ich es erzähle, habe ich es erlebt. und es ist eine krasse Geschichte. Es war in Indien und in Indien waren wir auch mal auf einem Rainbow-Treffen und das sind einfach, wo Leute so in der Wildnis zusammenkommen, ohne Strom und ohne Geld und halt einfach so zusammenleben. Und wir haben uns da, das Rainbow in Indien, wo ich war, das war in Karnataka. Wir sehen schon, wir machen schon ein bisschen Geografie, wir sind schon auf dem Trip, kann man gleich mal gucken. Karnataka, wo ist das? Das ist der Staat südlich von Goa. Das ist also arabisches, arabischer Ozean, das war am Strand und traumhaft. Halt so ein Strand, wirklich wild, also keine Infrastruktur, kein, nichts dort. Ein Strand, vielleicht 200, 300 Meter lang, so eine kleine Bucht, links und rechts Felsen, der Strand, 30 Meter Sand tief und dann kam, kam dahinter so ein Palmenhain und dahinter kamen dann so Reisfelder, so von den Locals. Und an diesem Strand waren wir halt einen Monat lang und als ich da das erste Mal hingekommen habe, habe ich so überlegt, wo schlagen wir unsere Quartier auf? Halt ganz simpel, weißt du, du baust kein Zelt auf, das ist indientropisch, irgendwo ein Platz, wo du dich halt hinlegst und pennen. Und ich habe dann auch so gedacht, naja, ich check das mal in Richtung aus, okay, wo ist Osten, wo kommt die Sonne her morgens, damit man morgens ein bisschen Schatten hat. und habe mich dann da an diesem Palmenhain, also das war so eine Reihe von Palmen, die den Strand abgeschlossen haben, dort habe ich gedacht, da ist man schön im Schatten von den Palmen. Und während ich meinen Beutel so auf den Boden lege, kommt mir aber schon die Idee, ja, ich bin auch ein vorsichtiger Mensch, hey, warte mal, das sind Kokospallen und da oben sind die Kokosnüsse und du kannst also dich nicht hier wochenlang da drunter legen, wenn du in der Falllinie von den Kokosnüssen bist. Weil irgendwann fällst du eine Nuss runter, musst du dann denken. Habe ich auch dran gedacht und sehr, habe mir das genau angeschaut und ich habe mich unter der größten Palme niedergelegt, das war ein relativ großer Baum und habe das aber genau abgecheckt, okay, wie hoch ist die Falllinie und da gehe ich nochmal dann zwei Meter weg oder so und lege mich dann da hin und habe dann immer noch morgens genug Schatten. Und dann war es in der ersten oder zweiten Nacht, wo ich dort liege, mitten in der Nacht, ich bin eigentlich in so einer Art Traumwelt, bin aber auf einmal bewusst und ich bin nicht mehr in meinem Körper drin, sondern mein Bewusstsein ist da oben an dem Baum und 20 Meter über mir. Unten liegt der Frank und pennt und das Bewusstsein Frank oder was auch immer das ist, das Selbst, das ist da oben an dem Baum und beobachtet, was da passiert und dann, da löst sich, ich bin wirklich, ich bin da oben, ich bin Zeuge von dieser Szene so. Eine Kokosnuss löst sich vom Stamm. Das macht so ein sanftes, leises Geräusch, so ein leises Plopp, was ich immer noch im Kopf habe. Okay. Und das Ding ist, die fällt nach unten, fällt ungefähr einen halben Meter und fällt dann auf so einen Palmwedel drauf. Fällt auf den drauf und rollt dann auf dem Palmwedel nach außen, also weg vom Stamm. Ja. Sodass sie eben die Falllinie verändert hat und dann knallt das Ding irgendwann runter und Tom, ungelogen, das ist wirklich, das sind keine drei Zentimeter von meinem Gesicht weg, von meinem Kopf ist das Ding eingeschlagen im Boden. Bang! Also wirklich echt, direkt neben meinem Kopf, neben meinem Gesicht. Bang! Eine fette Kokosnuss, die hat schon recht ordentlich Gewicht aus der Höhe. Das Ding schlägt ein und jetzt kommt noch eine Kuriosität. Ich weiß, das klingt unglaubwürdig, aber ich weiß selber nicht, warum das so ist und ich habe das an den Moment auch gar nicht nachgeprüft, das ist mir auch eher im Nachhinein gekommen. Was ist diese Kokosnuss auch aufgeplatzt? Was eigentlich nie passiert. Ich weiß gar nicht, wie das passieren kann, aber es war so. Diese Kokosnuss platzt auf und die Kokosmilch spritzt mir so ins Gesicht und das ist der Moment, wo ich auch aufwache. Bang! Und ich wache auf, bin wieder voll in meinem Körper drin, kann mich aber sofort erinnern, dass ich gerade noch da oben am Baum war, sehe die Kokosnuss, habe diesen Kokosnuss, die Milch in meinem Gesicht und ey, weißt du, Kokosnussmilch ist auch so ein Symbol für Lebenskraft, weißt du, das ist eines der gesündesten Dinger, da ist extrem viel Sonne drin und so, das ist wirklich so eine ganz besondere Flüssigkeit, dieser Kokosnusssaft und den habe ich im Gesicht, der rinnt mir so runter und in meinen Mund rein und ich schmecke, ich habe diesen Geschmack drin und ich bin da auf einmal hellwach und über mir ist der tropische Sternenhimmel, einfach großartig und vor mir ist der Indische Ozean, so das ewige Rauschen der Wellen und ich bin da und die Kokosnuss neben mir und ich bin alive, das habe ich nicht getroffen und Tom sagt mir, von Lebenskraft ist da durch mich durchgegangen, dieses Ding, yeah, ich hätte am liebsten laut aufgeschrien, aber es waren ein Haufen Leute, die auch gepennt haben und ich habe mich so, yeah, so, I'm alive, weißt du, wow, ich bin Leben, so bang, hier, jetzt, weißt du, auf die Brust trommeln und so, wie so ein Gorilla, so in dem Style und das ist halt echt heftig und was soll ich da sagen, es ist genau so passiert, wie ich es euch erzähle und seitdem, das ist eine von diesen Erfahrungen, ich habe noch ein paar andere echt interessante Dinge da auch gehabt, aber, aber, das war die witzigste auch, weil, der Spirit spielt mit mir, weißt du, also, das ist so ein Ding, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, der Spirit oder mein höheres Selbst oder was auch immer, aber, ey, auf der Ebene, da passiert nichts zufällig, weil diese Kokosnuss, also, ich meine, weißt du, das war eine Lektion so, die kann auf deinem Gesicht landen oder die kann halt auch einen Zentimeter daneben landen und ich weiß, du steckst nicht drin, weil, shit happens, das kann heute Nacht passieren, weißt du, aber, dass du dir die Warnung gibst oder dass du es halt aus der Perspektive siehst oder halt einfach, warum dir das überhaupt gezeigt wird, es könnte passieren, zack, okay, ciao Frank, aber, dass du es auch noch gezeigt bekommst und dann auch noch so ironisch eigentlich mit der Milch und dass sie aufplatzt, das sind so diese Winks des Lebens, nenne ich so, keine Ahnung, du nennst das das Spirit Spiel, ne? Ja, der Spirit und das Leben ist aber das Geilche, weißt du, eben, eben, ich hab da auch was vorgestellt. Genau so ist es, Tom, und das ist was, weißt du, was soll ich da sagen, wenn ich sowas erlebt habe, dann, okay, dann ist, aus meiner Sicht, ist da kein Zufall, weißt du, das heißt nicht, dass ich vor allem geschützt bin oder sowas, das heißt, heute Nacht kann ein freaking Hubschrauber hier auf unser Haus stürzen, hey, so Zeug ist passiert, vor zwei Jahren ist in Glasgow, weil ich arbeite auch als DJ, ist in Glasgow in einem Club, am Abend, Samstagabend, da ist Party in so einem Club, wie wo ich arbeite, ist ein Polizeihubschrauber draufgestürzt, da sind Leute gestorben, ja, sowas kann passieren, die absurdesten Dinge können passieren, und ich bin jetzt nicht da so überheblich und meine, ich werde auch vor allem gefeit, was ich sage, ist, wenn es soweit ist, dann ist es soweit, weißt du, dann passt es, also da bin ich halt ganz fest davon, tief von überzeugt, und deswegen, Tom, wenn du mich fragst, habe ich Angst vor dem Tod, kann ich guten Herzens sagen, nee, weil wenn es soweit ist, weißt du, dann schlägt die Kokosnuss ein, oder wie auch immer, weißt du, ich habe mir dann auch noch gedacht, Mann, was für ein ironischer Tod, weißt du, man denkt immer, sterben, als Held sterben, dass du nach Valhalla kommst, und so, hot damn, was ist das für ein Ding, wenn du von der Kokosnuss erschlagen wirst, der Heldentod, wie kurios so, aber egal, wann und wie es sein wird, also ich bin davon überzeugt, das macht dann schon Sinn, weißt du, ich sehe das ähnlich, also es ist ähnlich, ich habe da auch so halt, meine eigenen Erfahrungen gemacht, die mich zu dem Punkt, den wir kommen haben lassen, bei mir waren Hauptdinger, diese Ayahuasca-Erfahrungen, oder Meditationserfahrungen, also wenn du das erste Mal, also wenn du das erste Mal, ich aus meinem Körper gestiegen bin, bei einer Meditation, nicht bewusst, ich wusste ja gar nicht, was da auf mich zukommt, einfach ging es plopp, ich bin nach hinten ausgestiegen, und habe mich in einer 360 Grad, ich hatte einen 360 Grad Blick, nicht so wie jetzt, wenn du die Augen eröffnest, und habe mich selbst am Meditieren gesehen, und mich hat es so erschrocken, dass ich sofort wieder quasi drinnen war, so wow, was war denn das jetzt, und habe das aber noch die Erinnerung gehabt, quasi aus der Sicht von dieser anderen Seite, wie wenn du quasi am Baum oben sitzt, so hast du diese Sicht, das ist ein Blickwinkel, weil ich glaube nicht, dass du dich gesehen hast, in deinem Körper, du hast einfach nur das Bild gesehen, du hast gesehen, dass du da oben bist, aber ich glaube nicht, du hattest dort Hand und Bein und sonstiges, oder? Ja, richtig, ganz genau, der Körper lag unten, hat gepennt. Genau, du bist nur das Bewusstsein, also diese Betrachtung, und irgendwie, ich hatte es so schon mehrmals, dass du wirklich eine 360 Grad View hast, du siehst um dich herum, aber es ist nicht so, dass es irgendwie schräg ist, oder so, du siehst das ganz klar scharf, nur halt alles, das ist schwer zu beschreiben, so kenne ich das, und ich hatte eine Begegnung, oder so ein Wink, oder Warnung, oder so ein Hinweis, des Lebens, oder vom Spirit, als der mit mir spielt, als ich von einer, nach einer Zeremonie, so versuche, in der Nacht rauszudaumeln, aus dem Maloka, oder aus dem, aus dem Veranstaltungstempel, oder was die dort gebaut haben, und das ist komplett finster, das heißt, du gehst irgendwie so sicher, so 20, 30 Meter durch den ganzen Dschungel, und da ist halt überall finster, und du musst halt, ich habe, war noch etwas angeschlagen, wackele ich auf den Beinen, aber war überhaupt nicht mehr auf dem Trip, sondern bin ganz normal zur Türe, nehme eine Sachen, Polster, Rucksack, will ganz leise sein, weil einige Leute, da waren halt noch voll in sich drinnen, und dass ich die halt nicht störe, oder aufwege, oder wieder rausreiße, und ganz vorsichtig, mit der Taschenkopflampe geleuchtet, und ich gehe, die stiegen runter, und da sind halt 20 Flipflops gelegen, oder so von allen, quer gestreut, und so, wo sind meine Flipflops, einmal suchen, in dem Zustand, und dann wusste ich, in dem Moment, es ist eine Vogelspinne, in meinem, in meinen Crocs drinnen, und ich wusste das, das war kein, das war kein, hey, so rational, weißt, das war kein, ah, das sind Tiere, du solltest vielleicht schauen, ob da was drin ist, nein, das war ein, du hast eine Vogelspinne, in deinen Schuhen, und ich nehme die Cam, und leuchte so quasi, so seitlich, ohne den Schlapfen da zu berühren, hinein, und das war eine weiße Tarantel, so eine weiße Vogelspinne, und das Krasse war in dem Moment, die hat sich ganz nach hinten gezogen, also ganz an die Wand, das ging gar nicht mehr weiter, sie hatte Angst, und hat sich nur selbst verteidigt, und das Gefühl, was diese Spinne in dem Moment hatte, habe ich auch gefühlt, aber so extrem, als wäre es mein Gefühl, ich habe genau gespürt, was diese, dieses Wesen, oder dieses Tier halt empfindet, habe dann nur so ein großes Blatt genommen, habe einmal so angestupst, so, hey buddy, I need my shoes, dann ist sie feilschnell in den Dschungel, und weg quasi, aber das sind halt solche Zeichen, manchmal, es gibt irgendwelche Situationen, wo du es einfach weißt, wo du, wo du einfach, da gibt es gar kein, da gibt es nichts mehr in dir, was daran zweifelt, da gibt es nichts mehr, was es nicht versteht, oder in Frage stellt, das ist einfach so ein inneres, yes, keine Ahnung. Ja, ja, sehr gut Tom, genau das ist es, genau das ist, das ist halt, vielleicht kann man es sowas wie ein Instinkt nennen, oder nennst du ein Schutzengel, ist ja letztens egal, Schutzengel ist auch eine gute Idee, es ist irgendeine Mechanismus, genau, irgend sowas gibt es, und wenn du, und wenn du das mal selber erlebt hast, wenn du das selber erlebt hast, dann fällt es natürlich leichter, dem auch zu vertrauen, das heißt nicht, dass du, ich meine, wir sind nicht unsterblich, irgendwann passiert es, weißt du, aber dann passiert es, dann ist okay, und bis dahin brauchst du keine Angst haben, weil eben dieses höhere Ding dich schon irgendwie leitet, und in die Situation bringt, in die du kommen musst, und dich vielleicht in gefährlichen Situationen auch rechtzeitig warnt, also das habe ich auch öfter schon in meinem Leben gehabt, wo dann echt so, boah, hellwach so, jetzt aufpassen so, und dann kommt man durch so irgendeine kritische Situation durch, irgendwann ist es vorbei, irgendwann wird es dann erwischt, aber dann eben auch, weißt du, dann hat es seinen Sinn, dann passt es einfach. Ich sehe es auch so, ich habe mich so viel als Kind, und auch, sage ich ja, jetzt, schon im reiferen Alter, mit dem Tod beschäftigt, wegen meiner Großmutter, meine Großmutter ist letztes Jahr, es ist letztes Jahr, es fühlt sich viel länger an, 96 Jahre verstorben, und sie hat immer gesagt, sie hat den ersten Weltkrieg noch miterlebt, und den zweiten Weltkrieg, und da ist vieles, vieles passiert, und sie hat, ich muss gerade überlegen, ob ich nicht mein Vater zuhört, okay, wie dem auch sei, sie hat immer gesagt, ich habe so Angst vorm Sterben, boah, ich habe so Angst vorm Sterben, und das war aber in der Phase dann, wo ich quasi meinen spirituellen Weg, und meine Selbstfindungsphase, sagen wir mal, großen Schritte schon vorangeschritten bin, habe ich da halt mit ihr wirklich darüber diskutiert, und habe ich bei ihr halt versucht, irgendwie den Tod, diese Angst, diese Urangst vor dem Tod zu nehmen, und da habe ich gesagt, Oma, das war nach Peru, nachdem ich die Erfahrung habe, die hat so Angst vorm Tod, und du kannst innerlich nur schmunzeln, du hast eigentlich Mitleid, weil diese Angst komplette Illusion ist, und zerstört dich, aber man frisst dich von innen auf, diese Angst, was ist dann, und dieses, und ich habe viel mit ihr drüber gesprochen, und habe zu ihr gesagt, Oma, wie stellst du das vor, was heißt Angst, was ist Angst vor dem Tod, naja, dass da nichts mehr ist, was heißt, dass da nichts mehr ist, und wir sind dann, das hat wirklich, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis man da, sag ich mal, auf einer Wellenlänge ist, und im Endeffekt, es hat sich dann herausgestellt, dass es hauptsächlich ist, die Angst vor Schmerzen, und ich habe das dann auch so, im privaten Kreis, immer so einmal abgecheckt, und die Trigger gesetzt, bei Leuten in meinem Umfeld, und so weiter, ich stelle eine Behauptung in den Raum, ich behaupte, dass mindestens 80% aller Menschen da draußen, die Angst vor dem Tod haben, nichts genau dahin schon, was es ist, weil es ist nicht die Angst vor dem Tod, sondern es ist die Angst vor einem schmerzvollen Tod, und das ist ein ganz, 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 ganz entscheidender Unterschied, weil wenn man die Antwort in einem selbst einmal kennt, dann ist es, okay, es sind die Schmerzen, ich möchte dich da sticken, verbrennen, es soll bitte nicht wehtun, aber so was danach kommt, das ist es, das ist es nicht, und das ist nicht für die Menschen, und ich bin da wirklich extrem auf sie eingegangen, und sie hat dann auch ein Hirnblutung gehabt, und ist dann halt, sage ich mal, jederzeit sterbend dann im Bett gelegen, und konnte sie nicht mehr bewegen, und angeblich nicht ansprechbar, und so weiter, und ich war dann bei ihr im Spital, und habe ihre Hand gehalten, und du hast gemerkt, sie hatte, sie hat sich die Hüfte gebrochen, mit 96 dann, dann ist sie irgendwie aus dem Bett, hat das super überstanden, konnte laufen, sie hatte Niederblätten genommen, mit 96, und ist dann irgendwie gestolpert, oder so, und ist mit dem Kopf am Boden aufgeschlagen, und sie haben nicht erkannt, dass sich da irgendein Blutgerinnsel, irgendwas gebildet hat, und somit hatte sie dann, ja, Hirnschäden, und das ist dann immer schneller, schneller gegangen, und nach zwei Wochen circa, obwohl die Ärzte gemeint haben, na, sie hält nur zwei Tage durch, und das ging halt so weiter, und es war für mich so, sie hat nicht mehr reden können, angeblich, nur ich habe gemerkt, dass sie trotzdem da ist, sie hat die Augen teilweise, du hast gesehen, dass das Nervensystem, Entzuckungen, und dass das einfach nicht mehr, der Avatar funktioniert nicht mehr so, weil manche Dinge einfach nicht mehr funktionieren, weil sie beschädigt sind, aber dennoch gab es da Momente, wo sie mich verstanden hat, wahrgenommen hat, und das war nicht wirklich mit Sprache, sie hat mich angesehen, und teilweise auch eine Träne vergossen, obwohl alle Ärzte gesagt haben, nein, das geht nicht, sie ist auf so schwere Schmerzmittel, und so weiter, das ist unmöglich, und das Krasse war, ich habe mit ihr geredet, sag ich, Oma, ich bin bei dir, am liebsten wäre es mir gewesen, wenn sie in meinen Armen verstorben wäre, weil ich ja einfach so, ich bin da, und ich helfe dir, diesen Übergang zu machen, und auch die Ärzte haben gesagt, ja, sie ist total krass, weil sie halt so lange überlebt, und ob es vielleicht jemanden gibt, zu dem sie eine sehr nahe Verbindung hat, damit sie quasi nur, weil oft, das hat die Schwester erzählt, ist es so, dass Verstorbene oder Menschen, die am Übergang sind, so lange durchhalten, bis endlich die Person da ist, die sie nochmal sehen wollten, und dann lassen sie los und gehen, und wir so, nein, weil ich war immer ihre Hauptbezugsperson, beziehungsweise halt die Eltern dann, in zweiter Linie, und die waren immer da, und sie ist dann verstorben, ich war leider nicht da, das war nämlich genau der Tag, wo ich eben mal, wo ich einmal nicht da war, und wir kommen dann, nach dem Begräbnis, kommen wir zwei Wochen später drauf, dass am selben Tag, wo sie verstorben ist, ihre allerbeste Kindheitsfreundin, ebenfalls verstorben ist, und wir wussten gar nicht, dass der schlecht geht, und die hat im Endeffekt darauf gewartet, dass sie gleichzeitig mit ihrer Freundin gehen kann, und das sind halt solche Dinge, wo ich mir denke, hey, Politik, Trump, Verschwörungstheorien, links, rechts, der hat recht, der hat recht, das ist alles irrelevant, es gibt irgendein System, eine höhere Macht, irgendwas gibt es da draußen, und was es auch immer ist, das ist halt so die Hauptspiritualität in meinem Leben geworden, dieses, was ist es Frank, was ist es, was ist die Situation, die du erlebt hast, was sind diese Nahtoderfahrungen, was ist das Ganze, um was geht es da, um was geht es wirklich, da gibt es Mechanismen, wir wissen, dass Telepathie irgendwo ansatzweise funktioniert, wir kennen diese Momente, diese krassen Momente, das, what is it? Ja klar, das sind natürlich die großen Fragen so, genau, denen es halt hinterher geht, wer bin ich, wer ist es, der das empfindet so, das ist die große Frage, wer erlebt das alles, und wer ist derjenige, der auf einmal die freaking Kokosnuss anschaut, weißt du, das ist die Frage, so wie es ist, und stirbt der dann auch oder so, ja, ja, das bin schon irgendwo ich, also ich habe es ja gesehen, wie ich jetzt mit meinen Augen rausschaue. Na, aber hast du dich als Frank identifiziert in dem Moment? Naja, ich habe nur beobachtet dort, also das kann ich, so nicht beantworten, das kann ich so nicht sagen, weißt du, aber es war schon ich irgendwo, ja doch, auf jeden Fall, also das ist ich, das ist meine Erinnerung auch, ja, gut stuff, ich meine, es ist, wie du gesagt hast, Angst vor Schmerzen oder so, Angst vor Siegtum, das ist, das ist urmenschlich, weißt du, ich meine, klar, da muss man sich auch nicht, das ist okay, Angst vor dem Sterben brauchen wir nicht haben, so, ja, und die Leute, die Angst vor dem Sterben haben, sind tatsächlich die, die eben das Leben auch überhaupt nicht abkönnen, da gibt es so einen schönen, hier ist so ein Song von Bob Dylan, The Immigrant heißt der, The Immigrant, und da singt er unter anderem, eine Textzeile ist, I pity the poor immigrant, also mir tut der Immigrant leid, who passionately hates his life, and likewise fears his death, der tut mir leid, der mit voller Leidenschaft das Leben hasst, oder sein Leben hasst, aber gleichzeitig, auch diese große Angst hat, zu sterben, das ist genau das, und ich meine, vielleicht ist es schon politisch unkorrekt, oder so, aber hey, ich meine, es stammt aus der Feder, es ist ein Nobelpreisträger, es ist ja Literatur, also kann man es glaube ich zitieren hier, ich weiß noch nicht, wie er das mit dem Immigrant zusammenbringt, aber egal, das ist völlig richtig auf den Punkt gebracht, und das ist aus meiner Sicht auch, das sind genau diese Leute, die hier auf diese ganze Transhumanismus-Schiene fahren, die Eugeniker, die No-Soul-Fraction, von der ich immer spreche, die so über die Jahrtausende am Wirken ist, das sind genau die, sie hassen das Leben, sie hassen das Leben, weil sie eben nicht die Verbindung haben zu ihrem Selbst, eben zu genau dem, über das wir sprechen, da haben sie keine Verbindung dazu, sie wollen die auch nicht haben, weil sie leugnen die, sie hassen das, und das sind aber auch genau die Leute, die dann bizarrerweise, dann am meisten in diesen Materialismus verfallen, und dann eben Angst haben von sterben, und dann muss man dann wie Rockefeller, was weiß ich, sich sechs, sieben Herzen reinpflanzen, oder sowas, ich meine, das ist absurd, das würde ich niemals machen, ganz ehrlich, hey, wenn mein Herz nicht mehr, nicht mehr richtig stark ist, ja, okay, ich will jetzt dann mich nicht festlegen, oder sowas, ich meine, müsste man immer aus der Situation heraus entscheiden, also, wenn du grundsätzlich topfit bist, und dann ist halt irgendwie deine Niere kaputt, ja, das ist schon okay vielleicht, also, ich lehne jetzt, ich bin jetzt kein Rastafari, der, wie Bob Marley beispielsweise, der jeglichen Eingriff komplett, ablehnen, also, ich bin da keine, ich habe da keine Dogmenmesse, aber, ich sage halt nur, wenn die Zeit so weit ist, ist es Zeit zu gehen, und sich irgendwie dann, dann sechs Herzen einpflanzen, ist für mich völlig absurd, also, das zeigt für mich genau das, so ein Mensch muss eine panische Angst haben, vor dem Sterben, und das ist genau der, der aber das Leben auch nicht liebt, weil wenn du das Leben liebst, und dann auch in diesem Flow bist im Leben, oder wie auch immer man das nennen mag, was dem hier und jetzt agieren, aus dir selbst heraus, dann, wenn du das machst, dann ist auch irgendwann gut, weißt du, dann hast du dein Leben gelebt, I did it my way, und dann ist auch echt einfach, glaube ich, abzutreten, aber das ist genau diese, diese Falle, in der die stecken, sie, sie, sie hassen das Leben, sie hassen auch ihr eigenes Leben, sie hassen das, was Leben ausmacht, und, und, und wollen eben eben dann selber irgendwie Gott sein, so wie Frankenstein, und selber irgendwie ein Leben erschaffen, das ist dieser faustische Trip, und das ist, der neueste heiße Scheiß von diesen Leuten, ist halt sowas wie Transhumanismus. Ich weiß nicht, ob diese, glaubst du wirklich, dass die ihr Leben hassen? Ich weiß nicht, wie kommst du drauf? Naja, also ihr Handeln zeigt das mir. Wenn du, wenn du in diesem, also das Leben, und damit meine ich, klar, die können sich ja auch jede Menge schöne Momente leisten, also, was weiß ich, die, die, die besten Huren jeden Tag, und, und, und immer nur das feinste Essen, ja, ja, klar, das sind schon auch alles Dinge, die ja durchaus angenehm sind, weißt du, ich bin ja auch ein sinnlicher Mensch, das ist, verstehe schon so, ja, aber trotzdem, wenn, wenn du das immer hast, dann ist das auch kein Kick mehr, und, ich habe selber auch schon, schon sehr, sehr reiche Leute getroffen, und die waren genau auch in dieser Falle drin, die waren total unglücklich, da habe ich angeschaut, denke mir, Mann, ey, schon die Körperhaltung von dem, was ist hier los, weißt du, ey, was lastet auf dem, und ich meine, er konnte sich alles kaufen, was er mit Geld zu kaufen gibt, und, und was ihm irgendwie gefällt, weißt du, aber tot unglücklich diese Leute, und daraus entstehen dann auch die Dinge, dass er halt immer noch mehr braucht, um einen Kick zu bekommen, ne, und das, das kann dann, das kann dann ganz schön düster werden, da kommt mir dann diese Pizzagate-Geschichten rein, und so, weißt du, das Normale tut es dann nicht mehr, es muss dann immer noch krasser sein, und noch mehr Kick, um überhaupt irgendwie, irgendeine Erfahrung, eine Wahrnehmung zu haben im Leben, und das sind halt die Leute, die, die das brauchen, das sind halt die, die, die null Connection haben zu sich selber, weil sonst bräutest du den ganzen Kram nicht, weißt du, sonst bekommst du aus dem Hier und Jetzt, bekommst du genug, oder da brauchst du dann nicht immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, so, und, ähm, ähm, solche Leute, die, ähm, die hassen das Leben, irgendwo sind sie todessüchtig, und gleichzeitig, also Sehnsucht danach, und gleichzeitig sind sie aber auch, haben sie auch panische Angst, weil sie eben null Connection haben, und nichts, woran sie sich festhalten können, ne, also was halt drinnen ist, und dein inneres Selbst, was ein bisschen Ruhe gibt, das, das, das kann nicht ganz stimmen, vielleicht nur in einer anderen Form, weil schau, eine Abramowitsch zum Beispiel, und du weißt, ich habe mich ja auch mit diesen Pädophil-Dingern, äh, sehr, sehr auseinandergesetzt, und habe auch Videos darüber gemacht, und so weiter, ich, es ist ja nicht so, dass ich das nicht kenne, aber, so quasi, dass die, dass sie sich nicht selbst spüren, oder so, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die richtige Begründung ist, weil schau, eine Abramowitsch zum Beispiel, die sich hinsetzt, und sechs Stunden lang meditiert, beziehungsweise sich in anderen Augen spiegelt, allein nur mal, weil das macht sie ja künstlerisch gemacht, oder die sich hinstellt, und was weiß ich, was das war, einen Tag lang mit ihrem nackten Körper, den Gästen machen lässt, was auch immer dann passieren soll, oder quasi ihr Leben da in andere Hände gibt, also, nur jetzt da, nur jetzt da mal als mentale Übung, grundsätzlich, wenn du dich hinsetzt, und halt nur Menschen in die Augen siehst, und nichts sprichst, und einfach nur beobachtest, ich glaube, dass diese Menschen teilweise mehr in sich selbst ruhen, als wir es tun, und dieses Wissen darüber eben dann noch für sich so in Anspruch nehmen, dass sie sich sogar noch energetisch extrem nähern, oder sich bereichern an mit ihrem Wissen, weil diese ganzen, ich glaube, diese ganzen Rituale, also zum Beispiel so Kinderrituale, so schlimm sie jetzt auch sein mögen, sind einfach nur so ein Energie, sie ernähren sich von dieser Energie, oder boosten sich, oder was auch immer, aber ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass sie sich da überhaupt nicht auskennen, so seelenlos, quasi eine andere Seel wie wir, die besser, gute, keine Ahnung, weißt du, wo ich hin will? Ja, ich meine, aber zum einen ist es natürlich so eine, wie die Abramowitsch, gehört ja nicht wirklich zu den Eliten, also ich meine, die ist halt eine, Sie bist du das sicher? Ja, meine ich schon. Also die Eliten verkürzen sie ziemlich stark eigentlich. Aber nochmal, nochmal, das andere, was du gemeint hattest, dass die diese ganzen, wirklich düsteren Rituale machen, um irgendwie Energie dort zu bekommen, das ist ja genau das. Ja, natürlich machen sie das deswegen, aber das ist genau das, weil wenn du die Energie nicht selber in dir hast, dann brauchst du sie von wo aus. Das stimmt. Das ist genau schon diese Grundfehler, diese grundfalsche Weltschau, Menschenschau, die die haben, weil sie glauben, du kannst, Energie gibt es nicht genug und du musst dir von dem Kuchen was nehmen und so viel wie möglich nehmen und wenn du ganz viel nimmst, dann nimmst du, was weiß ich, Kinderblut, also so ein Mist, aber das ist absurd, weil die Energie ist in dir drin und da ist, ey, das ist auch die Unendlichkeit so und du brauchst es nicht. Das ist genau das, wenn du eben auch nur ein bisschen eine Verbindung zu dir selber hast, dann sind solche Dinge wie Menschenopfer absolut absurd, absurd und abstoßend und einfach im Innersten falsch, und dein Herz schreit auf, no, weißt du, aber das schreit bei denen offensichtlich nicht auf oder sie haben es halt so weit weggedrückt, so viele Schichten da drauf gebaut, wozu eben auch diese Rituale dienen. Wenn du einmal in so einem Ritual mitgemacht hast, boah, das ist aber dann schon, da verändert sich schon einiges, glaube ich, in deiner Psyche so, weißt du, in deinem Inneren so. Ja, wie der eine Banker, der darüber, hast du das Video gesehen von dem einen Banker, der da mal bei so einem Ritual dabei war, der dann zu weinen beginnt im Interview, dieser, ich weiß nicht, das ist ein Holländer, kennst du dieses Video? Ne, sag mir so nichts. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, sucht, oder schreibt es mal bitte was in den Chat, ihr wisst sicher, was ich meine, es war irgendein holländischer oder englischer Banker, der da irgendwie auspackt, und der wird interviewt, und der erzählt, ja, er war da dabei, er ist in einen elitären so Bankenversicherungskreis irgendwie reingekommen, und fand sich plötzlich in einer, ja, in so einer Vergewaltigungsszene, und er sagt, es war, am Anfang war es ja noch lustig, er war super, die schönsten Frauen, und halt die besten Huren, und alles super toll, und, was die Reichtum, und Protz, etc., und dann plötzlich wurden eben auch Kinder dort in diesen Events vergewaltigt, und da waren ganz krasse Leute dabei, und in dem Moment, wo er da sagt, brich deinen Tränen aus, und du siehst, also, man kann jetzt darüber streiten, entweder ist er ein sehr guter, dann ist er ein sehr guter Schauspieler, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der nicht so weit, dass der nicht lügt, weil du siehst in seinen Augen, wie er plötzlich, wie er das nicht kann, und er sagt, er kann nicht, er muss da drüber reden, und das ist total arg, und es gibt auch irgendwie jetzt bald ein nächstes Interview mit ihm, das hat auch ziemlich bekanntere Bloggerin, oder so Journalistin mit ihm gemacht, aber das ist halt schon krass, weil ich habe mir auch oft vorgestellt, wie ist es, es ist auch ein extremes Druckmittel, jetzt stell dir vor, du kommst irgendwie in einen Zusammenhang, bist bei so einer Clique, und dann passiert das, oder wie auch immer, und du weißt, was willst du machen, zur Polizei gehen, entweder du schwimmst mit, oder du gehst, die Klappe musst du sowieso halten, wo sollten die hingehen, oder wo, zu Wikileaks, sollen die den Herrn Assange fragen, ja bitte legst doch mal diese Sachen, das sind halt ganz andere Dinge, im Hintergrund aktiv, naja klar, das ist schwierig, also muss man in jedem Einzelfall sehen, aber auf jeden Fall, sollte man in so einer Situation kommen, halt nicht teilnehmen, ich meine, dann musst du so schnell wie möglich, die Szenerie verlassen, also das ist, das, und, ja und wenn du weißt, dass die dann sehr sauer werden, das wäre schon, da wäre schon ein paar Schritte vorher, das wäre mir egal, ich meine, schon ein paar Schritte vorher, also schon, wäre wahrscheinlich irgendwo der Impuls da, ey, das ist nicht meine Party, so, das sind nicht meine Leute, ich gehe jetzt, weißt du, wahrscheinlich würde, also ich bin mir sicher, ich würde schon gehen, bevor es überhaupt dann so weit kommt, also bevor es diesen Exzess hatte, schon vorher, würdest du wahrscheinlich merken, ey, boah, hier ist aber absolut der falsche Platz, wenn du so. Ja, ich würde da auch nicht bleiben, aber ich kann, ich kann ein bisschen nachempfinden, dass halt manche Menschen dort, die halt, was weiß ich, so dieses Materielle, so extrem, und an, an, an gesellschaftlichen Status, sich selbst irgendwie messen, dass die da halt in Versuchung geraten, einfach mitzuschieben, vielleicht taugt es ihnen ja, so, ja, schöne Frauen und Alkohol und super Events und super Connections, und dann passiert halt so ein, so ein Cut, ich glaube schon, ich meine, einen Aufruf sollte es Leute geben, da draußen, die irgendwie eine Erfahrung in diese Richtung gemacht haben, ihr könnt es euch jederzeit melden, anonym oder nicht anonym, who knows, ich meine, es gibt ja keine Plattform für diese Leute, es gibt ja keine Plattform, wir haben schon einmal darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, weil leicht ist es auch nicht, jetzt stelle vor, da ist jemand dabei, der, sag ich mal, nur in einem Ritual dabei war, aber jetzt nicht aktiv wie jemanden verletzt hat, sondern dem beigewohnt hat, und der möchte wirklich jetzt, sagt sich, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich muss was tun, ich muss das aufdecken, was tust du? Es ist ja ganz realistisch jetzt, was tust du? Du bist instant tot, wenn das rauskommt, oder wirst irgendwie zugespritzt und landest in der Nervenklinik, oder kriegst einen Herzinfarkt, keine Ahnung, gehst du zur Polizei, gehst du einmal nicht, weil da geht es dann in so politische Kreise und so weiter, und die wissen eh mehr, als uns lieb ist. Was machst du dann? Machst du ein YouTube-Video, dann werden dich alle auslachen, das glaubt dir ja eh keiner, weil die Lüge mal wieder so groß ist, oder die Deception so groß ist, dass die Leute, das Volk lacht dich sowieso aus, so ein Spinner, haha, schau dir den anderen, der Verrückte, ne? Also einfach ist es nicht. Naja, das ist nicht einfach, ja. Hier, hier Tom, ich erzähl dir jetzt mal eine Geschichte, so, und die braucht aber wirklich echte Aufmerksamkeit, ich hab das auch noch nie erzählt, ähm, und, aber irgendwie spür ich gerade, jetzt ist das Richtige, so, ja. Und das auch, ich erzähl, kein Bullshit, sondern genau so hab ich das erlebt, okay? Also es ist echt, es ist auch für, es ist krass. Ich muss da ein bisschen ausholen, das war, das war im Jahr 2001, Shanti und ich, wir waren zwischen zwei großen Indienreisen unterwegs, aber dass wir dann wieder nach Indien fahren, wusste ich nicht. Naja, jedenfalls waren wir in Europa unterwegs und einfach ohne festen Wohnsitz, so durch die Lande und Straßenmusik gemacht und so und halt als bunte Vögel durch die Lande gezogen. Und das waren, da waren große, große Zeiten dabei, es gab aber auch echt immer wieder Tage und Orte hier in Europa, wo es echt schwer war für uns, wo du halt einfach merkst, ey, boah, nichts läuft hier für mich, ich muss raus von hier. Und dann, dann kam so eine Phase, wo wir echt richtig klein waren und ganz viel von unserem Selbstvertrauen verloren haben, weil ganz viel mies lief für uns und weißt du so, überall wirst, kriegst du nur einen Tritt in den Hintern und nichts funktioniert und dann waren wir ziemlich, ziemlich down und das war so im Sommer, im Spätsommer und die Idee war, okay, wir müssen uns langsam mal nach Süden absetzen, weil im Winter müssen wir gucken, dass wir wenigstens nach, vielleicht nach Afrika irgendwo hin oder so. Und, ja, und da sind wir nach Delphi gegangen und Delphi, es ist ein ganz, ganz wichtiger Ort für Shanti und mich, ja, und in Delphi haben wir, haben wir den, das Orakel gefragt, ja, was ist los, was sollen wir noch machen, so, sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg oder machen wir uns selber was vor mit dem, was wir machen und irgendwas läuft doch falsch, wie komme ich hier raus aus dem, was ist und wir hatten auch fast kein Geld mehr, also es kam auch noch dazu, wir hatten vielleicht noch 100 Euro oder 150 oder so, was sich in Europa nicht lange trägt, so, ja. Welches Orakel oder eine Person, oder was ist ein Orakel in der Story? Ah, ja, das ist jetzt wieder noch größeres Ding, Tom, weißt du, da könnte man eine ganze Sendung draus machen. Ja, wir machen, dann machen wir jetzt eine, wir haben drei Stunden noch, go. Ja, aber vielleicht so viel nur dazu, das Orakel von Delphi, das ist halt, da ist ein Spirit, das ist, da ist Gaia, die Erdgöttin ist dort, und tatsächlich haben wir da eine Beziehung dazu und wenn du da echt mit einer Frage kommst, und offenen Herzen, und wirklich das so, ey, dort kommst, da kommt ein Feedback. Na, wen fragst du, oder fragst du da quasi ins Universum? Du fragst es mental, du fragst es geistig, du betest oder so. Auf dem Ort, bei dem Ort halt. Es geht um den Ort, genau, es geht um den Ort, das ist, und den Ort fragst du, das klingt krass, ja, aber so ist es halt. du bist einfach dort im Energiefeld des Ortes und du stellst eine Frage, die dort besser, weiß nicht, gesendet wird, keine Ahnung, das ist ja nicht so weit. Ja, genau, man kommt halt da an mit offenen Herzen und hat das und das Problem und die und die Frage, und die Frage war, bin ich noch auf dem richtigen Weg, was läuft hier falsch, weißt du, mach ich mir was vor, das haut alles nicht so richtig hin, das ist in diesen modernen Zeiten, wir passen hier nicht her, irgendwie, weißt du, wie sollen wir hier leben, wie sollen wir hier sein, wie sollen wir unser Licht leuchten hier, in diesem Umfeld, und das Orakel hat dann, da kam dann echt die Message bei uns an, also, das kommt dann innerlich, weißt du, am Abend trinken wir eine Flasche Wein, so, Shanti und ich, und auf einmal, und auf einmal ist uns beiden klar, was Sache ist, das ist so, es kommt von innen, auf einmal wissen wir es, wir wissen es beide, und die Message, die von dem Orakel kam, es war, Indienruf, geht wieder nach Indien, und dann, okay, cool, ja, gerne, aber verdammt nochmal, wir haben nur 150 Euro zusammen, wie sollen wir nach Indien kommen, ich meine, wie soll es gehen, wir haben kein Geld, geht nicht, und dann, und dann kam, die zweite Botschaft war dann, geht nach Athen und öffnet euer Herz, okay, okay, gut, wir gehen nach Athen, öffnen unser Herz, was heißt das, wir haben wirklich, dort, wir haben jeden Tag Straßenmusik gemacht, so richtig gut, wirklich, straight from the heart, wir haben, wenn Leute uns gefragt haben, wie wir so sind, was halt immer wieder Leute gemacht haben, weil wir echt bunte Vögel waren, weißt du, wie wir da rumgelaufen sind, hey, das kann ich euch gar nicht vorstellen, das war die Wild Days, aber, ey, wir haben halt echt so offen gesprochen, gesagt, was Sache ist, halt, Spirit und so, wirklich nicht groß Bullshit, nicht groß Smalltalk oder so, weißt du, immer gleich direkt raus, straights, und dann kam so eines Morgens, das war echt krass, das war wirklich, wir waren da so drei, vier Tage in Athen, und da haben wir Straßenmusik gemacht, da haben wir halt gedacht, okay, wir spielen jetzt so gut und öffnen uns so sehr, vielleicht kriegen wir da genug Geld zusammen, dass wir in einem Monat dann uns irgendwie nach Indien aufmachen können, oder so, aber es hat nicht funktioniert, wir haben zwar schon was bekommen, aber es hat immer gerade so viel gereicht, wie die Tageskosten abzudecken, so, und dann kam, das ging so drei, vier Tage, und irgendwie merkt man, das geht's auch nicht, hey, so kommen wir nicht mehr, und dann kam so ein Moment, wir haben so in so einer billigen Absteiger da gehaust, da so, da hab ich gar nicht drüber reden, und da war so ein Moment, wo Shanti morgens so drängt, ey, wir müssen jetzt losfahren, wir müssen auf die Straße, und ich so, was, wieso ist es erst acht, und so, lass mich mal ein bisschen pennen, und so, nee, jetzt, jetzt muss es los, und dann hab ich auf einmal gemerkt, okay, weißt du, Shanti ist normal nicht so, aber wenn das dann so ist, manchmal ist es bei ihr so, dann weiß ich, okay, jetzt halt ich mal die Klappe, jetzt mach ich mal was, weil sie da eben auch so in so einem Flow ist, und so hab ich da so gemerkt, und okay, jetzt passiert irgendwas, und ich geb mich dem einfach rein, und wir, wir gehen, wir hatten echt nicht mehr viel Geld, aber trotzdem haben wir uns nie nehmen lassen, so morgens halt, erst mal in einen Kaffee zu gehen, uns einen Kaffee zu holen, und ein kleines Frühstück oder so, wenn wir nichts mehr hatten, dann haben wir erst mal Straßmusik gemacht, aber dann haben wir uns Kaffee geholt, das ist auch ne Art Magic Chai Shop, Magic Coffee Shop, aber egal, ja, und wir sitzen dann in dem Kaffee, und ich merk schon, wie so am Nachbartisch einer uns die ganze Zeit so ein bisschen abcheckt, und er kommt dann irgendwann zu uns, und fragt uns dann halt auch, wir so, hey, was seid ihr für Leute, so, und wir haben halt so gesagt, ich weiß nicht, was wir damals geantwortet haben, so, aber wir sind halt, ja, wir sind Kinder von Arunachala, Spirit Child, und so weiter, und halt hier so Kram, und halt Cosmic Bade, und so Zeug, weißt du, und ja, es war halt damals so, heute will ich es vielleicht anders antworten, aber so war es damals, heute heißt es halt anders, das ist das selbe, ne, ne, weil man sich halt auch weiterentwickelt, so, und vieles von dem, was ich damals gesehen habe, sich heute schon wieder anders, aber egal, wir haben es dazu gemeint, und dann hat er gesagt, ey, boah, er glaubt, er muss uns jemanden vorstellen, ein alter Freund von ihm, ja, und der alte Freund von ihm ist halt so ein extrem reicher Mensch, also wirklich extrem reich, wir reden hier von superreich, also wir reden von Multimilliardär, wir reden von alter Reda-Familie in Athen-Piraeus, weißt du, also altes Geld auch, und der ist in so eine Familie halt reingeboren, ne, naja, und wir so, klar, dann treffen wir uns, und dann haben wir es ausgemacht, abends irgendwo in der Kneipe, irgendwo, und, ja, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich dachte, hey, krass, weißt du, der hat, genau das, was ich vorhin gemeint habe, da habe ich den im Sinn gehabt, der hat ein Unglück ausgestrahlt, das war echt, das war traurig, weißt du, also, der hat mir echt, ab dem ersten Blick habe ich mir echt leid getan, so, mein erstes Gefühl war, ich würde am liebsten hingehen in den Arm nehmen, hey, komm, Bruder, ein T-Shirt, weißt du, saß da ganz entspannt so, weißt du, das ist kein Neureicher, das ist eine alte, reiche Familie, ich könnte über den Typen viel erzählen, echt, aber ein interessanter Typ, und, ja, aber warum die Story nicht zu lang werden lassen, weil, wir waren dann da noch drei, vier Wochen mit dem zusammen, da sind ganz viele Dinge passiert, aber, das, was ich euch heute erzählen wollte, ja, dieser Typ hatte so ein Umfeld von Leuten um sich rum, die richtig düster waren, also, die auf den ersten Blick auch, weißt du, so Bodyguards mäßig, oder? Nein, nein, keine Bodyguards, das hat er komplett abgelehnt, das war genau so ein Ding, der hat keine Bodyguards gehabt, null, der ist mit dem Fahrrad durch Athen gefahren, so, weißt du, und, der hat keine mehr gebraucht, das ist der Status, wo du dann keine mehr brauchst. es ist wirklich so, es ist wirklich so, ich habe ihn das auch irgendwann mal gefragt, mit Sicherheit, der Wahnsinn, hast du denn keine Sorge, weil ich meine, Entführung und so, und da habe ich gemeint, nee, Entführung, das ist kein Problem, also, diese, weißt du, diese Familie ist so stark, auch in Griechenland, da kannst du es dir nicht erlauben, solche Leute zu entführen, das geht auch für die Ganoven nicht, das war ja wirklich so, aber, das war eben so ein ganz einfacher Typ, aber der hatte so ein Umfeld von Leuten, wo wirklich, und damals waren wir halt echt extrem offen, so in dieser Reisezeit, also wirklich noch viel feinfühliger, als ich es jetzt bin oder so, wo ich mich auch manchmal ganz schön abgestummt fühle, im Vergleich zu damals, aber damals voll offen, ich weiß, Leute kommen mir nahe, und ich spüre sofort, was Sache ist, die brauchen kein Wort sagen, ich seh die offen wie ein Buch so vor mir, und da waren Leute um den rum, die waren richtig finster, also richtig so Vampir-like, absolut krass, und dann kam es an einem Abend, also wir haben uns halt öfter immer mal so getroffen, und an einem Abend haben wir uns getroffen, so in der Kneipe, und da waren eben drei von diesen Leuten dort, und er, und die haben uns dann gesagt, ja wollen wir auf eine Party gehen, und wir waren damals so im Flow, okay, ich geh mit, klar, und dann sind wir da mitgefahren, alle zusammen in einem Auto, und es ging nicht wirklich auf eine Party, sondern es ging in ein Apartmenthaus irgendwo in Athen, in eine Wohnung, und in der Wohnung war dann noch, glaube ich, ein anderer Typ, es waren dann insgesamt so fünf, vier oder fünf so Typen, und halt er, also der schon tatsächlich, mit dem hatte ich eine Beziehung, das war mein Bruder, der Typ, der reiche Mann, aber dieses Umfeld, die waren finster, und dann bin ich da mit denen zusammen, und schon auf der Fahrt dahin, ey Tom, schon auf der Fahrt, Shanti und ich, wir schauen uns an, und wir haben es beide, ey boah, wir haben es beide gefühlt, ey wirklich, ich spüre eine Angst in meinem Herzen, so, ich weiß es genau, das Sensoranschlagen aus, Tom, ich habe das Gefühl, wirklich, ich fahre zur Schlachtbank, und ich bin das Vieh, weißt du, ey, es war echt so krass, also so wach ist der Instinkt da gewesen, und Shanti auch, ich hatte nur einen Blick, ich wusste genau Bescheid, und ich habe auch überlegt, soll man jetzt, soll man jetzt einfach dann, wenn wir anhalten, dann wegrennen, oder sowas, aber andererseits wusste ich gleichzeitig immer noch, nee, also mein Inneres hat immer, mein Herz hat immer gesagt, ey, bleib cool, weißt du, ey, nicht wegrennen, und so, alles ist okay, sei du nur stark, sei du selbst, aber der Instinkt warnt dich, aufpassen, ey, wir kommen jetzt hier in eine komische Situation rein, na gut, dann sind wir da oben in diesem Apartmenthaus, in irgendeiner Wohnung drin, und dann sagt der Typ zu mir, ich lasse seinen Namen echt weg, sonst sage ich nur nicht mal einen Vornamen, er sagt zu mir so, ey Frank, kann ich nicht mal sprechen, und wir gehen so in die Küche, und nur ungern, habe ich überhaupt Shanti allein gelassen, in dem Wohnzimmer sozusagen, wo da die anderen noch waren, aber ich bin mit ihm mitgegangen, und dann hat er, und dann hat er zu mir gesagt, dann hat er in der Küche zu mir gesagt, so, Frank, kannst du mir diesen Gefallen tun, ähm, könnt ihr beide hier Sex für uns haben, so, auf dem, auf dem Wohnzimmertisch, oder so, und die, die Typen alle drumrum, und, ey, mich hat das echt, und er hat dann auch gesagt, es soll nicht euer Schaden sein, weißt du, die haben uns echt, ich weiß nicht, welche Summe war, aber er hat auch echt Geld geboten, also Fettgeld auch, für uns, wir hatten das super viel Geld, weil wir, wir hatten ja keins, weißt du so, und für einen Moment, Tom, muss ich es ehrlich gestehen, für einen Moment habe ich sogar gedacht, ey, soll man das nicht machen, vielleicht ist das jetzt, wie mir der Spirit Geld gibt, damit ich nach Indien komme, aber dann sofort, nein, das kann nicht sein, das ist die Art, wie ich jetzt mein Geld bekomme, um nach Indien zu kommen, weißt du, dass ich mich hier prostituieren muss, für solche Leute, so, und vor allem auch, was wird da passieren, weißt du, kommst du hier überhaupt noch lebend raus, das ist nämlich auch das Ding, weißt du, was habt ihr gemacht dann, und ich habe echt, ich war, boah, selbst wenn ich das erzähle, Tom, spüre ich echt noch auch diese Angst, die ich hier drin hatte, ey, ich könnte ja echt nicht mehr lebend rauskommen, also, Schanti und ich, das kann echt sein, weil damals war mir das auch schon klar, Tom, weißt du, dass es hier diese dunklen Dinge gibt, und ich wusste, jetzt bin ich da drin, so, und ich bin das Opferlamm, verdammt nochmal, und dann habe ich aber zu ihm, wirklich, ich habe noch meine Kraft gefunden, so, und ich habe ihm dann in die Augen geschaut, und ich habe dann zu ihm gesagt, so, ich habe ihn dann zu ihm gesagt, so, ihn angesprochen mit seinem Namen, habe gesagt, no, we're not gonna do this, und dann habe ich zu ihm gesagt, und du brauchst es auch nicht, und dann habe ich zu ihm gesprochen, und dann habe ich zu ihm gesagt, was, was, was brauchst du denn überhaupt, meinst du, okay, wir können dir jetzt heute einen Kick geben, aber ich könnte dir noch was ganz anderes geben, ich könnte, ich habe ihn wirklich beim Namen angesprochen, ich habe ihm gesagt, ich könnte dir jetzt was ganz anderes bieten, ich könnte dich mit einer Kraft verbinden, wo du keinen Kick mehr brauchst, wo du keinen Kick mehr brauchst, weil auch wenn du jetzt hier den Kick mit uns bekommst, aber irgendwann kommt auch wieder der Moment, wo du in deinem Bett liegst, und wo du alleine bist mit dir selber, weißt du, spätestens dann, wenn du am Einschlafen bist, irgendwann ist nicht mehr das um dich rum, irgendwie all diese Dinge, und was ist dann, dann bist du wieder mit dir allein, und da, dafür kann ich dir was geben, aber diese Scheiße, die hier, das läuft nicht, und dann hat er mich angeschaut, so mit großen Augen, und so ein Moment der Stille, und ich wusste auch, magischer Moment einfach, es kann jetzt auch passieren, dass er jetzt sagt, ey Bastard, oder sowas, und die legen dich um, oder so, oder keine Ahnung, aber das hat ihn, das hat ihn echt auch so berührt, und er wusste auch scheinbar irgendwo in ihm drin, weil ich, ich sagte ja, ich hatte mit dem Typ eine Beziehung, ich hatte von Mensch zu Mensch, es war von hart zu hart, schon vor dieser Situation, so in den Tagen vorher, das war mir schon beim ersten Sehen klar, yeah, hier kommt was, wie soll ich das sagen, diese Begegnung war karmisch, und ich wusste auch diese Sache, ey Delphi hat gesagt, geht nach Athen, mach euer Herz auf, das hat alles passiert, es hat alles so eine Folge gehabt, und ich wusste, weißt du, mit dem Typen habe ich was zu tun, so, und scheinbar ist es bei ihm auch angekommen, ne, und die Geschichte ist dann weitergegangen, wir sind dann zusammen zurück, und ich schaue als erstes auf Shanti, die halt echt, ich sehe so, wie sie auch in ihrer Angst steht, wie ist sie auch angesprochen worden? Ne, die Typen haben da nur so blöd irgendwo drum herum geredet, aber sie ist halt noch feinfühliger, sicher, sie wusste genau, was da läuft, und ich sehe es so richtig, und so, aber wir sind dann eben aufgestanden, und einer von den Typen hat uns dann mit dem Auto wieder in die Stadt gefahren, und sind wir dann ausgestiegen, und so, und den reichen Mann habe ich danach noch öfter gesehen, und dann haben wir eben was anderes gemacht miteinander, und, ja, boah, hatten die Leute, ich weiß nicht, weißt du, Ordensgeschichten, irgendwelche Abzeichen hast du irgendwie, waren die in einem Clan, oder war da irgendwie, sag ich mal, eine Struktur, oder waren das nur so, da treffen sich ein paar Mates, die halt irgendwie so, die auf sowas stehen? Nichts dergleichen, also das war, hatte keinerlei, also das war jetzt kein besonderer Ort, und die Typen hatten auch keine besonderen Klamotten für diesen Zweck an, das war einfach, einfach nur tiefst schäbig, ja, aber du weißt ja nicht, wohin sich die Dinge dann bewegen, so, aber boah, ist echt krass, ja, dass ich das jetzt erzählt habe, ja, dann ist es endlich raus, dann ist es endlich raus, aber weißt du, aber, aber das ist der Grund, woher ich halt auch so viel Lebenserfahrung bekomme, aus solchen Situationen, ich, ich, ich weiß, wie so ein Typ tickt, ich weiß, wie der tickt, weißt du, und ich weiß auch genau, was dem gefehlt hat, und das, und hab auch voll in sein Herz getroffen, weil genau so ist es, was bringen dir diese Kicks, du kannst jetzt von uns den Kick bekommen, und ich weiß, wie weit das dann geht, also, ob es dann nur beim Sex bleibt, oder, oder ob da nicht von, von der Seite dann schon irgendwo, ähm, was weiß ich, die, die Piercings kommen, weißt du, und, ey, wer weiß, will ich auch gar nicht sagen, aber, aber, aber ich habe ihm gesagt, hey, deine Kicks, weißt du, das bringt dir doch nichts, am Ende bist du wieder irgendwo alleine, und liegst wieder einsam, und bist wieder das, das kleine traurige Kind, und ich kann dir etwas anderes zeigen, weißt du, dass du, dass du stark wirst, und dass du das nicht mehr brauchst, ich weiß nicht, ob ich es dann geschafft habe, oder so, ich meine, ich habe ja auch keinen Guru, oder so, diese Supermacht, und erleuchte irgendwelche Leute, mit der Kristallkugel, aber ich habe ja halt dann mit ihm, ein bisschen was anderes beschäftigt, halt versucht, ihm, ihm Spiegel immer fortzusetzen, so, zu zeigen, so, irgendwie, was halt sein Weg ist, oder sowas, ja, ich finde das so krass, weil das ist so, wenn ich es beschreiben würde, das ist so, du bist da 100% in deiner Urkraft, du weißt, wer du bist, und du weißt, was das ist, und du weißt, wie das Ganze jetzt abläufen wird, und springst du über diesen Schatten, wo dir Angst noch sagt, soll ich ihm das sagen, und wir reagieren, aber du bist du, und du channelst das, ungefiltert, einfach direkt in seine Augen, und schaust ihn sogar tief an, und versuchst dich da in ihn, dass das direkt ankommt, also unmissverständlich, und gar nicht so jetzt als Negativ, sondern eigentlich mit, ich nehme nicht, das Gefühl in den Arm zu nehmen, einfach zu drücken, weil ihm scheint es innerlich sehr schlecht zu gehen, und das ist genau das, wo ich glaube, diese ganzen negativen Identitäten da draußen, die können alle in den Arm genommen, weil sie innerlich echt Schmerzen haben, das ist jetzt nicht so ein Mitleid, und dass das irgendwelche Taten rechtfertigt, oder sonstiges, die wissen, ich würde ihnen am liebsten helfen, ich würde mich so gerne wirklich mit solchen Leuten mal hinsetzen, damit ich es verstehe, und ich weiß, man kann sie heilen, oder ihnen in den Spiegel vorhalten, und ihnen einfach den Space geben, wie du in dem... Ja, Tom, aber Tom, weißt du, das gilt für diesen reichen Mann, galt es so, das war mein erster Impuls, als ich ihn gesehen habe, hätte ich ihm am liebsten in den Arm genommen, so, hey Bruder, Mensch, schön dich zu sehen, hast du es gemacht, bei der Verabschiedung? Ja, wir sind dann wirklich eng zusammengekommen, aber dieses Umfeld, ich sagte ja, die Leute, die da drumherum waren, also von denen möchte ich keinen in den Arm nehmen, also mit denen möchte ich auch wirklich, das ist, boah, das ist wie wenn du ein Vampir, weißt du, da solltest du dich fernhalten, das ist auch ein gefährliches Tier, also diese Typen drumherum, die hatten eine dermaßen finstere Energie, und, boah, ganz ehrlich, also... Aber es ist für mich so, ich bin nicht Jesus, der jeden in den Arm nehmen muss, ich habe in meinem Leben wirklich mich mit allen möglichen Leuten auch wirklich eingelassen, aber es gibt eben auch Leute, wo ich weiß, ey, mit dir will ich einfach nichts zu tun haben, deine Energie geht gar nicht für mich, und das, was ich bin, geht auch für dich nicht, und am besten ist, wir halten schön Abstand, und das waren diese Leute da drumherum, das waren wirklich Vampire, ey, hot damn, so Energie-Vampire, übelst düster. Ich bin noch nicht in so einer Situation, lass mich, ich bin gerade überlegen, ob ich irgendeine vergleichbare Situation habe, ich habe nur, weiß ich nicht, ob ich die erzählen kann. Weil die waren alles Typen, die nur von seinem Geld gelebt haben, auch klar, also weißt du, so ein Typ, die hatten nichts Eigenes. Ja, warum ändert das noch nicht sein Umfeld, oder hast du mit dem drüber gesprochen, wie du ihn wahrnimmst? Was hat er darauf gesagt? Ja, das waren, natürlich, da haben wir uns ganz viele mit beschäftigt, weißt du, das war so jemand, der, der wollte das alles überhaupt nicht haben, diesen Reichtum, der ist da reingeboren in diese Familie, als Erbe, als Alleinerbe, der wollte das alles gar nicht, der, der hatte, der war, für den war das Geld eine unglaubliche Last, dieses ganze Familienerbe, aber es ist dann eben genauso, der war dann, als er ein junger Mann war, weil das ist halt so Redas Familie, also die haben halt so Schiffe, und haben die schon über mehrere Generationen, und das ist bei denen, das liegt in dem Blut, das sind einfach diese Leute, weißt du, das ist, Piraeus, das ist dort wirklich, das geht bis in die Antike zurück, bei manchen von denen, das sind so Reda, die Verbindung zum Meer, die war bei dem ganz stark, und der ist als junger Mann dann auch ausgebrochen, aus diesem goldenen Käfig, so mit 18, 19, und ist dann undercover, also anonym, nach Piraeus, an die Docks, wo die Schiffe gebaut werden, und hat sich da als Docker-Arbeiter verdingt, weil der einfach, der wollte einfach mal normal sein, so, und der hat das gemacht, der hat halt die Docker-Arbeit gemacht, also Hafen-Arbeiter, zwei, drei Monate lang, bis sie die Privatdetektive von seiner Family gefunden haben, die haben die dann gefunden, wieder eingefangen, so, und ich meine, all diese Dinge, das war als er jung war, als ich ihn getroffen habe, war der schon ein bisschen älter, und naja, über was wir ganz viel auch gesprochen haben, ist eben so Dinge, wer bist du, und was ist dein Karma, und kannst du es hier so einfach machen, und sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Reichtum, ich lasse das alles einfach los, ich verschenke es oder so, weißt du, es klingt eigentlich einfach, wenn du keinen Bock mehr hast auf den Reichtum, zieh dich halt einfach raus, verschenke alles, behalte zehn Millionen, und chill irgendwo schön, auf der Ägäis, auf der Insel oder so, die hatten ja hier privaten Inseln, so, die haben Privatinseln in der Ägäis, was könnte er machen, aber nee, kann er eben nicht machen, und das ist genau das, weil der ist auch in was reingeboren, und der kann vor seinem Leben nicht wegrennen, weißt du, der kann auch vor seinem Familienerbe nicht wegrennen, und dieses Erbe, er will das nicht, und das ist düster, und die haben da auch Andeutungen gemacht, weißt du, da wirklich auch Blutgeld und solche Sachen, so Schwarzgeld, was illegal ist, und aus irgendwelchen düsteren Zeiten, zweiter Weltkrieg, und ganze Zeug, das hat er alles gehabt, und er will das alles nicht, aber dadurch, dass er Erbe ist, hat er das auf einmal auch an der Backe, so diese Probleme, ja, das, weißt du, so ein Mensch kann auch nicht einfach wegrennen, es ist auch, dieses Familienkarma ist heavy, so, und das ist halt die große Frage, wie du da ins Gleichgewicht kommst, zum einen, dein, dein, dein Natur nach lebst, so, so, dass er sich selbst entdeckt, aber zum anderen, ey, du kannst vor deinem Leben nicht wegrennen, weißt du, Karma ist auch so ein Ding, du bist dort reingeboren, und, ähm, ich hab ihm halt so, so auch versucht zu zeigen, okay, schau halt mal, wie du dann deine, diese, diese ganze Kraft, die du bekommen hast, dieses Kapital, wie du das vielleicht einsetzen kannst, auf dieser Welt, um, um, um in die richtige Richtung zu gehen, und so, aber ich hab ihm, ich hab ihm davon abgeraten, alles wegzuschenken, ich hab mir auch nicht gesagt, schenkst alles mir, ich, ich, hab ich nicht gesagt, hab ich nicht gesagt, ich hab ihm auch nicht gesagt, er soll alles wegschenken, und komm, geh nach Indien mit mir, und wir machen so Streetlife, nee, seine Aufgabe, es war für mich eindeutig, ey, du bist da reingeboren, weißt du, und jetzt lebt es, und, und, weißt du auch nicht, was uns geworden ist. Da hast du, würdest du mir dazu stimmen, dass, dass es auch, sag ich mal, in diesen anderen, dünkleren Reihen, auch Lichtblicke gibt? Ja, auf jeden Fall, also der Typ zum Beispiel, das ist ja genau das, der ist in so eine Familie reingeboren, und, und der war definitiv, der, der, der Spirit, der, der wirklich ist, war ein guter Mann, ich hab's beim ersten Mal gesehen, so, ich hab echt so das Gefühl, das ist mein Bruder, weißt du, und, ja, und der, der war ja auch verzweifelt, das war, das war eine Lebenslast für den, ein Leben lang, dieses, dieses, diesen Namen zu führen, diese Familienerbe zu haben, aber gleichzeitig ist es auch, ist er es auch, du, das ist halt nun mal so, du bist da reingeboren, du kannst es nicht ändern, weißt du, du kannst davon nicht weglaufen, das ist auch, du musst gucken, dass du das irgendwie, trägst, dein Erbe, dein Säckel, was dir halt auferlegt wurde, weißt du, jeder hat seinen Säckel zu tragen und das musst du halt machen, aber halt gucken, dass du vielleicht ein bisschen in die, vielleicht einen Richtungswechsel machst, vielleicht das eine oder andere Familienmuster, kannst du vielleicht doch auch durchbrechen und heilen und halt, ja, wirkt tatsächlich heilen, dass du halt so ein Scheiß, wie er da an dem Abend von mir wollte und wer weiß, in was für Dinge der daneben noch verstrickt ist. Oder halt Freunde, die er kennt, wo er generell seinen Zugang hat in dem Netzwerk. dass du dann sowas irgendwann nicht mehr brauchst. Aber der war ein guter Mann, der hat auch, der hat auch, ohne da große Aufsehens zu machen, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass es in Piraeus Tausende von Familien gibt, die da sponserte. Also auch einfach so, so Arbeiterfamilien und so weiter. Weil dann viel von diesem Schiffsbau hat dort extrem Tradition, ist aber eben auch weggebrochen, weißt du, Globalisierung, heute werden die Schiffe irgendwo anders gebaut. Aber es sind eben diese alten Arbeiterfamilien, die da in Piraeus sind, die vielleicht schon auch mehrere Generationen für dem seine Familie gearbeitet haben. Und das zum Beispiel macht er dann. Also der gibt denen alle irgendeine Privatrente oder sowas. Auch wenn die gar nicht mehr arbeiten für ihn, weil das mittlerweile alles ein anderes Geschäft ist. Das ist halt total krass, diese Leute, also wenn du es mal grundsätzlich beobachtest, diese Leute sind selbst gefangen in einem System oder in ihren Dingen einfach, so wie der, sage ich einmal, nicht aus diesen Kreisen rauskommt, weil er ja geboren ist, weil er nichts anderes hat und weil er angewiesen ist auf das Geld, was so erschaffen wurde, weil die alle ineinander irgendwie verstrickt sind. Und es gibt ja gar nicht, wir haben das letzte Mal darüber geredet und irgendwie, irgendwas fehlt doch. Man bräuchte irgendwie eine Art Plattform oder irgendetwas, das, sage ich mal, den Eliten in zweiter, dritter Reihe oder wie auch immer, die Möglichkeit gibt, irgendwie sicher hervorzukommen, in die Möglichkeit geben, sich zu verändern oder halt das zu machen, was sie wirklich innerlich auch fühlen oder tun wollen. Ich tue das jetzt nicht komplett in den satanistischen Bereich geben, sondern einfach nur ein, zwei Stufen darunter oder darüber oder wie man es jetzt auch sehen will. Aber das gibt es ja nicht. Du kannst ja diesen, selbst ein Politiker oder so, der ist halt in seinen Kreisen, wie willst du dem den Space geben, dass er darüber redet, wenn er Angst hat um sein Leben, weil er halt in Kreisen verkehrt, wo dann halt Leute versterben in deinem Umfeld. Du weißt ja, wie es läuft. Das ist ja kein Geheimnis. Ich habe auch schon mit genug Politikern geredet und schließe ich auch in einer Story irgendwie an, wo ich mich einmal mit einem sehr bekannten Österreichischen getroffen habe, weil wir das auch keinen Namen nennen, aber der auch, der total krasse Kreise hatte, jetzt eher so rechtslastig angehaucht und so weiter. Du kommst halt dort nicht raus und diese Leute haben auch ein riesiges Wissen und ich habe dann auch gesagt, schau, wenn ich mit dir rede unter Führung, du bist der Urlaubende Typ, wir verstehen uns super und total nur das Wissen, was du mir da sagst, warum stellst du dich nicht hin zum Parlament, warum sprichst du es nicht aus, warum hast du nicht die Eier und ich habe es wortwörtlich so gesagt und er hat gesagt, ich kann es nicht, weil dann bin ich tot. Das ist so, das ist kein Joke oder das ist kein Ding und das ist halt auf allen, nicht nur in der Politik, haben sie überhaupt die Möglichkeit rauszubrechen, auch wenn sie es gerne würden, haben das Musiker zum Beispiel, vielleicht schaffen sie noch ein letztes Album, wo sie ein bisschen, sag ich mal, anders kommunizieren, jetzt denke ich irgendwie so an Linken Park und so weiter mit dem letzten Album, aber weißt, das ist so, wir haben es auch nicht einfach. Ich habe keine Lösung jetzt, also ich überlege gerade, was die Lösung wäre, du kannst ein Wikileaks für Prominente machen, das Zeugenschutzprogramm etc., du hast ja niemanden, der sie beschützt vor diesen Leuten. Aber weißt du, Lösung, ich meine, der Typ, mit dem ich da zusammengekommen bin, der hat da, das war ja auch kein Whistleblower und der weiß sehr wohl, was da für Dinge laufen, weil ich habe ihm ja auch durchaus das so deutlich auch gesagt, sowohl an diesem einen besagten Abend, als auch dann in den Tagen danach, wenn wir uns immer wieder getroffen haben, habe ich ihm auch gesagt, so ey, weißt du, ich weiß, dass in diesen Heilkreisen, und der war in den höchsten Kreisen, weißt du, das ist ein griechisches Königshaus, das sind dann Leute, mit denen der da verkehrt, griechisches Königshaus, wenn du da mal einsteigst, dann bist du gleich ganz tief drin in den europäischen Königslinien und so, das ist nicht was heißt, der kennt diese Dinge, der ist auf den Partys eingeladen, weißt du, auf irgendeiner Privatinsel in der Gäse und so weiter, das ist, der wusste sehr wohl, aber der hat darüber nicht gesprochen, ich habe ihn jetzt auch nicht gefragt, erzähl mal, wie ist denn so eine Party da, ich habe ihn das nicht gefragt, aber ich habe ihn zu verstehen gegeben, dass ich weiß, dass es solche Dinge gibt und da hat er auch einfach nur genickt, also der weiß auch von diesen Sachen so, und was da Lösung ist, ist eben, hey, genau das, was ich versucht habe, ihm so auch zu zeigen, hey, er kennt dich selbst, weißt du, und du bist dort reingeboren, aber du musst nicht alles mitmachen, so, du kannst auch schauen, dass du vielleicht das eine oder andere Muster heilst und eben anders machst da und halt in deinen Kreisen wirken, so, aber das sind einflussreiche Leute, weißt du, und dieses Netz dahinter, das sind Connections da in die Politik rein, hey, bei griechischen Rädern, weißt du, da hast du schon die Verbindung auch in die amerikanische Politik, das sind zum Teil keine Griechen mehr, sondern Griechen-Amerikaner, Onassis zum Beispiel ist eine so eine Verbindung, dann hin zum Kennedy-Clan und so weiter, also ich meine, das sind echt die Big Player so, und ja, die Lösung war für den nicht als Whistleblower zu sein oder so, das kann der nicht, das ist nicht so einfach, du kannst nicht einfach sagen, weißt du, heute schmeiß ich meinen Karma hin, so, vielleicht geht's auch, okay, das will ich auch nicht so komplett ausschließen, aber den, den, aber ist das nicht der Weg, das zu durchdringen? Ja, vielleicht, aber, aber dann musst du auch wieder irgendwann deinen Päckel aufnehmen, das ist genau das Entscheidende, weißt du, du kannst vielleicht mal, so wie ich es auch gemacht habe, ich bin ja auch eben in der Phase meines Lebens nach Indien gegangen, ich habe das, das Karma, das Muster durchbrochen, ich habe alles hinter mir gelassen, ich habe gesagt, one way ticket, ich gehe jetzt nach Indien und will es klären, aber dann in Indien, irgendwann ist mir klar geworden, okay, da habe ich dann nämlich so weit erkannt, dass ich auch sehe, ah, da ist ja noch der Beutel, den ich zu tragen habe, also gut, ab jetzt nehme ich den Beutel und laufe einfach weiter, das ist nämlich genau das Entscheidende und der Beutel ist so das Symbol oder die Allegorie darauf halt, du musst deinen Karma annehmen, deins und das von deinem Clan, das von deinem Volk, das von deinen Mitmenschen, weißt du, so dreht sich das halt wieder spiralmäßig auf und Erleuchtung heißt nicht, dass du dann irgendwann sagst, ah, ich bin jetzt raus aus dem ganzen Spiel, Erleuchtung heißt, dass du deinen Beutel endlich trägst, weißt du, aber nicht mehr, und nicht mehr trägst, so eine scheiße, schwere Ding, sondern trägst, wow, das ist die Kraft, die ich habe, dass ich das Ding ein bisschen weiter bringe und vielleicht den Beutel sogar ein bisschen leichter mache, halt zur Heilung beitrag, den einen oder anderen Kram, irgendwie zur Heilung bringen, ja, das gehört halt dazu, so, ja, wieso, wieso willst du den, willst du den Beutel nicht einfach bewusst einfach ablegen? Ja, das ist das, ganz ablegen kannst du nicht, warum? Ja, weil, das sind diese karmischen Verflechtungen, das ist, was für karmische Verflechtungen, ja, du hast ja gewisse Aufgaben als Mensch, das würde aber bedeuten jetzt, wenn du vor dem wegrennst, kriegst du ihn wieder aufgesetzt, das würde, nein, nicht wegrennen, nein, 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 nicht weglegen, sondern den Beutel anschauen, checken, was drinnen ist und dann sagen, ah, cool, brauche ich nicht mehr, weil das würde ja bedeuten, wenn ich deinen Gedankenweg jetzt da verfolge, dass du das Karma nie ablegen kannst, dass es eine Dauerstrafe ist in allen Leben durch, wie, wann, wann legst du es dann ab? Oder wie kriegst du es weg? da sollte ich, da hast du völlig recht, da sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Gewichtung drauflegen, natürlich geht es auch darum, den Beutel immer leichter zu machen und das eine oder andere, das ist eben, was ich meine, das eine oder andere musste doch brechen, das eine alte Karma auflösen, zur Heilung bringen, aber das, aber diese Dinge sind auch nicht so einfach, weißt du, das ist, die Leute stellen sich das leicht vor, da lasse ich den Beutel einfach stehen oder so und gehe weiter oder ich trage das nicht mehr, da holte ich das Karma wieder ein, das Leben holte ich ein, ich habe so viele Menschen auch getroffen, auch in Indien, die so rein auf diesen spirituellen Trip waren, die glauben, sie hätten den Beutel stehen lassen, ein Bullshit und ich habe auch genug von denen gesehen, in den schweren Momenten in ihrem Leben dann, wenn ihre heile, weiße, eh so spirituelle Welt zusammenbricht, die ehrlich gemeint war, keine Frage, so weißt du, aber wenn die dann zusammenbricht und einfach das echte Leben widerruft und sagt, hallo, hier bin ich und trägst du mich wieder bitte, das ist das Ding, den Beutel gilt es zu tragen, den gilt es natürlich zu heilen, leichter zu machen und ganz viel von dem, von dem, was wir rumtragen, ist auch gar nicht mehr unser Stuff und das fällt auch leicht, das wegzulegen, wenn man es mal erkennt, irgendwelchen alten Kram, das ist so von, Geschichten von unseren Vorfahren, von unseren Großeltern, ey, was heute noch, als rumgetragen wird in Deutschland, so, ey, das ist viel alter Stuff und man kann es irgendwann heilen, aber du kannst es nur heilen, wenn du, wenn du es wirklich dann, also, wenn du dann Bewusstsein dafür hast, weißt du, du kannst es nicht einfach, nicht einfach sagen, ach, damit beschäftige ich mich nicht mehr, das ist verdrängen, das ist verdrängen, genau, 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 da muss man eben unterscheiden, und das verwechseln viele Leute in der ESO-Geschichte, die meinen, du kannst du Dinge einfach dann, dann stehen lassen, ablegen, aber das funktioniert echt, das ist völlig so Frank, das ist genau, ich hab in Indien mal, in einem Ashram, sorry Tom, heute kommen ja echt die Storys alle so, einmal in so einem Ashram, weißt du, in einem Ashram, im Ashram war das, ich war selber nicht im Ashram, aber ich hab halt so, das so mitbekommen, ich war in dem Magic Chai Shop vor den Toren des Ashrams, auf der Straße, so zusammen mit den Kühen und den Schweinen und den Sadhus und allem, was da halt so rum und da gab es so, so Shame and Scandal in die Ashram, da war es so, ich treffte halt am Chai Shop und da kommt so ein Typ, kommt so ein Typ an, ein Mann und halt in diesen Ashram-Klamotten, ein Europäer, ein Deutscher, und der setzt hier einen Schei Shop und fragt mich, ob ich eine Kippe hab für ihn, ich hab so Beedys gegeben und hab schon gewundert, weil es war ja so ein Ashram-Typ, die rauchen ja nicht und was macht der jetzt hier, wieso hockt er sich jetzt bei uns so in die irdische Welt, ja aber komm, ja klar sitz ich hier, hier kannst du gleich haben und dann hatte der eine krasse Laune, der war so böse, der war so zornig, ohne Scheiß Tom, der war nah an der Gewalt und der hat den Hass auf seine Frau gehabt, der war verheiratet und die sind gemeinsam nach Indien gekommen, gemeinsam in den Ashram gegangen und sind da schon Wochen oder Monate so und sie hat das vor allem so forciert, aber er war auch voll dabei, aber sie kam dann so auf den Trip, ja so Sex und solche Dinge, das hat sie jetzt alles transformiert, ja sie braucht es nicht mehr, sie ist jetzt eben so vergeistigt auch, also spirituell, feinstofflich, tantrisch, braucht sie keinen Sex mehr, nur noch Spirit irgendwie, so Jogi mäßig und er war vielleicht noch nicht ganz so weit, aber gut, no Sex in die Ashram, und er hat das halt alles so geschluckt und hat das alles mal mitgemacht, und dann in dem Moment, bevor er zu uns kam, was er entdeckte, im Ashram, wo natürlich strenge Regeln herrschen, auch was Sex angeht, im Ashram ist seine Frau mit einem anderen Ashram-Typen, hardcore-mäßig, in einem heftigen Stunt, weißt du, also wirklich hart auch, so mit wirklich derb, gestöhnen, richtig, richtig derb. Jetzt hast recht, ne? Ja, und ich meine, der Typ, also ihr Mann, ihr Ehemann, der war echt fix und fertig, so ist der da zu uns gekommen, so, und wir haben den erst mal so runtergechillt, aber halt, ich meine, was für ein Drama, so, und das ist genau das, weißt du, die Frau, diese Leute meinen, sie haben, wir haben das alles schon transformiert, nichts da, da kommt es umso krasser, kommt es zurück, Tom, umso krasser, kommt es zurück, dann reicht nicht mehr nur so ein bisschen Kuschelsex, nee, da muss ja schon wirklich die richtig harte, dreckige Nummer sein, weißt du, sowas, ja, weil das eben zurückkommt, weißt du, du kannst diese Dinge nicht wegdrängen, ne? Das ist genau das, die Frau glaubt, sowas wie Sexualität, das habe ich hinter mir, weißt du, ich bin ja nur noch rein und weiß und Ashram und so, hot damn, das ist Bullshit, das ist Selbstbetrug, wenn du solche Dinge wegsteckst, die kommen dann noch ganz anders rüber, und die können dann tatsächlich in, ohne Scheiß, wir lachen ja drüber, aber solche Dinge können auch in großen Tragödien enden, weißt du, sowas kann dann auch in Richtung Vergewaltigung gehen oder auch wirklich Gewalttaten dann, der Typ, der war, ganz ehrlich, ich glaube, wenn der nicht zu uns gekommen wäre, das war halt perfekt, weil wir auch mit Deutsch gut mit ihm reden konnten und so, der hätte die vielleicht erschlagen so an dem Abend, der hatte echt diese Mordlust, das war echt krass, das ist wirklich auch so, ja, Geschichten, also wie da kommen sie zu dir, um es auszugleichen? Naja, in dem Fall war das relativ einfach, also, da war ich total entspannt, ja, das ist so, aber halt so krass, Mensch, jetzt habe ich schon so viele Storys rausgegangen, sorry, ich war jetzt gar nicht so geplant, dass ich da in so einen Flow komme, aber, ich weiß nicht, du planst du noch immer, die Sendung wird das, was es werden soll, macht ihr einfach, lass einfach laufen, das wird sich alles selbst ergeben, aber wir sollten, was wir doch einplanen sollten, auch wenn wir über der Zeit sind, ist eine kurze Pause, weil ich kriege das schon im Hintergrund, spammen alle Leute im Skype-Chat, die Hörer wollen Pause, die Hörer wollen Pause, lass uns eine kurze Pause machen, fünf bis zehn Minuten, würde ich auch sagen so, ich wollte eins noch sagen, bevor wir in die Pause gehen, ihr könnt euch ja erinnern, letzte Woche, warte jetzt kurz, letzte Woche hatten wir wieder einen Song aus der Community, also wir haben ja aufgerufen, schickt uns eure Songs, wenn ihr irgendwie, ja, spirituelle, oder wenn ihr irgendwelche, sag ich mal, tiefgründigen Musikstücke habt, oder live gespielt, oder sowas, schickt uns die zu, wir werden dann in der Pause abspielen, und wir haben letzte Woche, ja, einen Song gehabt, von Florian Mechler, der uns seinen YouTube-Kanal empfohlen hat, und das mit seinem Gitarren-Solo, und er hat uns dankenderweise, zehn CDs geschickt, von diesem Album, und hat sich so gefreut, dass wir das gespielt haben, dass er mir zehn CDs geschickt hat, und die würde ich gerne verlosen unter euch, wer Bock hat, ich werde es einblenden, ich zeige es euch schnell, wer Lust hat auf die CD, mir gefällt es irrsinnig, also ich habe auch schon reingehört in einer, ihr solltet euch das unbedingt mal reinziehen, der heißt Florian Mechler, ich weiß nicht, ob ihr es so gut hört, ich post euch dann, schreibt es mir eine Mail an help.whonose.me, im Betreff einfach Gewinnspiel, und wir werden schauen, dass wir das dann nächstes Mal irgendwie verlosen, das ist alles ja eine spontane Aktion, gebt uns einfach Bescheid, wir haben auf jeden Fall zehn Stück da, und würde uns freuen, wenn ihr dort auch reinhören würdet. Gut, Frank, schalten wir eine Pause? Ja, machen wir eine kleine Pause, ja. Gutes, meine Lieben, dann sage ich bis gleich, austreten, frisch machen, Wasser holen, und wir sehen uns in circa zehn Minuten wieder, bis später. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tom, bist du wieder da? Mal kurz ausgefallen? Ja, nein. Hab ich gleich gemerkt in meinem Monologen. Einfach weiter. Ja, sorry, also die Geschichte ist dann vorbei. Also wir sind dann kurz nach 9-11 nach Indien gekommen, glücklich. Und das war einfach ein echter, boah, dann saßen wir wieder in Indien, saßen wir wieder in Tiruvannamalai am Berg und haben so uns in die Augen geschaut. Und boah, ey, was für ein Abenteuer. Also eigentlich krass, wie das so extrem intensive, man könnte es negativ bewerten, die Situation, die dich jedoch führt in genau so deine Richtung, so wegweisend. Aber weißt du, der Anfang war ja schon und auch der Anfang von der Geschichte. Deswegen muss sie so erzählen, eben diese Sache in Delphi. In Delphi kam die Message, geht wir nach Indien? Ja, wie? Geh nach Athen, mach dein Herz auf. Und ich sag dir, wenn, also, ey, so, ich sag's ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich das heute so machen könnte, weil wie gesagt, heute bin ich auch viel, ja, viel abgestumpft in vielen Dingen. Was heißt abgestumpft? Das klingt so negativ, aber halt viel mehr in diesem Rhythmus hier halt auch irgendwo, oder, weißt du, so in Deutschland und wie man halt so lebt. Das ist halt, damals hatte ich eine andere Vibration noch, weil ich ja voll in diesem Reiserhythmus drin war und ganz viel Indian-Vibration und so, ja. Aber es war, was ich sagen will, ist, diese ganze Situation, dieses ganze Abenteuer, Athen, hätten wir eben, oder konnten wir nur überstehen, eben mit offenem Herzen. Das war genau, als das Orakel gesagt hat. Ey, geh nach Athen und mach dein Herz auf. Aber es muss dann schon richtig auf sein. Weil wenn es dann nicht richtig auf ist und vor allem in den entscheidenden Momenten da in diesem verdammten Apartmenthaus, wo er mich da so das fragt, wenn du da nicht dein Herz auf hast, hot damn, dann wäre das in eine andere Richtung gegangen, da bin ich mir sicher. Und so ist es am Ende aber eben dann so gegangen, dass wir uns auf einmal dann doch in Indien tatsächlich wiederfinden. Und dann kam halt der neue Abenteuer. War eine echt spannende Zeit damals. Aber wie die ganzen Zufälle halt zueinander passen und teilweise so konträr, dass man irgendwie so über, ich weiß es nicht, es ist so ein System, das ist so, du hast eine Art von Situation erlebt, wie ich auch erlebt habe, du hast halt eine andere Geschichte dazu, aber es ist so intern drinnen, gefühlsmäßig, so, keine Ahnung, so, du bist mit einer, du gehst voll aus deiner Komfortzone oder es drängt dich aus deiner Komfortzone raus und du bist aber dann irgendwie so in dir gefestigt, dass du es dennoch machst oder dich dafür entscheidest oder diese innere Intention aussendest und das alles mit einem offenem Herzen oder so feinfühlig und dann ergeben sich plötzlich Situationen, die du dir nie in dem Moment oder davor denken hättest können. Du erreichst diese Möglichkeit einfach gar nicht von deiner Fantasie her und dann passieren diese Dinge und das ist dann wie Magie, dass das dann alles, ich weiß es nicht, es ist so orchestrated, sagt man auf Englisch, wie sagt man, deutsch dirigierend oder halt so gescripted irgendwie. Die Geschichte, die du erzählst, kann ein Filmklassiker werden oder halt so ein, weißt du, das ist ja nicht Zufall, dass diese Dinge halt so passieren und genau mit dieser negativen Situation siehst du dann am Ende irgendwann später so diesen Licht prägerlich und deswegen hast du diese negativen Situation gebraucht, so dieses, ich weiß nicht, diese Tests einfach. Ja, klar, es ist schwer da die richtigen Worte zu finden, das ist halt hier, das ist halt der Flow, von dem man da halt spricht, in diesen Fluss des Lebens kommen so. Und was halt auch faszinierend war, war das, dass eben mit meiner Lady das auch so gemeinsam so harmoniert hat. Aber ich möchte auch noch mal erinnern, so ein Detail, es war eben sie, die uns an diesem Morgen, die gewusst hat, wir müssen jetzt auf die Straße, weil wir jetzt nur sozusagen, das wusste sie ja nicht, aber sie war diejenige, die uns sozusagen mit diesem Typen überhaupt diesen Kontakt geknüpft hat und so. Das ist eben das, das hat alles seinen Sinn und in dieser Zeit war mir das auch total bewusst. Und das ist halt, wo dann auch dann eben, wenn dein Herz auf ist und du so viel Vertrauen auch hast, Vertrauen in dich selbst, Vertrauen ins Leben, dass du dann auch echt so durchaus gefährliche Begegnungen haben kannst. Also dich auch mal in die Höhle des Löwenwagen. Wer hat denn den Löwen... Um den Löwen wirklich zu erreichen auch und mit ihm eben echt zusammenzukommen. Weil das ist eben auch, das ist, weißt du, heute rede ich gerne über Breakaway und so weiter, aber das ist ja der Breakaway, wenn die Leute wegbrechen so und dann genau die gilt es aber irgendwie wieder mit dem Volk zu kontakten. Und ich gehöre eben zum Volk, weißt du, das ist genau dieser Kontakt, der da ist. Das dient der Heilung, weißt du, weil diese, da gibt es echt Leute, die sind, die brechen weg oder sind schon weggebrochen von uns. Deine Lady, hört sie eigentlich unsere Sendungen? Nee, eher selten. Okay. Ich meine so viel, weißt du. Nein, nein, ich weiß schon, aber macht sie eigentlich irgend sowas in die Richtung? Nein, ich bin einfach straight. Warum kommt sie nicht einmal zu uns hin? Eine Sendung? Oder ist das, keine Ahnung, ist das so ein Gefühl, was hat zweimal kommen, ist dieses Bild? Ich muss dich einfach fragen. Ich frage, mach es nicht später, ich mache es jetzt. Glaubst du, wer das, wie fühlt sich das an? Na klar, können wir auf jeden Fall machen. Also wir hatten sie schon mal, irgendwann mal bei Radio Emergency auch, habe ich mit ihr schon zusammen Radio gemacht. Ich habe auch schon mehrmals mit ihr zusammen bei NuWi sowas aufgenommen. Echt? Also wenn ich sie da so eingeladen habe. Ja, ja, klar. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Natürlich. Ja, dann richte ich mal liebe Grüße aus, sage, Tom lässt fragen, ob sie in nächsten oder übernächsten Sendungen vorbeischaut. Ah, okay, wenn du bereit bist, Tom. Ja, eben, wenn ich bereit bin. Das ist es ja. Das ist doch nicht so. Das ist auch, ey. Deswegen will ich es ja. Deswegen, ich suche die Challenge, ich suche den Löwen oder die Löwin. Kannst du der Sphinx in die Augen schauen? Da sagst du, da bist du besser auf deinem Herzen. Die schaut ja in den Grund deiner Seele so. Ja, genau deswegen. Vielleicht kann sie mir helfen, auszuputzen. Ja, können wir auf jeden Fall mal machen, klar. Wir haben ja eh vor, irgendwann auch mal Gäste hier reinzubringen, oder? Ja, ich habe schon, ich habe mit dem Klaus Doner gesprochen. Klaus Doner, da kann ich so eine kleine, eine kleine Mini-Info irgendwie so mal vorab raus austicken. Er war super happy. Ich habe das Interview mit ihm vor zwei Wochen oder sowas veröffentlicht. Und es hat knapp 19.000 Views oder so 20.000. Extrem viel für meine Verhältnisse in der Zeit einfach. Und ich schreibe mit Klaus und sage, hey Klaus, er kennt sich ja ganz, ganz schlecht mit PCs aus. Es ist einfach andere Generation. Und ich versuche ihm immer so zu helfen und sage, hey Klaus, was glaubst du, unser YouTube-Video, das hat schon extrem viele Views. Und er sagt, so wie viel? Sag ich, naja, knapp 20.000. Ja, was? Er hat es überhaupt nicht derzeit. Und wir haben dann halt so gesprochen und sag ich, ja, was ist, wie schaut es aus? Komm doch zu uns in die Sendung. Also zu uns zwei, so an einem Mittwoch. Das Problem ist nur diese Zeitverschiebung und dass er halt irgendwann in der Nacht, ich glaube sieben Stunden Zeitverschiebung haben sie im Moment. Also das muss man noch hinkriegen. Ich arbeite auf jeden Fall dran, also mal gemeinsam mit uns, weil es wäre, ich will zuhören, was rauskommt, wenn du dich mit dem Klaus unterhältst über deine Welt und seine Welt und diese alte Geschichte. Du bist eh so ein Historiker und Lexikon und so weiter, das mit seinen Dingen. Das wird cool. Also da bin ich auf jeden Fall dran. Hey, das wäre mir auch eine Ehre. Klaus Doner, ganz großartig. Also finde ich auch echt einen ganz faszinierenden Mann. Weil du sagst, so großer Zeitunterschied. Wo ist er denn gerade? Lateinamerika? Sagen wir einfach, er hat einen Job zu erledigen. Und er ist gerade auf Exkursionen. Er will nicht, dass man weiß, was er und wo er ist. Aber er sollte relativ bald mal wieder zurückkommen. Dann ist er ein paar Tage in Wien, aber es wird dort sicher noch ein, zwei Jahre dauern. Sie budeln, Frank. Er ist ja auch durchaus so ein bisschen so ein Geheimniskrämer. Ich meine, ich plädiere immer für totale Offenheit, aber ich habe auch Verständnis bei ihm. Mir ist schon klar, das sind ja auch alles nicht seine Sachen, sondern es sind Kontakte, die er hat und die wollen vielleicht nicht so die Öffentlichkeit. Das ist auch verständlich so. Aber deswegen ist es halt so, dass er oft auch nicht genau rausrückt, was so eine Sache ist. Und deswegen ist es spannend, ihn so zu fragen. Er selbst drückt schon raus, er ist halt jetzt da direkt involviert, wo er halt direkt selbst buddelt, so wie ich das verstanden hätte oder irgendwie so weitergeben kann. Und er ist halt, er jagt halt etwas hinterher und da sind wir halt sehr gespannt, aber dass wir die früh genug noch veröffentlicht werden, ist ja ganz egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er mir, ich kann es ja noch nicht zeigen, aber er hat mir Fotos zugeschickt, vorgestern, die er von irgendeinem Museumsdirektor bekommen hat. Frag mich jetzt nicht, welches Land, aber dort, wo er auch manche Artefakte her hat, beziehungsweise der Direktor, der eben diese Artefakte zur Untersuchung und zur Besichtigung irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Und da hat er neue Fotos gekriegt, Frank. Und da sind Dinge drauf, also Steindinger, wo Szenen drauf sind, Interaktion mit verschiedensten Arten von Außerirdischen, mit Menschen, Reptilwesen, Greys, UFOs, Sternen, du kannst es dir nicht vorstellen, Frank. Und das ist halt alles noch komplett unter der Decke und ich bin da auch an ihm dran quasi und habe ihm gesagt, wegen der Veröffentlichung von den Sachen, dass man das halt irgendwie gescheit aufzieht oder so, dass es halt hier, wo ein Stichfest alles ist und es wird alles noch dauern, weil er sich mit dem irgendwie noch treffen will und er muss erst hinfliegen und das wird aber erst, also das zieht sich, das zieht sich. Aber meine Idee war ja, das habe ich auch mit ihm besprochen, ich habe gesagt, weil er hat ja auch in meinem Interview mit ihm gesagt, er will 2019, glaube ich, meint er jetzt damit, ja 2019, er will er 70 und er will einmal noch eine Ausstellung machen und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, wenn du das okay gibst und wenn er das okay gibt, wenn du hinfliegst zu der Besichtigung, ich fliege mit, das Ticket lasse ich irgendwie, da werden wir Spenden zusammenkriegen, ich filme mit, filme das Ganze, diese ganzen Artefakte und dann machen wir irgendein Cloudfunding und sagen, pass auf, wir werden eine Ausstellung in Wien machen, wir nehmen diese ganzen Dinge mit, wir werden sie wissenschaftlich untersuchen lassen, das kostet Hausnummer 100.000 Euro, wir brauchen das Geld für diese wissenschaftlichen Untersuchungen und dann veröffentlichen wir die Ergebnisse auf dem Kongress, auf der Veranstaltung oder wie auch immer. Das wäre urgeil und ich hoffe, wir kriegen das hin in der Form. Ich bin ja mal spannend, ob ihr mich überzeugt, weil du weißt, ganz ehrlich, mit der ganzen Alien-Geschichte, ich bin mittlerweile mehr als skeptisch, also ich glaube, es hat überhaupt nicht mehr. Welche Alien-Geschichte? Ich habe gar keine angesprochen. Ja, aber naja, du hast ja gesagt, so vorher vom Donor, so Material mit Greys und so weiter und ich... Nicht vom Donor, also du kannst... Schau, ich glaube, du wirst mir doch zustimmen, wenn ich sage, egal in welchen Kulturen du schaust, dass mehr Interaktionen mit nichtmenschlichen Wesen zu sehen sind, also nicht mehr, aber dass es halt in jeder Zivilisation solche Bilder und Dinge gibt. Allein in der ägyptischen Geschichte, sind das alles Fabelwesen oder ist das nur... Also es gibt ja überall solche Dinge. Ja, es gibt... Das bezweifle ich auch nicht. Also es gibt natürlich alle möglichen Entitäten und so und es gibt auch aus meiner Erfahrung und ich erzähle jetzt aber es ist nicht wieder eine Story, aber es ist wirklich aus meiner Lebenserfahrung auch, gibt es auch... Es gibt auch andere Dimensionen. Es gibt feinstoffliche Entitäten, keine Frage. Da gibt es die verschiedensten Arten, da sind ganz viele auch. Keine Frage, aber was ist... Das sind eben keine Entitäten in Fleisch und Blut. Ja, das meine ich auch gar nicht. Das meine ich auch gar nicht. Das meint auch er nicht. Also es wird nicht davon... Er zeigt ja einfach nur auf, dass es Artefakte gibt, die sowas darstellen, was auch immer die damit meinen, ob sie das geträumt haben oder eine Vision oder physisch. Auf die Ebene will ich mich gar nicht. Eins nur darüber. So der Faktum, dass irgendwie die ein Verständnis hatten oder irgendwie mit irgendwas zu tun hatten, weil sonst würden sie ja nicht diese Bilder einritzen oder diese Sachen. Also... Ja, sorry, genau. Da habe ich dich vielleicht ein bisschen falsch interpretiert. In der Tat. Also das Menschen Begegnungen haben und Dinge sehen. Wow, hey, weißt du, wer bin ich, dass ich da sage, nö, gibt es nicht. Ich meine, das wäre einfach eine ignorante Haltung. Ich möchte Leute was erleben. Ich erzähle auch hier freaky shit, was ich erlebt habe. Weißt du, man kann halt auch jemand sagen, glaube ich nicht. Okay, ist mir egal, aber es ist halt nur so. Menschen erleben erstaunliche Dinge. Das ist gar keine Frage. Aber es ist halt viele, viele deuten, dass er dann eben schnell, ähnlich wie auch von Däniken, als eben diese Astronautik und da bin ich halt null mehr drin. Ganz ehrlich, genauso wie bei den Religionen. Ich glaube überhaupt nicht an irgendwelche Götter. Das, was früher Götter waren, sind heute halt Aliens. Letztens ist es dasselbe, irgendwie so Superwesen, Überwesen und die uns voraus sind und ich glaube das nicht. Aus meiner Sicht sind beides dieselben Narrative und letzten Endes geht es darum, dass irgendwelche Menschen weggebrochen sind und sich selber vergöttern. Also wie sich ein Pharao vergöttert. Er hat gesagt, hey, ich bin Gott. Du wusstest aber, das ist ein Mensch, das ist Bullshit, der ist kein Gott, der ist ein Mensch, der geht morgens auch scheißen so. Muss er auch. Er ist ein Mensch. Aber es sind Menschen, die sich selber in diesen Machtwahn so vergöttert haben. Diese ganzen Geschichten, so griechisches Panthenon und so weiter, das sind Geschichten von Menschen. Das sind Geschichten von Menschen und heute haben wir halt nicht diese Panthenon-Geschichten mit Zeus und so weiter. Heute erzählen wir es halt in einem Narrativ, was unserer Zeit halt mehr angepasst ist. Heute nehmen wir es halt Aliens. Aber es ist dasselbe. Es soll irgendwelche Superwesen, die uns weit voraus sind, die Fähigkeiten haben, die wir nicht haben und die letzten Endes auch alles geschaffen haben und die wir halt anbeten sollen. Und dahinter sehe ich aber letzten Endes menschliche, irdische Machtstrukturen. Ja, aber das habe ich ja alles nicht dazu gesagt. Also das ist richtig. Sorry. Also wenn der Eindruck da entstanden sein soll, dann... Also ich zeige es dir. Das meine ich ja gar nicht. Das stimmt schon. Weil eben Feinstoffli-Begegnungen und gerade du hast ja selber auch hier Ayahuasca. Ja, ey, Mann, klar. Das haben die Leute früher auch gemacht und wer weiß, was denen alles begegnet ist. So, weißt du? Und wenn die das dann auf den Stein einritzen, ja, dann... Schau mal, ich zeige dir ein Bild. Ich zeige dir einfach ein Bild. Lass mich kurz schauen. Siehst du es? Du brauchst nur im Skype schauen, dann solltest du es sehen am Stream. Jo, sehe ich, sehe ich. Sagen wir einfach, was es ist. Ich habe viel philosophiert darüber in den letzten Tagen. Was siehst du? Suchbild. Ja, das sieht aus wie ein Fragment, ein Teil von irgendeiner größeren Struktur. Das ist ein Stein, auf dem so ein Relief drauf ist. Und zwei Figuren kann man erkennen. Rechts eine kniende, die durchaus menschlich ausschaut. Und links, das sieht aus wie so, ja, irgendwie halt mit so einem verlängerten Schädel irgendwie. Also ein bisschen dämonisch, Alien-mäßig. Na ja, was kann man auch erkennen? Eine Schlange, das ist dann noch ein Jaguar. Ah, Jaguar, genau. Oben oder das untere? Das untere, oder? Oder oben am Kopf? Das untere, das untere, ja, sind beides Jaguar. Beide haben so Barthaare. So katzenförmig, ne? Das ist der Jaguar in Lateinamerika. Das Ding ist auf jeden Fall, also Sie müssen es halt noch genau testen, aber durch organisches Ding ist es auch so, 15.000. Also es passt einfach nicht in unsere Geschichtsschreibung rein. Was ich halt krass finde an dem, was tun die? Was symbolisiert es? Weil das sind ja immer nur so Bildersprache, ne? Aber was ist es? Weil am ersten Blick so, ja, Kampf irgendwie Außerirdische gegen Menschen oder so, so circa. Das ist so die erste oberflächliche Interpretation. Aber wenn du genau hinschaust, die linke Hand von ihm, also gehen wir es einmal von oben runter, so analysiere es ich. Linke Seite, er schaut aus, wie er ausschaut. Am ersten Moment würde ich sagen, ja, er sieht irgendwie böse aus, weil die Mundwinkel nach unten sind und dieser Blick einfach mit dieser Nase, keine Ahnung. Der rechte Typ, der kniet oder sitzt, der schaut aber jetzt nicht für mich, sagst dann du bitte, verängstigt aus oder so. Siehst du ja so, ja, der macht halt gerade was. Und er hat wie eine Art Blasrohr in der Hand, versucht er ihn auf der linken Seite zu attackieren, weil der linke hält auch die Hand von ihm unter dieser Waffe und unter diesem Rohr. Wenn du schaust, mit der linken Hand hält er die andere Hand zurück oder hält sie und mit der rechten Hand hält er ihm etwas unter das Kinn oder an die Gurgel oder wie auch immer. Ist es ein Kampf? Ist es ein Entwaffnen? Was ist das bitte? Ich will so verstehen, was ist die Message? Was wollen sie uns sagen? Was da passiert ist oder passieren wird? Was ist das? Schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch kein Blasrohr, vielleicht raucht er auch gerade sein Pfeifchen und so was. Ah, oder irgendeine Maschine. Dann zieht sich da ein paar Pilze rein und dann sieht er halt dann irgendwie gewisse Entitäten so. Ja, das muss in der Richtung gehen, weil die Shibibu-Schamanen, ich weiß, ich selbst habe es nicht gesehen, aber ich weiß von vielen, die mit mir die Zeremonie gemacht haben, dass sie sehr viele Anacondas gesehen haben. Eine Anaconda, die einen verschlungen hat, die von gerade auf ihn zukommen ist und dann den Mund geöffnet hat. Er hatte überhaupt keine Angst und die hat dann auch mit ihm kommuniziert. Also diese Anaconda hast du ja überall drinnen, diese Schlange. Und er hat auch irgendwie diese Tieraspekte drauf auf der rechten Seite. Weil da sind diese zwei katzenartigen Dinge. Ist es für dich ein Kampf gefühlsmäßig? Was kriegst du für ein Gefühl rüber? Bei dem? Ja, weiß ich gar nicht mal so viel irgendwie. Ja, Kampf sieht schon so aus. Könnte schon sein. Aber ich meine auch das, klar, aber was sagt uns das dann? Keine Ahnung. Ich meine, ich weiß, Tom, das ist jetzt nicht dein Ding, aber ich weiß, dass ganz viele Leute interpretieren das wie so, ey, guck mal, das ist ein Alien. Aber ich meine, letztendlich, was das hier ist, ist auch das Ringen mit Dämonen, mit anderen Welten. Ich meine, das ist auch so diese ganze Achonten-Story, die kennst du ja auch. Also das ist halt irgendwelche aus der feinstofflichen, aus einer anderen Dimension, Wesen gibt, die immer auch feinstofflich sind, die aber versuchen irgendwie in unsere Welt mit einzudringen, um dann auch einzuwirken, also auf Menschen, auf deren Psyche, auf deren Handel einzuwirken, die zu kontrollieren, zu MK an. Und ja, das kann auch so eine Szene sein. Das ist halt eine schamanische Kunst auch. Na klar, ich meine, in diesen Schamanen-Welten, da ringst du mit allem Möglichen auch. Das ist die Welt der Magie. Ja, es muss keine physische Welt jetzt sein. Genau. Es soll aber einfach nur so, es kann ja von einem Schamanen eine Begegnung oder eine Erfahrung sein, die er einfach in Stein verewigt hat, weil damals gab es noch kein Word oder Internet oder sowas. Die haben das halt in Stein gemacht. Und mich fasziniert so, weil wenn ich mal denke, da sitzt ja ein Mensch oder da sitzt ja jemand mit einem Stein vor sich und hat einen Meißel oder halt ein Werkzeug in der Hand und dann klopft er ein, zweimal und da klopft er sehr lange und sicher nicht nur ein paar Tage, sondern sicher Wochen, wenn nicht Monate. Und noch dazu mit irgendwelchen Smarag, oder mit irgendwelchen Kristallen verziert und die dann noch geschliffen und so weiter, alles per Hand vor 10.000 Jahren. Dieser Aufwand, wozu? Was ist das? Damit ich es mal ins Wohnzimmer stelle? Ist es eine Botschaft, dass wir nicht vergessen sollen? Ach, das ist das Überbleibsel von den alten Kulturen. Was ist die Intention, dass ich es mache überhaupt? Was ist die Intention? Das ist halt so, in den meisten Zeiten hat halt die Kunst der Religion gedient. Das ist bei uns im Christentum ganz deutlich. Wenn du so in die Kirchen schaust oder alles, früher war Kunst halt immer Kirchenkunst. Irgendwelche Bibelszenen, was anderes war ja nicht. Und ich meine, das ist dort halt auch so. Also das ist eine Kunst, die widerspiegelt, eine Szenerie darstellt halt aus dem religiösen, spirituellen, kulturellen Umfeld von, ich weiß gar nicht was, das ist irgendwo Lateinamerika. Ja, ja, es geht in die Richtung, ja. Das, was es halt darstellt. Und die waren halt mehr in diesem schamanischen Trip auch drin. Also gerade in Lateinamerika haben tatsächlich, also da bin ich überzeugt davon, auch schon immer psychodelische Drogen, psychotrope Pflanzen auch eine Rolle gespielt. Pflanzen, Pilze und so weiter. Und das ist halt, was es da widerspiegelt so. Aus meiner Sicht, viele machen halt diesen Fehler und transportieren das und sagen, ja, hier siehst du den Alien. das ist so was von Däniken gemacht hat. Erich von Däniken, der auf jeden Fall seine Verdienste hatte, gerade in der Zeit halt, weil der hat in den 60ern, ging das aber ihm schon los, 60er, 70er Jahre, da war der ganz wichtig, weil der halt überhaupt mal so den Blick geöffnet hat auf alte Artefakte, auf Spuren von diesen Kulturen. Hey, schau mir das mal ganz anders an und hol dir das mal raus aus diesen verstaubten, ja, noch 19. Jahrhundert Lehrbüchern. Das war super von Däniken. Da hat er absolut seinen Verdienst. Da würde ich null bashen. Großartiger Mann. Also wenn ich ihn sehen würde, du hast ihn auch schon kennengelernt, würde ich ihm auch allen Respekt entgegenbringen. Keine Frage. Aber diese Geschichte, dass das dann halt irgendwie extraterrestrische ist, das haut für mich null hin. Ich habe auch selber von Dänikens Bücher gelesen, so zwei oder drei, und war auch zum Teil an den Orten. Und einmal, das war in Mexiko, der in Guatemala, in einem von den Maya-Städten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche. Ich glaube, es war Palenque. Und schau dort auf so ein Relief an. Da war ein großes Relief in so einem Tempel so. Und da sehe ich genau den Ausschnitt, den ich von einem Foto von von Däniken kannte. Eins von den Fotos, die mich am meisten beeindruckt haben. Und das Foto, was bei von Däniken im Buch war, das ist ein Mensch, so ähnlich wie bei dem, was du jetzt gerade gehabt hast, es sieht so aus, ob der so einen Helm auf hat da. Aber wenn du das ganze Foto anschaust, wenn du vor dem Relief stehst, dann siehst du das, was auf dem Foto die Assoziation als moderner Mensch, die wir haben, sozusagen ist ein Helm. Wenn du das ganze Relief siehst, siehst du, das ist das Maul von einer Schlange. Und genauso wie auf dem Bild, wie wir es jetzt gerade hatten, Tom, wo es das Maul von einem Jaguar ist. Da gibt es halt öfter so Dinge. Und dann gibt es aber eine völlig andere Bedeutung. Ich meine, da würdest du nie auf die Idee kommen, sagst du, ja, hier, guck mal, der hat einen Helm auf. Nee, das hat mit Raumfahrt nichts zu tun. Der schlüpft aus einer Schlange oder wird von der Schlange gefressen. Das kann man dann interpretieren, wie man will. Aber es ist eindeutig, das ist der Kopf an der Schlange, das ist kein Helm. Ja, wir interpretieren halt die Dinge falsch. Ja, genau. Genau, weil für den Däniken super war, dass er überhaupt mal den Blick mal öffnet und sagt, hey, komm, wir schauen uns die Dinge mal genauer an. Mal frei Geist, freie Schnauze, weißt du? Ja, aber was gibt für ein Gefühl, was für ein Feeling hast du bei Däniken? Also so, irgendwie, ja, ich frage dich mal. Ja, wie gesagt, hast du ihn mal getroffen oder was? Hast du ihn so live gesehen oder irgendwas? Nee, noch nie. Okay, okay, okay. Also ich habe mir eben in jüngeren Jahren auch zwei, drei von seinen Büchern gelesen und die haben mir geholfen, weil sie eben bei mir genau auch das bewirkt haben wie bei vielen anderen. Das erschärft halt den Blick. Das macht halt einfach mal eine Tür auf. Hey, schau dir das Zeug mal anders an. Schau es dir mal freie Geist, freie Schnauze an, weißt du? Und was er dann aber, wie er das interpretiert hat, da bin ich schon lange weg von. Und er ist halt, es ist sein Lebenswerk und er hat halt im Letzten, erzählt er halt nichts Neues, auch erzählt er heute das, was er früher auch schon gesagt hat. Ja, das ist das. Und ja, bei dieser ganzen Alien-Geschichte, wie gesagt, da sind wir vielleicht schon eine Generation weiter oder so ähnlich. Das ist das. Wenn es jetzt nicht zu anmaßen klingt. Aber ich habe höchsten Respekt vor ihm, weißt du, weil er hat echt einen wichtigen, wichtigen Beitrag geliefert und hat, glaube ich, für ganz viele Leute, also dieses Bewusstsein echt mal einen Schritt weitergebracht. Ja, Fantenigen ist halt Fantenigen. Ich meine, der hat Generationen geprägt und, sag ich einmal, geholfen, sich da irgendwie auch gedanklich weiterzuentwickeln und halt über andere Sachen anders nachzudenken. Ich persönlich, ich meine, möchte ich zu viel. Es soll sich jeder dann das, nächste Woche, gleich am Mittwoch oder so, wenn wir das Video dann raushauen, es wird, ich will da nicht zu viel spoilern, aber ich hatte, so die Vorstellung, wie derjenigen ist, hat, das war dann anders im Gespräch. Also, war irgendwie ganz komisch, irgendwie sehr starr irgendwo, nicht so diese, diese Fantasie oder diese, diese, wie nenne ich es, kindliche Unwissenheit oder dieses kindliche Interfragen, sich weiterentwickeln zu wollen, weißt du, so, deswegen passt es auch zusammen, wie du gemeint hast, ja, er erzählt halt seit vielen Jahren, es kommt halt nichts mehr nach. Ich meine, hallo, er ist 80 oder wie alt ist er, über 82, keine Ahnung, er ist auf jeden Fall schon in einem sehr stattlichen Alter und macht die Touren dennoch, aber irgendwie, er redet auch nichts, mir kommt, feelingsmäßig, er redet auch nichts, was er weiß oder glaubt oder Ding, er hat sich eigentlich nicht sehr, sehr geöffnet oder so gedanklich, weißt du, da hast du richtig so gemerkt, du stellst eine Frage oder redest und dann ist es halt so, auf Knopfdruck wird halt eine, die Sekiel-Geschichte oder keine Ahnung, weißt du, dieses Standard, ohne es jetzt abwertend, nicht falsch verstehen, also ich ziehe meinen Hut und Ritterschlag und für denig und so, aber es ist halt, ich weiß nicht, das war ganz eigen irgendwie. War interessant, Tom, genauso ist auch mein Gefühl, ja genau, der erzählt halt die Geschichte von Ezekiel halt zum tausendsten Mal in seinem Leben oder wahrscheinlich öfter, ich meine, er hat so viele Vorträge gehalten und so und völlig klar, Respekt, weißt du, Respekt, das ist auch so ein Ding, weißt du, in der alternativen Szene, das wird auch viel zu oft, aus meiner Sicht, wird auf solche Leute, werden die dann Schill genannt und Gatekeeper und so, das glaube ich nicht, ich glaube, von Daniken, der hat halt sein Lebenswerk und das verwaltet er in gewisser Hinsicht, das ist auch legitim, ich kritisiere das gar nicht, aber wir sind halt mittlerweile schon ein paar Schritte weiter. Ja, aber ich finde es halt schade. Der ist aber kein Gatekeeper, der die Leute zurückhält, sondern, das ist halt ein bisschen von gestern, und es gibt einige Leute oder einige Typen, bei denen das so ähnlich ist, Leute, die halt schon echt sich irgendwas aufgebaut haben, so eine Grundforschung und dann fällt es halt schwer, irgendwann das dann loszulassen, oh, ich bin schon wieder einen Schritt weiter so, und das, was ich da vor 20, 30 Jahren gesehen habe, das passt halt so nicht mehr. Ja, aber da sind, deswegen finde ich so, deswegen versuche ich halt mit diesen Leuten irgendwie direkt zu sprechen, weil dann, da kannst du halt dann schon ein bisschen abschätzen, kriegst ein eigenes Feeling, weil wenn ich vergleiche, so das Gefühl, zum Beispiel mit dem Dieter Bröers oder eben mit dem Klaus Don oder so, das war auf einer anderen, du spürst die Verbundenheit einfach, diese Herzensschwingung, und du merkst, ich versuche es halt so in diesen Interviews, das ist halt so quasi mein geheimer Plan im Hintergrund, wenn ich diese Personen oder diese Menschen da halt treffe, dass ich quasi versuche, meine Maske runterzunehmen, soweit ich kann und soweit ich es wirklich bewusst runterdrücken kann und versuche halt den anderen auch, Entschuldigung, einzuladen, das gleiche zu tun, und du merkst halt dann, oder ich, wenn man darauf achtet, dann merkt es das ziemlich schnell, welche Menschen halt bereit sind, das zu tun und dann halt offen sprechen oder so, wie sie es sich halt wirklich denken oder fühlen oder so, und man merkt dann immer sehr genau, so, jetzt ist er ausgewichen oder sie, oder, weißt du, was ich meine? Das hast du ja in normalen Interviews nicht, deswegen will ich es ja nicht Interviews nennen, so Frage-Antwort-Spielchen, sondern einfach so, hey, mir ist scheißegal, ob du jetzt Interbröhrs, wer auch immer bist, hallo, ich bin Atom, ich bin da, wer bist du? Und da merkst du halt, manche Leute fallen halt in diese Standards, ich drücke auf den Play-Knopf und das sind wir eben auch in der Politik etc., aber das ist, es geht halt dahinter, mich interessiert beim Fantenigen oder bei diesen Leuten nicht wirklich das, was ihre Geschichten, sondern wer sie sind, also dahinter zu schauen, wer sie sind und wie sie halt diese Welt wahrnehmen, weil sie können mir viel erzählen, er kann, der Klaus Doner kann mir tausende Reliefs und irgendwelche Dinge zeigen, aber wenn ich nicht weiß, wie er denn die Sicht auf diese Sachen hat, das ist das Interessante. Oh ja, Tom, du hast mich gefragt, ob ich das verstehe, wie du das meinst und ja, Tom, ich verstehe das ganz genau, wie du meinst, weil das ist echt, Tom, das ist eine Riesenstärke, die du hast, du bist ein superguter, so, 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 so Interviewer, du kannst, weil, weil das ist, du hast, du hast so ein Mitgefühl, du kannst dich echt in den anderen reinfühlen und, und, und bei dem anderen kommt das anders, da entsteht eine Verbindung und deswegen kommen, wenn, wenn du so Gespräche führst, das ist das nicht das erste Mal, du hast schon echt einige interessante Leute auch hier, hier interviewt oder im Gespräch gehabt, dann, da entsteht was, weil, weil du hast diese Fähigkeit, da mit so einer Kommunikation auch, auch so was aufzumachen und natürlich verstehe ich das Tom, weil ich mache die ganze Zeit schon Talk mit dir, weißt du, ich bekomme das auch mit, dass ich spüre das, ja, das ist eine Riesenstärke von dir, weißt du, und das ist echt ein Talent, das ist eine super Sache und kann ja auch nur sagen, so Tom, mehr davon, mach das Ding weiter, weißt du, und hier Leute ein Gespräch bieten und ihnen dort so eine Atmosphäre kreieren, wo die das gerne hören, also wo die gerne aufmachen auch und da kommen dann Informationen raus und das Ganze ist dokumentiert, das ist super, so gibt es echt wichtigen Leuten auch ein Forum und ja, good stuff, das ist echt eine Fähigkeit von dir. Wow, jetzt bin ich gerade ein bisschen geflasht und muss mich kurz so in mich, ach, schön. Aber schau mal, Tom, was du heute schon wieder irgendwelche Storys da so rausgekitzelt hast aus mir, also, weißt du, ich bin nicht in den Arm gegangen und mir gedacht, das erzähle ich mich heute mal, weißt du, das sind auch Dinge, es ist nicht jeder Moment ideal, sowas zu erzählen, weißt du, es ist nicht so, dass es ein Geheimnis ist oder sowas, weißt du, sonst hätte ich es nicht gesagt, es gibt auch Dinge, die ich nicht erzähle. Ja, ich werde dich auch nicht pushen, das war immer eh geredet, ich werde dich nicht pushen. Ich komme zu nichts in den Versuchen, und so, weißt du, es sind keine Dinge, die Geheimnisse sind, aber solche Storys erzähle ich halt nicht ständig oder ich erzähle sie nur, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt einfach auch, weißt du, und ja, und das ist halt echt auch eine Fähigkeit von dir, was gut es darf. Das ist, ja, danke, ich muss so, das ist so eine Selbstbestätigung, weil das ist halt das, was ich versuche irgendwie zum Verkörpern, einfach diesen, ich höre halt wirklich gerne zu, auch wenn es manchmal, und gerade im ersten Interview mit dem Bröhrer, ich meine, das war so geil, die ersten Kommentare waren einfach nur, lass doch mal den Typ ausreden, also den Bröhrer ausreden, weil ich ihm dauernd ins Wort gefallen bin, weil du musst dir vorstellen, das war so geil, einen Tag zuvor habe ich die Bestätigung erst bekommen, irgendwie so, ja, du kannst, von seiner Frau, die hat mich angerufen, ja, das Interview findet statt, kannst morgen Abend kommen, also, was, morgen Abend, kein Equipment, nichts, ultra Stress, schnell Fragen ausarbeitet, setzt mich hin, schweißgebadet auf seiner Terrasse, er sitzt gechillt da, mit einem Riesenkrug Wasser, ganz in einem State, so, ganz kalm und so weiter, und ich war so aufgeregt, weil ich ihm, das erste Interview mit solchen Leuten, sage ich einmal, und war so aufgeregt, und ich habe so ein Interesse gehabt, so, ich will wissen, was er sieht, so, gib mir alle deine Informationen, was du hast, und habe halt ständig dazwischen abgehakt, und, ob ich ihn eh richtig verstehe, und, und so quasi, dass er mich kennenlernt, und ich habe viel halt von, von meinen Sachen erzählt, im Endeffekt waren, glaube ich, 40 Prozent von dem, von dem, von dem Interview, meine Lebensgeschichte, weil ich mir gedacht habe, das ist die einzige Möglichkeit, dass ich gerade mit diesem Typen rede, entweder er kennt mich, und ich erzähle von mir, und interessiere mich für ihn, oder die Verbindung ist einfach nicht da, weil es dann halt nur ein, ja, es war halt ein Interview, und das für einen Zuhörer von außen, du kannst das natürlich voll missinterpretieren, der ist ja respektlos, der unterbricht, den lassen doch mal ausreden, weil es interessiert mich nur der, deswegen habe ich das YouTube-Video gegoogelt, oder so, und nicht du, oder wer da du bist, das ist halt der feine Unterschied, deswegen, auch weil ich dich immer unterbreche, es ist, das ist keine Respektlosigkeit, wir zwar wissen es eh, aber nur für draußen, weil das oft, es wird falsch wahrgenommen, es ist nicht diese Respektlosigkeit, es ist, ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass ich meinen Partner, oder mit dem, mit dem ich gerade eine Verbindung eingehe, und mich da austausche, das ist ja auch eine energetische Geschichte, und so weiter, auch richtig wahrnehme, oder richtig verstehe, und da keine Fehlbilder mehr existieren, der Frank sagt Spirit dazu, ich sage Leben dazu, sind, wir identifizieren, dasselbe Ding, aber wenn du es, wo nachliest, das ist, sind ganz andere NLP-Welten, oder so, da ist es wichtig, dass ich weiß, ob ich dasselbe Bild, was Frank sagt, oder halt mein Gesprächspartner sagt, und das, das, ja, das war immer schon meine Stärke, und das gibt halt, finde ich, diesen Raum, diesen Raum, einfach da zu sein, diesen Raum, Menschen, oder egal wem, ich habe Situationen gehabt, Frank, ich kann nur sagen, so in der, in der Disco-Wegge-Zeit, und Singles-Zeit, und so weiter, das war meistens so, dass die Mädels alle bei mir gestanden sind, und haben sich ausgeheult, weil ihre Beziehung so schlecht ist, oder sie irgendwie Herzschmerz haben, und singen, die hübschesten Models, Miss Austrias, etc., und die haben sich einfach nur ausgeheult, weil ich halt, in Fachkreisen, als Fachkreis, sie haben mich dann schon verarscht, so wegen der Frauenversteher, der kriegt nie eine ab, aber sogar, sie reden alle mit ihm, der Frauenversteher, aber es war halt wirklich so, weil es mich halt interessiert, weil mich die Lebensgeschichte von denen interessiert, warum bist du traurig, es ist egal, ob ich dich kenne oder nicht, wenn mich jemand auf der Straße anspricht, ich rede genauso mit dem, wie ich es mit dir rede, oder mit dem anderen, und ich finde, das ist so wichtig, dass man anderen Leuten irgendwie, so diese Komfortzonen gibt, irgendwie diese Ruhe gibt, dass sie durchblasen können, sich öffnen können, weil, durchs Reden kommen und Leute zusammen, und wir haben es das letzte Mal schon gesagt, und ich finde das so wichtig in unserer Zeit, und es hätte einen so riesen Anteil daran, dass wir alle uns helfen, dass wir innerlich uns heilen, und das wäre die Lösung auf alle Kriege, auf alle Missstände, auf alle, weil das ist, es ist halt so eine, es ist einer der größten Wurzeln für mich irgendwie, so sehe es ich halt in meiner Welt. Ja, ich kann dir echt nur voll zustimmen, und dich da auch noch ermuntern, do that, das ist echt ein super Weg, auf dem du da bist, weil, auch selbst das, was manche Leute vielleicht als Unterbrechung sehen, auf einer anderen Ebene, sorgt das für eine, also trägt das zur Kommunikation bei, das ist, wenn du eben mit so Leuten wie dem Breuer sprichst, dann ist es nicht so ein, wie ein Interview, wo man dann demütig da sitzt, und der Meister spricht, sondern es entsteht eben wirklich so ein, wie soll ich das sagen, so eine menschliche Kommunikation, das ist das Entscheidende, und das trägt auch dazu bei, dass eben da vielleicht dann aus ihm andere Infos, oder auch mal andere Storys rauskommen, als was er sonst so sagt, das ist genau das, und das ist ein riesen Talent, und du hast da auch genau das richtige, heute Neudeutsch würde man sagen, Skillset, also so einen richtigen Werkzeugkasten, du hast die richtige Mittel parat, um tatsächlich mit den verschiedensten Leuten, die auch wiederum manchmal vielleicht auch voll in der Agenda festhängen, wie natürlich Leute wie von Däniken, ja klar, der ist 70, oder so weißt du, der ist starr, auf eine gewisse Art und Weise, aber das ist kein Problem, weil du selber jetzt keine Agenda hast, da musst du jetzt nicht in dein Streitgespräch mit dem gehen, sondern du gibst dem die Möglichkeit, halt sein Ding mal vorzubringen, und das ist echt ein wichtiges Talent, eine gute Fähigkeit, so weißt du, und deswegen solltest du echt so etwas weitermachen, also mit Leuten Gesprächen führen, weil du hast das Talent irgendwie, dass die mal Dinge raushauen, und wer weiß, du bist immer noch jung, Tom, ich meine, wer weiß, wohin das führt, weißt du, vorhin haben wir so geredet, wir treffen auch mal vielleicht mal Leute aus High Places, wenn du mal so jemanden triffst, vielleicht bist du der Dinge, der es schafft, dann wirklich, dann Gespräche aufzubauen, wo der halt auch irgendwie sein Herz mal aufmacht, das ist ein Gedankensturm gerade, warte kurz, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, sagen wir es du, ich sage es einfach jetzt, wir haben schon einmal darüber geredet, dass ich so eine Art Sendung machen möchte, erinnerst du dich, haben wir da jemals drüber gesprochen eigentlich, das mit den Call-Ins und diesen Geschichten? Ja, ich weiß ja, haben wir darüber gesprochen, so eine Art für die Hörer, die wissen, so eine Art Domian. Nein, ich habe ein Domian, nur vielleicht auch ein anderes, das sage ich mit Respekt so. Ich weiß es noch, ich weiß es noch immer nicht ganz genau, wie es funktioniert und wie ich es machen soll, vielleicht hast du eine Idee oder vielleicht habt ihr da draußen eine Idee, weil ich glaube, ich habe irgendwie aufgehört, noch eins zurück, noch eins zurück, ich habe aufgehört, irgendwie Dinge komplett fertig durchzuplanen, so Projekte oder so, ich versuche irgendwie so, anhand von Input, an Feedback von außen irgendwie, durch Zuhörer oder durch dich oder Meinung und so weiter, das Ding aus sich heraus entstehen zu lassen, einfach weil es dann aus dem so entstanden ist, so wie unser Format. Das ist so ein ähnliches Prinzip. Und ich würde gern mit Menschen in eine Sendung einladen, nur weiß ich nicht, ich kann ihnen ja nicht sagen, ja, ruft es an und erzählt es mal eurer psychischen Probleme oder was euch halt am Herzen liegt. Es ist auch so die Angst, was passiert, wenn irgendwelche Trolle anrufen, Trolle, scheiß auf dieses Wort, aber wenn Leute halt meinen, sie müssten halt ihr schwaches Ego da jetzt reflektieren und halt so, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll. Soll ich eine Themensendung machen, wo Leute anrufen? Am liebsten wäre es mal, dass ich, ja, erzählt es mir eure Probleme, ich versuche euch zu helfen. Genau das ist es im Endeffekt. Aber so, und dann so, oh, der Tom aus der Truth-Szene beginnt jetzt mit so einem Format. Er ist ja komplett bekloppt. Aber das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt, wenigstens. Ein, 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 ein Live-Call-In. Also nicht nur live wie Live-Format, sondern Leben, Leben-Call-In, weißt du? Zu allen Lebens-Stories, so, Call-In, ne? Du bringst mich da auf eine neue Idee. Danke, Frank. Auf jeden Fall, auf jeden Fall faszinierend, Tom, ich, ey, er macht es und, ja, er mag auch dann Anrufe geben, die halt dann irgendwie das nicht ernst bringen oder so. Keine Ahnung, ich meine, die, die Großen, sowas wie Domian und ich, ich habe, ey, ich habe riesen Respekt vor Domian, weißt du? Ich meine, was habe ich letztens gehört? Das ist, glaube ich, insgesamt der meistgehörteste Radiomann in der deutschen Radiogeschichte. Ich meine, ich selber als Radiomacher, ey, Respekt, weißt du? Ich meine, der hat schon echt was drauf gehabt, so, gar keine Frage. Auch der ist der richtige Mann für sowas. Aber ich meine, aber da ist dann eine Redaktion, weißt du, da, wenn du anrufst, dann kommt erst mal so ein, sprichst du erst mal mit den Mitarbeitern von ihm und die checken dann schon ab, ist das jetzt hier, äh, äh, ein Anruf, der irgendwas bringt, der Sendung, also wo was Interessantes kommt oder ist das nur irgendwie ein Wichtigtuer oder Troll oder was auch immer so, Aber das weiß ich nicht, ob du dir das so, ob du das so ein Stuff dann hinter dir hast. Habe ich schon, habe ich schon. Das ist auch schon in Organisation. Wir haben die Kira, die das übernimmt, mit Intimi. Also wir werden es eigentlich mal zwei, zwei Menschen haben, die dann die Anrufe durchstellen. Die Idee ist auch halt mit verschiedenen Nummern aus Deutschland, Österreich, Schweiz und mit Skype und so. Technisch ist es schon in Vorbereitung. und ich bin urgespannt halt, wie das passiert, weil du gibst mir wieder die Bestätigung, dass ich das machen soll. Es ist halt für mich die Urhöhe gerade, weil es kann da urviel Zunder passieren. Ja, und ich, ja, genau so ist es. Ey, do it, weißt du. Ey, frag mich nie nach Details, da wirst du schon den richtigen Weg finden und halt wie immer, man startet halt mal was und dann sieht man, wo es klappt und was noch nicht so gut klappt und verbessert es halt. Aber an sich macht das Ding, weißt du. Das ist echt. Aber weißt du, Tom, ganz ehrlich, wo wir schon dabei sind, ich glaube, es geht bei dir auch nicht nur darum, also das ist eine super Sache jetzt als nächster Schritt, aber wie gesagt, das Leben ist noch lang und wer weiß, wenn du dich erinnerst, wir haben halt drüber gesprochen, was wäre, wenn wir mal auf so eine Rotschild-Villa eingeladen wären, weißt du noch? Ich glaube, du wärst echt, vielleicht kommt das sowas mal bei dir, weißt du? Und dann ist es auch, dann ist es auch wichtig, Tom, dass du dann eben genau auch in dir selbst ruhst und stark bist und dann sozusagen als einer von uns, einer vom Volk dort mit, du bist dann vielleicht der Richtige, der sowas machen kann, mit dem dann versuchen, eine Kommunikation aufzunehmen und mal sehen, was da dann kommt. Also ey, das kann auch dein Ding noch sein. Ich glaube oder ich weiß für mich, dass ich die Fähigkeit habe. Ich erzähle dir eine Story, ich werde nicht den Namen nennen, man wird es eh wissen. Aber ich war eben auf einer, bin über Umwege zu einer, zu einer, ich überlege noch gerade, ob ich es sagen soll, weil wenn die das dann hören, dann wäre diese, sag ich mal, diese Möglichkeit weg oder nicht Möglichkeit, diese Verbindung weg oder so, aber egal. Ich war halt eingeladen bei einem Essen und da war halt ein großer, ja, er war halt Vorsitzender einer Partei aus Österreich und habe ich dort kennengelernt und einfach so freie Schnauze einfach so direkt angesprochen und wir haben halt gequatscht und gequatscht und wenig über Politik, so spirituelle Sachen auch und über Schwitzhütten haben wir geredet und alles Mögliche und ich sag dann zu ihm, du musst dir vorstellen, es war eine große Wohnung, wir haben dort Lachs geessen und haben dort sehr, schon sehr viel Gläser Rotwein gehabt noch dazu damals und da waren es circa 15 Leute und es waren auch andere Leute aus der Politik dort von dieser Fraktion eben in ganz enge, ganz, ganz engen Kreisen, es waren so circa acht oder zehn Personen und der Tisch war halt sehr groß und wie es halt so ist, überall entstehen solche Gesprächsblasen, es ist sehr laut alles dort und dort, dass die Ecke vom Tisch gequatscht war und dort und dort und dort und ich schau ihn dann an und sag, darf ich dir eine Frage stellen und er schaut mich an ganz verstutzt, ja sicher, sag ich, nein, ich würde dir wirklich gerne eine ernst gemeinte Frage stellen, so quasi zu abchecken und dass er eh nicht sauer ist, nein, nein, mach ruhig und ich sag, schau, wenn ich so jetzt mit dir rede, angesichts angesichts, wenn ich dir in die Augen schau, spüre ich, dass du da ein super Mensch bist, spüre ich es und wir reden und ich spüre es einfach, wenn ich dich aber im Fernsehen sehe und die Kamera geht an, ist dein, hast du diese Maske auf, das ist deines Charakters, wie du dich in der Politik nennst und ab dem Moment höre ich nur mehr in meinem Unterbewusstsein, bla 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 bla, ich verstehe nichts mehr, es ist nur dieser Standard, dieser, dieser Politiker Play Knopf. Warum bist du nicht so authentisch, wie du es jetzt zu mir bist? und genau wo ich den Satz beende, das war wirklich für mich ein magischer Moment, das war ganz strange wie ich den Satz ausspreche merke ich auf einmal, dass alles um mich herum verstummt ist und alle so quasi rüberschauen mit einem Blick so wow, das war so eine heiße Frage, da ging es so quasi was passiert jetzt und er schaut mich an und sagt hat lang nachgedacht, so richtig so und sagt, weißt, da darf ich mal was notieren und hat seinen Notizbuch aufgeschrieben und sagt, ich glaube ich weiß was du meinst, du hast recht und nachher sind dann noch Leute zu mir gekommen das hat sich dann verteilt in der Wohnung und so weiter und ich bin dann aufs Klo gegangen und treffe eben vor jemanden und der kommt zu mir und sagt, weißt ich habe seit 8 Jahren versucht, ihm das irgendwie so beizubringen und du schaffst es in einem Abend und was nicht heißt, dass er wirklich sich daran noch erinnert oder das nach wie vor versucht so umzusetzen aber wir hatten dann noch eine zufällige zweite Begegnung, wo er mich so Politiker kommt rein, Menschen traube und alle wollen in den Arsch kriechen so circa und er sieht mich, kommt direkt zu mir hin und sagt hast du das Sommergespräch angeschaut? also das war ein politisches Interview bei uns im ORF und ich grinse ihn an und sage, yes und er sagt, und, wie war ich? sag ich ja, was soll ich da sagen? du hast am Anfang warst gut und dann so Mitte, Hälfte der Interview hat man wieder gemerkt von deiner Rhetorik, deiner Gestik und Mimik dass du halt wieder in diese Kickrolle verfällst so weg von dem Volk, weg von dem von der Menschlichkeit, sondern nur das zu spielen, was halt jetzt am besten ankommt um unterbewusste Leute zu triggern so circa und ja, das ist halt die Story es gibt das, was halt hauptsächlich und ich habe auch nach wie vor nicht Kontakt ist übertrieben, aber ich einen Facebook-Kontakt, wo man hinschreiben kann und ich habe ihm gesagt, hey, komm wir setzen uns hin und machen ein Interview, du und ich und bis jetzt war die Resonanz so, ja können wir machen, müssen uns mal zusammensetzen und so weiter und das wäre halt so mein Traum mit einem Politiker sich hinsetzen und dann einfach so retten wie wir zwei und die Kammerin, das ist ungeschnitten und weil du kannst ich stelle den Behauptung in den Raum ich glaube, dass niemand dass wenn ich ein Video mache von einem Politiker, egal wem wenn du ein Video von zwei Menschen machst und eine Person zieht die Hosen runter beziehungsweise hat die Maske unten du merkst das, der Zuseher merkt es wer es nicht hat und wann es nicht hat und du genau so setzen wir alle Politiker hin, den Trump, den Putin und so weiter und wir quatschen uns einfach aus Livestream alle, ich setze alle an den Tisch Kimi und um, diese ganzen Hinses, wir setzen uns hin und dann quatschen wir einfach mal Livestream und die ganze Welt schaut zu einfach einmal offen reden so was, ihr habt da Karriere, was wollt ihr in Karriere, warum, aha, okay das wäre alles so easy aber diese Games, die sie glauben spielen zu müssen und auf die wir uns geeinigt haben das ist so ja, auf zu neuen Ufern langsam also wirklich, wirklich eine starke Vision weil das Ding ist jetzt mal jenseits von Trump und Kim und wie sie alle heißen dahinter ist ja nochmal eine Ebene höher wo die Macht wirklich sitzt und das Ding ist halt diese Machtstrukturen, die sind immer im Geheimen die sind immer im Privaten die sind eben nicht öffentlich und die treffen sich eben in Logen oder wie auch immer, aber eben nicht öffentlich Bilderberg und so weiter das ist so dieser alte, dieser alte venezianische Geist natürlich, natürlich weil das ist dieses Spiel von Maske und Geheim und sowas in Venedig immer, weißt du immer Geheimsitzungen und Gucken alles immer zu verbergen während wir eben das Gegenteil davon so als in die Waagschale werfen halt dieses Offenmachen und das ist auch die Idee, die hinter dem Wirken steht weil was würde es denn für einen Sinn machen, Tom für dich jemanden wirklich von diesen Mächtigen mit dem zu sprechen du willst es ja eben nicht geheim machen du willst es ja öffentlich machen du willst es dokumentieren du bist, dass es deine Kamera ist dass die Leute es hören dass es wirklich offen ist sie sollen einfach ehrlich zu sich selbst sein und nicht irgendwie es ist ja genauso wie wenn ich mit jemandem in Interaktion trete das heißt mit dir oder mit irgendjemandem anderen entweder ich sage das was in mir residiert was ich mir denke was ich fühle oder ich mache es nicht setze deine Maske auf nur in dem Moment ist die Kommunikation nicht mehr glasklar sondern ist gefiltert und verformt und du belügst nicht nur jetzt ich könnte jetzt irgendwas sagen dass ich so sehe in der Endeffekt sehe ich so und ich würde dich belügen von der einen Betrachtungsweise aber ich belüge mich selbst weil ich mich selbst von einer was in mir ruht und was nach außen ist das ist genau das was du in sag ich mal in einem sehr kritischen Moment voll in dich ins Herz gehst und den das ins Gesicht sagst aber nicht weil du ihn provozieren willst oder angreifen willst sondern weil du ihm ein Gefühl von Sicherheit gibst oder weil du ihm halt zeigst so hey alles gut so ne ja ganz genau ganz genau und das ist halt weißt du das ist auch nicht jedermanns Sache so ja das musst du auch können ja das muss man das ist eben auch sowas alter Lichtkrieger du weißt du wichtig ist das Entscheidende aus meiner Sicht ist halt ich sag's immer wieder aber das ist eben so wichtig die höchsten Machtstrukturen wir sind mit denen immer noch verbunden es sind immer noch Menschen es sind keine Götter es sind keine außerirdischen weil weißt du wenn es so wäre wenn es so wäre und wenn ich das wirklich so ich hab jetzt kein Dogma oder so wenn es so wäre und ich würde es als die Wahrheit erkennen und mich auch okay dann könnte ich auch akzeptieren na gut weißt du dann macht das Ganze keinen Sinn was ich hier mache dann kann ich auch echt den Ochsenmodus schalten und den Rest meiner Jahre halt so schauen dass ich halt so leicht wie möglich durchkomme und dann ist kein Sinn in Aufklärung dann ist kein Sinn an die Liebe an Fortschritt und so weiter zu denken aber dadurch dass wir mit diesen Machtstrukturen verbunden sind ist eine Chance zur Heilung da wir sind mit denen immer noch verbunden es sind immer noch Menschen die sind immer noch sie sind noch nicht über Menschen sie hätten das gerne sie wären gerne über Menschen und deswegen kommt diese ganze Transhumanismus Geschichte rein weil sie wollen diesen Bruch diesen Breakaway vollziehen so dass es irgendwann echt andere Wesen sind als wir aber noch ist es nicht so noch sind sie nicht vergöttert oder illuminiert oder wie auch immer sie sich nennen weißt du das ist noch nicht passiert das sind immer noch Menschen die genauso die gleichen menschlichen Dramen leben wie wir vom Volk wir sind immer noch verbunden miteinander und das allein hat das Potenzial zur Heilung weil wir noch verbunden sind können wir es auch wieder heilen wir können wir können da glaube ich wirklich dran und nennt mich da naiv oder so aber das ist ey das ist echt was was ich in meinem Herzen sehe so wie bei dir wir können immer noch heilen wir können die wieder zurück in den Kreis bekommen diese mächtigen diese weil das sind natürlich auch keine Weicheier das sind starke Leute aber wir können die wieder in den Kreis bekommen in den Kreis des Volkes und dann wieder zusammen sein und das ist Heilung und ich weiß nicht ob es passiert aber aber das ist ich sehe das Potenzial gerade weil es eben keine Götter sind aber wenn es Götter wären oder oder die irgendwelche Aliens die uns erschaffen haben ja gut okay akzeptiere ich dann bin ich halt echt nur Ochse aber was dann lebe ich nur Ochsenleben dann wäre ich freiwillig Minien aber in mir drin ist ey Aliens wären aber wir die wahren Götter sind so Götter denen eingeredet wurde dass sie vergessen sollen und irgendwann haben diese kleinen Rebellen mal die Oberhand begonnen und dann haben wir das Wissen einfach verloren und eigentlich sind wir ich glaube dass wir mindestens mindestens auf der Ebene sind von das was wir wenn du an Aliens denkst oder irgendwelche so Science Fiction Dinge ich glaube dass wir mindestens darüber mindestens gleich sind wir wissen ja gar nicht dass wir selbst sind also es ist so über was über was wollen wir diskutieren oder was wollen wir bereden oder vergleichen wenn wir noch nicht einmal selbst die Gewissheit haben was wir sind verdammt also weißt du das ist so ich weiß mein inneres Gefühl weiß dass also ich habe nicht dieses dieses Gefühl so dass sie jetzt an mir überlegen sind sie sind mir überlegen wenn ich unbewusst bin weil dann sind sie mir einen Tick voraus dann sind sie genau der Trigger oder der der die Trigger in mir mit meinen Emotionen drückt dieses Wissen einfach darüber hat wie ich funktioniere die kennen mich besser als ich mich selbst kenne aber das Problem ist nicht dass sie die Fähigkeit haben sondern dass ich verlernt habe mich selbst zu erkennen das ist der springende Punkt ja ja das ist warum sie es immer dreht letzten Endes aber genau das ist es weißt du warum sollten wir uns mit irgendwelchen Aliens und Göttern beschäftigen das lenkt uns letztendlich nur von uns selber ab das ist genau das und das ist genau was dahinter steht dieses Ablenken von Energie hier schau die Götter an bete die an diene denen während du solltest lieber dir selber dienen und dadurch und dadurch eben all deinen Mitmenschen dienen so das ist das also diese Perspektive als Mensch wieder haben und nicht irgendwas da oben anbeten das ist auch wo ich glaube dass diese ganze New Age Geschichte halt auch in die falsche Richtung führt auch in eine Falle führt weil sie auch wieder den Menschen halt weglenkt von sich selber so auf irgendwie ein New Age was dann in irgendeiner anderen Dimension stattfindet hey verdammt das diese Dimension hier das ist unsere das ist unsere Heimat das ist unser Paradies die Erde ist nichts Schlechtes weißt du das hier das beste Leben das Sinnliche auch das Schmecken Riechen und all diese Dinge das ist okay das ist gut weißt du und zu glauben dass wir wir müssen weg von dem hin in eine andere Dimension oder so das ist das ist ein Riesenirrtum das ist eine Falle auch und auch da ich hab das ist auch interessant ich hab vorher diese Story erzählt von dieser Frau da in Indien in einem Ashram Selbstbetrug und so auch da ich hab jetzt gerade in den letzten Tagen hab ich sehr interessanten Aufsatz gelesen weiß ich aber finde ich auch auf die Schnelle nicht mehr von einer Frau einer Amerikanerin die ganz lange in diesem New Age Ding drin war und dort auch wirklich eine große Rolle gespielt hat also viele Bücher geschrieben hat die war halt was weiß ich ganz viel also die hat Heilerin gemacht und Reiki Geistheilen Schamanik und Lichtarbeit und so weiter war ganz tief in all diesen Dingen drin sehr viel Channeling auch in diese Sachen und das ist halt auch so cool weil manche Menschen eben nicht starr in ihrem Ding verharren ihr Leben lang sondern manche gehen dann echt auch noch weiter und die ist nachdem der 20 Jahre drin war und auch diese diese ganze Szene vorangebracht hat und der gedient hat fällt dir auf einmal so auf hey vielleicht stimmt das auch alles nicht aber das ist wahre Größe oder das ist wahre Größe sein Weltbild ohne einen Mucks einfach einbrechen zu lassen und zu sagen ja pass ich mach ein neues ganz genau diese Frau hat dann hat dann halt auch gesagt so ey boah die Sachen die ich selber geschrieben hab ich glaub's nicht mehr und die hat genauso argumentiert wie ich jetzt auch argumentiert die hat auch gesagt ey diese ganze New Age Geschichte das ist vielleicht ne Falle das ist ne das lenkt uns weg von Mutter Erde von hier und jetzt weißt du von diesem Menschsein was sind das für ne Dimensionen wo wir hier hinkommen wer ruft uns da wer ist es den wir channeln und der uns da große Weisheiten gibt die uns aber letztens auch wieder oft nur in so ein Hamsterrad bewegen lassen und plötzlich sind 10-20 Jahre deines Lebens rum und das war ich völlig überflüssig so die dich weglenken so ja die deine Energie abziehen oder auf was anderes hinlenken und das ist das finde ich echt richtig stark wie diese Frau das da das da halt echt so eine ehrliche Selbstreflexion hat ich ziehe meinen Hut vor solchen Leuten auch so im privaten Umfeld ich sag das immer wieder weil es wichtig ist so diese Fähigkeit flexibel zu sein und nicht so zu starr auf seinen Ideologien Glaubensmuster oder Betrachtungsweisen Weltbild und egal wie man es jetzt nennt auf diese Sichtweise so zu beharren und dann drum zu kämpfen und zum Streiten und ja nicht sich einen Fehler eingestehen weil ich könnte ja nach außen schwach wirken oder es ist ein Zeichen von Schwäche und so weiter es ist das die größte Gabe und die größte Macht die man hat sein ganzes Weltbild von heute auf morgen wirklich zu verändern oder nicht was heißt positiv negativ unbewertet einfach zu verändern dass du flexibel bist und das ist das wird glaube ich auch immer wichtiger werden weil ich glaube dass der Speed wie diese technologischen Fortschritte jetzt da sag ich mal uns überrennen werden die nächsten fünf Jahren plus dieses Mediale plus dieser dieser Krieg der Gedanken oder des Verstands was da medial mit uns gespielt wird und hab und rechne alles einfach zusammen dass diese Dinge zunehmen werden und dass wir noch so viel dass unsere Weltbilder bis auf die Realität runter so erschüttert werden noch dass es da wichtig ist dass wir schnell über den Berg kommen und schnell uns halt wieder neue Mauern errichten oder halt zusammen uns am besten gar keine Mauern machen aber irgendwie so Frank keine Ahnung ich hab da solche Bilder einfach im Kopf dass das nur so funktionieren kann wenn ich mal das durchdenke ich hab das übrigens jetzt gerade nochmal nochmal gefunden weil jetzt wo ich da schon drüber gesprochen hab wollte ich dann auch Ross und Reiter nennen sozusagen und hab mal einen Link reingestellt hier auch in den Radio Emergency Live Chat das kommt von der Seite die heißt wir sind 1.org ist ein Artikel der schon von 2015 und der trägt den Titel könnte die fünfte Dimension und die neue Erde eine Falle sein außerdem Wes Penry über Oneness und das sind im Grunde genommen zwei Artikel die aus dem Englischen kommen der eine eben von einer gewissen Michelle Walling das ist die von der ich erzählt hab die in Amerika echt sehr also einen guten Namen dort hat in dieser Szene und die jetzt das selber so in Frage stellt und halt spürt in der im Herz auch aufwacht das führt uns vielleicht in die falsche Richtung so zumal auch das ist ja auch so weil wir mittlerweile eben 2017 haben das sind alles Leute die haben waren auch so Maya-Kalendermäßig 2012 kommt das große Ding und jetzt ist halt irgendwie naja jetzt sind wir 2017 und wir erleben halt wir warten immer noch ja genau manche warten immer noch und irgendwann wachst du aber auf und denkst dir hey warte mal wir werden doch immer nur abgelenkt da kommt dann schon wieder das nächste und so weiter und die ist halt echt in so einer ehrlichen Selbstreflexion ziemlich interessant was die schreibt und die andere Frau ist Wes Penry und bei der ist es so ein ähnlicher Artikel wo es auch darum geht dass diese ganzen New Age Geschichten ja auch wiederum Glaubenssysteme sind und die sollte man vielleicht mal mal revisionieren mal nochmal abchecken und auch halt auch da entdeckt man dann dass man da vielleicht in auch wiederum falschen Weltbildern gehalten wird und bei dieser ganzen Geschichte ich habe das auch an anderer Stelle auch schon ein bisschen nachrecherchiert von von wo kommen denn eigentlich diese ganzen New Age Mythen Kennst du Powerweb und so weiter Kennst du die Seiten Kennst du Powerweb und Ashtar Coman und diese Dinge diese Channels Ne Nein Das ist Ne Okay Na woher kommen die dann oder wo was hast du da recherchiert Ne so die Roots von New Age von dem was man New Age nennt zum einen halt zum einen habe ich ja schon viel mich auch beschäftigt so mit 60er Jahren 60er Counter Culture diese ganzen Hippie Kram und so Laurel Canyon und da stößt du eben auch auf diese Sachen so woher viele von den von den Mythenmachern da kommen und noch weiter geht es aber zurück letzten Endes zu der zu den zu den Anthroposophen also so halt ne ne nicht sorry nicht zu den Anthroposophen zu den Theosophen Entschuldigung Whatever Kennt's auf Deutsch zu den Theosophen Theosophische Gesellschaft Madame Blavatsky Annie Besant das sind halt so ähm anglosächsische Okkultisten Also Okkultismos in diese Richtung Naja und von dort kommen diese New Age Mythen und die haben auch eben als erstes dieses dieses Channel Channeling gemacht von denen kommen auch diese Begriffe und da da stelle ich schon eben schwer in Frage wen haben die denn da gechannelt weißt du Die haben ja damals auch noch nicht von Aliens gesprochen oder von Ashtar oder so oder die große Lichtflotte oder wie auch immer Sondern die haben ja die haben ja die haben ja damals noch gesagt sie channeln sie channeln auf aufgestiegene Meister aus Tibet und Shambhala in der Erde und so Ok Naja Madame Blavatsky wie hieß der nochmal verdammt normal kann ich das aus dem Kopf abrufen fällt mir jetzt gar nicht ein wie der der Meister hieß den Madame Blavatsky gehabt hat der aus eben aus Shambhala kommen soll Später hat man es dann umgeschrieben später hat man es dann umgeschrieben das Narrativ eine Generation später oder so mit Crowley kam das dann eher Crowley hat auch noch Crowley hat auch hat auch noch gesagt er spricht mit aufgestiegenen Meistern aber das Bild was er gezeichnet hat war da schon dieses Alien Bild also dieser typische Grey und dann hat man das halt auf einmal war es halt die Aliens die channeln aber die Wurzeln von dem sind dort bei den Theos Ofen zu suchen ich habe eine Zeit lang wie das so 2012 war habe ich diese Powerwebseite Powerweb.org oder so die veröffentlichen und übersetzen immer ins Deutsche solche Channels halt und Asch der Command und immer steht dann so ja Channeling vom aufgestiegenen Meister irgendwie sowas oder was weiß ich von eh von Flotte XY und im Endeffekt ich war so in dieser am Anfang so in der Hoffnung dass das alles stimmt weil es wäre zu schön um wahr zu sein sie lullen dich halt ein oder so von ja und Luft und Liebe und alles super und wir werden kommen wir werden euch befreien und im Endeffekt war ich dann auch bei so einer Veranstaltung so ein Künstlerverein war das damals in St. Pölten und habe ein paar Leute kennengelernt die halt auch diese Sachen lesen und habe halt mit denen mich austauscht und da sagte einer der war schon älter der war um die 60 herum und sagte er ja er ist schon bei dieser Bewegung oder halt bei diesen Dingen seit seit 20 Jahren oder so und habe gesagt ja okay und was haben sie denn vor 20 Jahren gesagt und dann hat sich herauskristallisiert beziehungsweise ist er dann auch draufgekommen dass die eigentlich immer dasselbe reden und naja wirklich und ich habe erst vor vor einem Monat oder so bin ich mal wieder auf die Seite gegangen und schaue so na was gibt es Neues dort und es ist einfach nur so ein psychologisches Ding sie spielen so mit der Hoffnung der Leute dass alle glauben ja es kommt etwas Externes das uns befreien wird und so yeah juhu und das führt aber nur dazu dass du noch unbewusster wirst dich quasi nach hinten lehnst Zeit verrennen lässt und passiv wirst und wartest ja das regeln eh alle anderen und das ist das ist extrem gefährlich auch so so Tranvalo und 2012 Mythos so ja da kommt dieser Shift und da passiert der Aufstieg und so ich war auch einer von von denen damals die ich war ziemlich innerlich ich habe es so nicht gezeigt aber innerlich war ich ziemlich frustriert und so richtig so fuck ist nichts passiert und so und das sind halt genau die Menschen oder eine Gruppe wie du halt Massen irgendwie auch manipulieren kannst mit Hoffnung mit Hoffnung Hoffnung und Angst das sind eigentlich für mich die zwei wichtigsten Grundlagen wenn du halt Leute irgendwie manipulieren willst ich gebe ihnen Hoffnung dass der aufgestiegene Meister zurückkommt und die Aliens zurückkommen und so weiter und die Leute werden einfach passiv werden und sind noch leichter zu kontrollieren und deswegen ich halte von diesen Dingen überhaupt nichts mehr ich halte mir zwar immer noch so die Option offen und ich versuche immer so die andere Welt zu verstehen wo sie glauben zu sein oder was denn gleich passiert wird weil sollte es dann wirklich so passieren dann weiß ich es zumindest und bin darauf vorbereitet aber ich halte von dem nichts weil die Leute werden halt passiv also ab dem Moment wo du auf einen Erlöser von außen wartest sei es ein Politiker ein Außerirdischer oder irgendwas was nicht du selbst mit deinen Gedanken manifestierst und schöpfst und tust einfach es wird nicht passieren sorry nee genau so ist es hier ich schmeiße euch mal noch ein anderes Ding hin und nicht jeder was gerne hören aber ein weiteres Kind was wir eigentlich schon lange lieb gewonnen haben so als Glaubenssystem wo ich mittlerweile ich sage einfach nur aus meiner Intuition aber darüber reden wir heute schon den ganzen Abend so scheinbar Sacred Geometry Heilige Geometrie fühlt sich für mich irgendwie auch nicht mehr so richtig in Ordnung an weißt du warum sag ich die ganz ehrliche ja es ist so ein Gefühl so es ist so ein Gefühl wie das ist letztens auch wieder nur ein Grid auch wieder nur ein Netz aber beschreiben wir mal das Gefühl es ist etwas was was Energie nicht frei fließen lässt so das ist das Ding so fühlt sich das für mich an und es auch eben woher das kommt ist eben auch wo ich wo mein Verdacht halt immer größer weil diese ganzen gechannelten Dinger schau ich glaube nicht dass Channeln fake ist ich weiß dass es geht ist auch keine Frage so aber wenn du und ich wenn du dich so lange mit der auch mit der Dunkelheit beschäftigst so dann dann stellst du halt fest eine von ihren von ihren den Mustern die immer wieder kommen ist halt dieses Tarnung in Masken False Flag weißt du so läuft das Spiel das ist das venizianische Spiel das ist wie der Karneval du weißt nicht wer da ist das ist immer Intrigen immer hinten rum das ist kein offenes Spiel verstehst du und und genau das wenn du das verstehst wenn du das jetzt anwendest auf die Quellen von diesen Channelings wer channelt die spielen mit Masken die spielen nicht offen die erzählen ja nicht wer sie wirklich sind sie erzählen ja auch nicht warum sie es wirklich machen welche Agenda dahinter steht und auch mittlerweile eben sowas wie die die heilige heilige Geometrie Blume des Lebens und so und ich weiß viele Leute finden das stark von unseren Hörern auch und dann und so weiter und alles zu seiner Zeit zu einer gewissen Zeit ist es vielleicht auch interessant aber ganz ehrlich da wo ich jetzt stehe von meinem Weg aus wo ich das jetzt sehe sag ich oh das wäre doch nicht das gilt es auch loszulassen auch das auch das ist eher ein ein Bannen von Energie als ein ein Free Flow weißt du ganz ehrlich also hau ich mal so raus ich verstehe dich du musst noch mal ins Detail gehen ich habe es noch nicht ganz das heißt was ist es für ein Gefühl das ist was was ist was uns schadet das ist was ist was wir nicht mehr benötigen oder was ist es es ist etwas was unsere Energie nicht frei fließen lässt nicht frei fließen lässt genau es ist ein Grid es ist ein Gitter es ist ein Netz oder es ist etwas was dich fesselt was auch wiederum deine Energie halt in eine Richtung lenkt die nicht deine ist ich kann dir nicht also ich lass mich meinen meinen Film da jetzt noch dazu stückeln ich muss gerade überlegen weil ich denke gerade die ganzen Sachen um so habe ich das noch gar nicht gesehen und es könnte sogar Sinn machen ich habe mir mit Nassim ein Interview geführt und sind drauf gekommen im Gespräch dass das was er sag ich mal die Blume des Lebens die er vermessen kann so quasi dass dieses Grid dass das genau das ist was ich halt in meiner Ayahuasca-Erfahrung gesehen habe und ich habe eben dieses Grid gesehen und ich habe immer schon gewusst also seit dem Moment habe ich da irgendwie realisiert dass also ich sehe mich persönlich so ich glaube ich glaube ja dass halt so die Realität irgendwie funktioniert oder halt diese Mechanismen so quasi du sitzt im Avatar quasi drinnen du bewohnst gerade den Körper und schaust projizierst mit deinen Augen und den dritten Augen das ist so ein Energiestrahl der halt vorne rauskommt projizierst du auf die Innenseite deiner Aura es ist eigentlich eine Bubble in der du drinnen stehst von innen auf die Innenseite die Innenseite kannst du nicht berühren weil sie halt genau außerhalb ist von deiner Handlänge du kannst nicht hingreifen physisch und alles was dahinter ist ist ja nur eine Mutmaßung du kannst dir nicht sagen ist jetzt die Mauer fest oder könnte ich durchgreifen du musst es erst testen und hingreifen und dann bist du dann wieder in Range quasi und da würde dann die Matrix beziehungsweise dieses Feld diese Informationen abspielen ah er berührt jetzt das Softwarecode das und das muss dann rauskommen und so soll sich das für den dann anfühlen und ich habe aber gesehen dass oder in einer Zeremonie konnte ich aus dieser Matrix aus diesem Netz raus oder ich habe gewusst das ist ja schwer zu beschreiben Frank dass wir da innen drinnen sind und wir schauen eigentlich nur das ist so wie das das Höhlengleichnis wir schauen eigentlich nur einem Film zu wirklich Interaktion drinnen ist halt sehr limitiert nur es gibt hinter dem Netz oder was es auch immer ist ob es jetzt positiv ist oder negativ ich habe es bis jetzt immer positiv gesehen aber es gibt da dahinter etwas und da müssen wir raus oder das ist so quasi die Entwicklung dass wir uns halt so entwickeln dass wir dorthin raus können irgendwie so vielleicht ist es wirklich dieses Gitternetz was alle sehen vielleicht ist es nicht einmal was Gutes es ist auf jeden Fall eine Intelligenz dahinter und es ist bei dieser Heiligen Geometrie ist eine Art Code es ist ja wie ein Softwarecode Heiligen Geometrie in irgendwelchen Formen aber du hast ja dann auch so Dinge dabei wie dass eine Frequenz wenn du auf so einer Metallplatte mit so Reiskörn oder so einem Pulver mit so einem Geigebogen dran ziehst kennst du das? dass du dann eine eigene geometrische Form bildest nur durch den Ton ja 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 großartig und das das ist aber wiederum dann wäre das ja auch negativ oder nicht oder gibt es da Unterschiede zwischen der einen Art von Geometrie unter anderem? nein das ist nicht negativ genau so ist es also du kannst halt mit gewissen Frequenzen kannst du gewisse Zustände in der Materie halt kreieren und das ist was das Grid mit uns macht aber es ist eben eben halt jemand anders der den Ton spielt das sind nicht wir es ist nicht unser freier Flow das ist was dahinter steht so hier ich hab das ist echt faszinierend ich hab gestern dann erst mit meiner mit meiner Lady eine Folge aufgenommen hier von Noviso in Leipzig und wir haben ja genau darüber gesprochen nicht jetzt wir haben nicht über die Blume des Lebens und heilige Geometrie gesprochen aber wir haben über den Omphalos gesprochen den was? du weißt ja schon du weißt ja schon das werden die Weißen erstmal nicht wissen sag ich hau ich mal so raus ich dachte ich bin wieder der Einzige nein das ist halt Omphalos mit PH geschrieben Omphalos das ist ein Stein der Nabel der Welt in der griechischen Mythologie und das ist in Delphi und Delphi ist halt echt ein Ort der Verschanti und mich hat das eine besondere Bedeutung deswegen weiß ich halt diese Dinge das muss man nicht wissen aber schaut euch mal diesen Omphalos an also wenn ihr jetzt einfach Omphalos mit PH geschrieben sonst nichts doppelt wenn ihr das als Bilder eintippt dann findet ihr es sofort und was man das ist der Nabel der Welt das ist in Delphi und was da drauf zu sehen ist das ist eben genau dieses Grid es ist ein Grid und das erinnert das erinnert in vielerlei Hinsicht erinnert das sogar an vom Design her erinnert das auch an diese tibetischen Ritualdolche oder diese kleinen diese kleinen Dorsche wenn ihr wisst was ich meine diese kleinen Donnerkeile oder sowas was es da in Tibet gibt wie die im Schamanismus dort eine große Rolle spielen die schauen genauso aus die haben das dasselbe Design das ist ein Grid und ich bin auch weißt du mittlerweile sicher kann man da nicht sein aber für mich fühlt sich das an all diese Grids diese Netze diese Gitter die dienen dafür Energie halt in eine bestimmte Frequenz in eine bestimmte Schwingung zu bringen und da gibt es angenehme Schwingungen und es gibt unangenehme Schwingungen nur das Ding ist wie auf der Erde wir werden in eine Schwingung gehalten und das ist nicht unsere natürliche Schwingung das ist das ist was ich merke und dieses und dieses Grid ist über die Erde gezogen und es besteht auch meiner Meinung nach ein Zusammenhang auch zu den Megalitbauten auf aller Welt die eben gewisse Punkte auch markieren die so Marker sind und dieses Grid mit dem haben wir uns das ist schon ganz alt also wir haben uns ja schon lange arrangiert mit dem aber jetzt Tom also bei mir kommt immer mehr so dieses Ding spreng die Ketten weißt du lass uns das Grid auflösen und dann mal gucken was dann passiert und ich hab da weißt du und diejenigen die dieses Grid machen diese diese Machtmenschen die haben eben genau davor Angst die haben diese Angst boah wenn wir die Energie frei fließen lassen dann kriegen wir Chaos dann kriegen wir das ist dieses weil sie eben dieses falsche Weltbild haben aber ich sag so ich hab das Vertrauen in den Menschen und ich hab das Vertrauen in uns ey wenn die Energie von uns frei fließt Tom ich glaub dann ey wow dann wird's richtig schön auf der Welt und zwar auch für diejenigen die das Grid verwalten auch die können mir sagen komm ey lass mal los weißt du Alter komm zu uns ins Feuer hock dich her weißt du aber was wenn wir noch nicht erwachsen genug sind um unser eigenes Potenzial über selbst anwenden zu können ja das ist natürlich was sie uns sagen sie sagen uns ey ihr seid Kinder ihr seid Minions ihr seid wie der Großinquisitor argumentiert bei Dostoyevsky weißt du wir müssen die Herde zusammenhalten als Kirche weißt du der wirft dem Jesus wirft er vor du bringst dir die Freiheit und so weißt du weil der Einzelne sich da rauslösen kann nix da wir müssen Leute knoten weil die Leute sind alle der Mensch ist eine Bestie und so weiter das ist natürlich wir könnten halt Dinge manifestieren mit unseren Gedanken oder so keine Ahnung wie du das dann halt so weiter siehst aber mach das einmal genau jetzt wer da nicht kriegt naja aber hätten die Leute nicht dieselben Einstellungen auf das Leben untereinander wir schaffen es ja nicht einmal jetzt bei YouTube Kommentaren oder auf irgendwelchen Seiten an einem Strang zu ziehen wie soll das dann erst werden wenn unsere unsere Manifestationskraft oder die Kraft der Gedanken so richtig instant in die Fresse zurückkommt geht das dann überhaupt ich weiß nicht also ich weiß dass sie uns das einreden wollen dass wir nicht zu weit sind nur wenn ich mich teilweise so umschaue also in der U-Bahn dann denke ich mir puh also von wegen wenn es jetzt darum geht bewusst zu sein so wird es schwieriger werden oder? Tom wenn wir den Stecker aus dem Grid ziehen dann 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 es wird sein wie als ob ein Bann von uns abfällt ey das wir werden uns das wird so ein Moment wie so ein Aufwachen du wachst auf du bist auf einmal weg aus der Traumwelt du bist auf einmal wieder im Hier und Jetzt und vielleicht brauchst du ein paar Momente wo du dich mal strecken musst und so bis du so ankommst aber dann schaust du dich um und siehst deinen Nächsten und schaust in die Augen und wow weißt du und ich glaube wirklich und was dann passiert das überlasse ich jedem Einzelnen so von euch in eurer Fantasie aber für mich ist es wirklich ein Aufwachen und wenn wir aufwachen und sind die Augen gesehen und sehen hey wow I'm alive you're alive Schwester Bruder so ey und jetzt dieser Bann wenn von uns abfällt und das ist was ich ganz ehrlich das ist eben was was ich so fühle dieses Grid ist ein Bann das bannt uns das bannt unsere Energie und egal unter welchem Gewand das herkommt ich meine klar das ist schön mit heiliger Geometrie gefällt mir auch und auch es ist auch für mich auch nicht mehr einfach weil ich bin auch ich liebe diese alten Städten ich gehe gern zu diesen Megalit Dingen und ich fordere auch nicht dass wir jetzt da die eine einreißen müssen weil ich glaube die Megalit die markieren nur die zeigen hier ist ein wichtiger Punkt halt so aber das ganze Grid an sich das es bannt uns es ist ein Bann aber wir können diesen Bann brechen und dann da habe ich volles Vertrauen und wie dann die Party wird hey ich glaube es wird eine gute Party und der Rest unseres Lebens wird eine Party sein Celebrate weißt du das ist eine interessante Sichtweise da muss ich mir noch tiefer Gedanken drüber machen ich kann was ich nur gefühlt habe weil ich habe dieses Grid gesehen und ich finde leider jetzt die Fotos nicht auf die Schnelle in meinem Peru Ordner weil ich habe eine Handskizze davon gemacht wie ich das wahrgenommen habe aber so wie es ich verstehe ist dieses Grid was du quasi nicht berühren kannst oder sowas ist das was unsere Realität formt beziehungsweise ist es ist eine Art Mechanismus es ist eigentlich nur ein in sich geschlossener Spiegel oder sowas ein Grid ist halt ein Spiegel also wenn du Gedanken hast oder die Vorstellung einer Realität oder was auch immer dass das Instant zurückkommt und du das auch wahrnimmst als wäre das quasi hier wenn dieses Grid fällt oder wenn du da durchbrichst da ist nichts mehr mit in die Augen schauen Frank da ist diese das was du als das was du kennst Realität beschreibst mir jetzt da was du tust was du siehst was du in Erinnerung hast das ist dann alles anders das ist dann ganz eine andere Geschichte aber weißt du ich meine nicht dass wir dann alle wegbeamen sondern wir werden dann voll Menschen sein das ist wie bei Shakespeare hast du auch so eine schöne Geschichte geschrieben der Meister Schüttelsperr hier die Geschichte vom Midsommernachtstraum dort sind auf so einer Party im Wald alle sind maskiert jeder trägt eine Maske keiner weiß wer der andere ist noch mehr keiner weiß wer er selber ist und die latschen alle in totaler Verwirrung rum weißt du das ist der Ist-Zustand wenn du jetzt die Masken runter nimmst wenn jetzt der Moment kommt der Aufklärung oder das was die Griechen so Katharsis genannt haben die große Heilung wenn die Masken fallen Tom dann wird auf einmal ey boah dann weißt du auf einmal erkennst du wer du bist du erkennst wer die anderen sind und es ist ein es ist ein anderes Zusammensein und wir kommen wieder wir können wieder in diese Phase treten die die Griechen die arkadische Zeit genannt haben die Zeit wo es noch keinen Mond gab das was die Christen vielleicht das Paradies nennen bei den Griechen war das Akkadien ja et in akkadia ego so wenn wir alle in diese arkadische Zeit eintreten wenn ich weiß nicht ob das kommt aber ich meine wenn das Grid wegfällt dann sind wir wieder in dem Zustand wie wir damals waren und dann sind wir in dem Zustand von Unschuld weißt du dann ist es einfach frei dann gibt es keinen Stress mehr so dann können wir machen was halt unser Leben erfüllt so miteinander also das kann ich dir bestätigen hinter diesem Grid ist einfach nur du weißt dass alles riesig ist so groß dass du es nie wir stellen uns unsere Auffassungsgabe unser Verständnis von der räumlichen oder von der zur Verfügung stehenden Information das beschränkt sich bei uns auf Kontinente Länder Planeten vielleicht bis zum Mond zum Mars und dann hört es für uns schon auf mit der Überlegung wie es dort ausschaut und so weiter aber du hast da Zugriff das ist so riesig jetzt kannst du nicht den Wörter fassen es gibt was ich bestätigen kann aus eigener Erfahrung ist dass hinter diesem Netz und das habe ich auch mit Nassim in dem Interview so bequatscht dass hinter diesem Netz so viel mehr ist so viel mehr ist und dass wir eigentlich nur wie das Höhlengleichnis einfach nur auf unsere eigenen Schatten schauen die ganze Zeit und dass das Ziel sein sollte oder sollte ich kann es nur für mich sagen dass ich halt versuche diesen Weg zu finden wie es dort irgendwie auch raus geht und es gibt auch genug es gibt einer meiner Lieblingsbücher davon von diesem Top Team Atlanta der beschreibt auch so eine Situation wo das quasi es irgendwie er sagt es halt irgendwie so energetische es gibt irgendwelche Mechanismen auf irgendeiner anderen Schwingung oder Ebene die uns halt was vorgaukeln die uns vorgaukeln dass das die Realität ist dieses feste Materielle dass das was wir mit den Augen sehen was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen dass das that's it und es ist genau umgekehrt es ist einfach nur diese und er beschreibt auch quasi wie dass das die Illusion ist dass man sich halt entkoppeln soll und versuchen soll in sich zu gehen und halt in diese Tiefen des Universums in sich halt rein zu gehen und nicht halt nach außen was man glaubt zu sehen oder in den Sternen wenn ich in die Sterne schaue oder ich habe in einer das war ein magischer Moment ich weiß nicht warum es ist diese ganze Erfahrung im Büro war nur ein Monat aber es hat mein Leben so geprägt dass ich so ich habe so viele Momente wie du sagst wenn du unterwegs bist oder so das Feeling Frank was du hast diese Verbundenheit mit dir mit allem und du checkst alles was du siehst alles du merkst alles du bist voll in dem Moment in dem Feeling drinnen und es hat auch bei mir aufgehört und das ist ziemlich schnell und das ist total ich blicke auch noch so wehmütig zurück so wenn ich mich erinnere was ich für ein Gefühl habe ein Körpergefühl und ein Lebensgefühl meine eigene Energie das das ist das war unglaublich und ich versuche noch immer da ranzukommen aber es geht irgendwie nicht weil alles irgendwie das ist anders hier in Großstädten und so weiter aber ich weiß gar nicht wo ich jetzt hin wollte ich hole zu sehr aus hier ich sag dir mal ich sag dir oder ich sag euch mal wo ich gerade stehe wo mein Problem ist wo was ich im Moment halt boah nicht wirklich auflösen kann so und vielleicht haben Leute von euch sehnisch und klarer oder sowas dann gebt uns ein Feedback ich sehe das Grid und das Grid manipuliert uns ich bin mittlerweile auch schon ohne dass ich sage so ist es weißt du das ist meine Intuition auch und ich weiß dass man da auch oft auf sehr dünnen Eis aber ganz ehrlich ich habe diesen Gedanken schon eine ganze Weile angefangen hat das mit den mit den Lunar Waves von dem YouTuber Crow777 ich habe schon eine ganze Weile dieses Gefühl der Mond spielt eine große Rolle in diesem Grid der spielt eine ganz große Rolle in der 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 bestimmt den Rhythmus wie wir leben und am entscheidenden eben zu sehen im Menstruationszyklus der Frau Frau weibliches Blut das ist wirklich eine besondere Substanz das ist das ist genau dieses Lebens dieser Lebensblut das ist die Mutter das ist das Irritische und dieser Rhythmus wird bestimmt vom Mond ja Wasserstände oder die ja ja genau bei Wasser bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher aber generell der Mond wirkt also ich meine es gibt das Phänomen Loonies und so weiter und den Mond anbeten und Werewolf was uns vielleicht auch in die richtige Richtung führen würde aber was ich sagen will ist ich habe den Verdacht der Mond spielt dort mit und und ich habe auch dann den Verdacht dass der Mond vielleicht gar nicht echt ist also künstlich ist es geht auf David Icks Theorie zurück und dann und jetzt pass auf und jetzt ist mein Problem jetzt ist mein Problem wo ich gerade stehe so okay ich bin bereit diesen Gedanken so zu sehen hot damn der Mond ist künstlich ich sage nicht dass es so ist weißt du ich bin frei geistfrei schnauze ja und wie geht es weiter aber dann frage ich mich natürlich okay aber wer kann den dann wer kann den da hingebracht haben und ich sage euch ja auch das habe ich ja auch dir immer wieder Tom ich glaube nicht mehr an diese Alien-Geschichte aber dann stellt sich natürlich schon die Frage aber wer 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 sollte denn die Möglichkeit haben ein solches technisches Objekt weil wenn es künstlich ist dann du kannst es künstlich oder technisch nennen weißt du aber wer hat hat die die Möglichkeiten sowas zu machen so und kann es kann es sein dass eine Breakaway Civilization schon schon so weit ist und das schon dann vor ganz langer Zeit weil es gibt eben in diesen alten Mythologien es gibt eben Erinnerungen an eine Zeit vorher die Griechenen in Zarkadien in der Bibel ist halt dieses Paradies aber es ist schon verdammt lang her wer weiß wie lange aber kann es sein dass es zu der Zeit Wesen gab auf dieser Erde es müssen auch nicht zwangsläufig Menschen sein hot damn es können auch irgendwelche anderen Wesen sein aber halt von der Erde die in der Lage sind sowas zu machen das ist mein Problem das bringt irgendwo nicht so recht zusammen weißt du weil da wäre natürlich wenn man sagt der Mond ist künstlich dann wäre man natürlich das wäre eher ein Punkt wo du sagst naja ist das nicht ein klarer Hinweis drauf es muss irgendeine außerirdische Technologie sein na wieso siehst du das auf der 3D Ebene wenn du das so siehst wenn es jemanden gibt der hinter das Netz kommt und die Möglichkeit hat einfach das Netz zu manipulieren sprich die Realität zu manipulieren dann kann da jedes Artefakt kann sich alles auf einmal im Raum manifestieren was auch immer wenn ich weiß das ganze alchemistische Wissen wenn ich weiß wie das System funktioniert wenn ich weiß wie der Code funktioniert dann kann ich auch auf den Code Einfluss nehmen oder sie halt für meine Zwecke verwenden wie zum Beispiel Numerologie oder diese ganzen Dinge wenn ich das Verständnis darüber habe wie es funktioniert schießt mir gerade so ein Bild in den Kopf hier Gott damn ich weiß nicht kennst du Harry Potter hast du da schon mal gelesen oder so die Filme gesehen da gibt es doch diese wie heißen sie die halt den Bösen folgen die Todesser heißen sie und die haben doch zumindest in einer Szene ist es so da wo diese große Quidditch Weltmeisterschaft ist so ein riesen come together von wo sie auf den Besen stehen fliegen und so weiter ja genau da kommen aber die aus aller Welt zusammen so ein riesen Fest und die campen dort alle und dort kommen dann diese Todesser und die projizieren dann halt mit Zauberkraft irgendwie das böse Mal so an den Himmel ich weiß nicht vielleicht trifft mir zu weit ab heute am Sommer nein warum können die da über irgendwas reden weil ich mich ja frage okay wie kann der Mode wie kann man das machen aber vielleicht ist es eben auf so eine Art ja alchemistische Zaubertechnik ist es so abgefahren also sowas irgendwie peng und seitdem ist das Ding da sie haben auf jeden Fall technisch wie wir uns das vorstellen dass irgendwelche Maschinen eine riesen Baustelle haben bis das Ding fertig ist so aller Todesplanet Star Wars nicht so sondern eher so bang und dann ist das Ding auf einmal da und genauso könnte es aber auch dann wieder weggehen naja wir gleich mal den Gedankenweg mal ab mit dem was uns die Wissenschaft am neuesten Stand der Wissenschaft was sie uns zumindest kommunizieren jetzt da ist ja vor kurzem haben sie festgestellt dass der Mond ein Magnetfeld hatte früher das ändert schon mal verdammt viel wenn das stimmt also egal vielleicht stimmen auch beide Sachen irgendwie keine Ahnung auf dem Mond finden sie plötzlich ein Magnetfeld wie gesagt kann stimmen oder auch nicht stimmen ist jetzt egal auf jeden Fall behaupten sie das genauso dass sie immer mehr Wasser auf einmal finden auf dem Mars und im Mars überhaupt warum hast du dir schon mal überlegt warum wir so geil sind auf den Mars zu kommen warum warum gerade der Mars warum nicht irgendwo anders hin was ist da so wichtig dran naja zunächst mal ist halt der der nach halt am nächsten ja mein inneres Radar ich mache es ja auch so wie du so mal ausschweifen in allen möglichen Gedankenwege und Möglichkeiten was da gibt ich glaube wir waren oder eine Zivilisation von uns oder die irgendwie mit uns verbandelt ist die war am Mars und kam dann auf die Erde ich glaube dass wir drauf kommen werden dass dort eine Zivilisation war oder dass dort da war schon mal was wir sind irgendwas ist mit diesem Planet irgendwas war da vorher und dann kam das auf die Erde und in Verbund mit der Erde und der Mond und die Erde ist ja auch nach neuesten angeblichen Erkenntnissen der Wissenschaft durch eine Kollision mit einem riesen Objekt passiert aber gut das sind halt alles Geschichten naja es sind alles Geschichten kann auch nicht sein das ist halt das wissen wir nicht also ich meine kein Mensch weiß wie die Erde entstanden ist das sind halt genau die Dinge wir wissen das nicht wirklich das mit dem Mond ich meine David Icke kennst du die ganzen Thesen von David Icke was den Mond und Saturn und so weiter betrifft ja ja klar also der der sagt ja zumindest auch was da eine gemeinsame Linie ist er sagt ja auch das ist so die Control Station also von dort wird halt die Kontrolle ausgeübt und das ist ja letztens nichts anderes was ich auch sage also dort wird der Beat bestimmt der Rhythmus bestimmt die Frequenz bestimmt und dann gibt es halt diese tellurischen Strömungen Laylines diese Erdkräfte die werden eben durch dieses Grid ausgehend vom Mond werden die halt in ein gewisses Muster gepresst das ist wie so ein Fluss der fließt halt nicht frei wie sein Weg ist sondern der wird kanalisiert da werden Staumauern gebaut und so Zeug das ist was halt passiert und David Icke sagt bringt es halt in Verbindung natürlich dann mit dem Saturn mit dem Alien Reptilian Narrativ was man auch machen kann klar das ist ja was ich auch sage da wird es einem natürlich leicht fallen so zu argumentieren weil ich meine so eine große Struktur wie der Mond aber vielleicht ist es eben gar nicht so groß und wer weiß ja welche Natur das ist das ist ja genau das ich glaube wir können auf jeden Fall festhalten dass der Mond extrem viel Einfluss auf die Realität an sich hat weil die Frauen reagieren halt drauf Wasserstand da wolltest du noch irgendwas zu sagen und auch das Wachstum der Pflanzen ich meine bei Neumond wachsen Pflanzen ganz anders wie bei Vollmond oder so er hat auf jeden Fall einen so extremen Einfluss wie wir es glaube ich noch gar nicht wirklich verstehen in welche Richtung das auch jetzt geht es muss nicht immer die dunkle Seite sein aber grundsätzlich wir verstehen es einfach noch nicht keineswegs oder die Gezeiten ja Top, wollen wir noch mal eine Pause machen? es ist ja Wahnsinn ich fühle es schon ich fühle es schon wieder Fließ lass mich dir nur eins sagen bevor wir in die Pause gehen weil ich es da schon lange offen habe das war eben das Bild was ich einen oder am selben Abend dann noch nach der Zeremonie da gezeichnet habe um das irgendwie irgendwie zu skizzieren siehst du es? ach ja genau genau und das Krasse war ich habe eben es war so ein Split Screen wie auf einer Playstation wenn du zusammen auf der Playstation auf einem Fernseher spielst so unten alles ganz normal dunkel der Mond hat reingeschienen es war glaube ich sogar auch Vollmond und ich habe einen Realitätscut gehabt das heißt ich habe die obere von meinem Sichtfeld der obere Teil da quer war quasi dieses Gitter und diese Matrix und unten war alles normal das heißt ich habe in beide Ebenen schauen können und dieses Gitter das war ganz fein das war ein hellgrünes gelbliches goldenes so in diese Richtung und diese Menschen ich kann nicht besser zeichnen aber die liegen halt auf ihren Plätzen auf der anderen Seite ich habe durch alles durchgesehen ich habe ihre Silhouetten wahrgenommen und die Bäume und so weiter und dieses Gitter war darüber gelegt so wie im Film Matrix so ähnlich und das kommuniziert halt alles miteinander und das Krasse war halt dass der Übergang oder die Schutzschicht oder was es auch immer ist das war genauso wie ich es da aufgezeichnet habe ich weiß nicht warum ich habe das einfach aus dem Bauch raus gezeichnet das waren die Striche mit den Punkten und diesem Zickzack und ich habe mir dann eine Fahne gekauft bei dem Shipibo Schamanen ich weiß nicht ob ich es da gleich danach einblend genau schau mal das ist die Handwerkskunst der Shipibo Schamanen dort die wir sticken das alles mit der Hand und ich habe den Schamanen dann gefragt das ist das Grid und ich habe mit dem Schamanen gesprochen und ich habe ihm gesagt zum Maestro ich habe es übersetzen lassen weil ich habe leider kein Spanisch Kont er kann es nicht und sagt will wissen was es bedeutet weil ich es gesehen habe und ich sage ihm ja ich habe das gesehen und ich zeige ihm ich gehe mit dem Buch zu mir hin und sage Maestro Maestro so zeige ihm das er schaut sich das an er schaut mich an fangt ur zum Grinsen an bis hinter beide Ohren ist ur happy umarmt mich und gratuliert mir und ich habe ihn gefragt was das ist und sagt er halt ja das ist halt quasi das ist die Anaconda das symbolisiert uns oder mich halt in dem Fall und dann ist dieser Übergang und er ist genau so wie in meinen Zeichnungen mit drei Linien und diesem Zickzack und dann sieht man dieses Grid und er hat gesagt dieses Grid sind für ihn Lyrics er liest einen Text er singt er sieht das in seinen Visionen er sieht dieses Grid oder die verschiedenen Arten vom Grid diese Muster diese Patterns wenn du drüber schaust weil eigentlich sind es zwei Layer du hast dieses grüne Grid im Hintergrund das ist dieses Standard dieses Blume des Lebens das was ich gesehen habe aber darüber hast du diese Symbolik dieses Grid oder diese Dinge und das sind die solche Grid sieht er in den Menschen wenn er sie anschaut mit Mutter Ayahuasca eben und singt das danach und er kann es in Frequenzen verpacken und in irgendwelchen Tönen und genau in dem Moment wo er das zu dir singt was er in dir sieht triggert es in dir das dritte Auge und du hast halt deinen Film am Laufen so läuft das sehr cool sehr cool hast du die Klamotte noch die hängt hinter mir sie ist mal heilig ich habe viele er hat dann zu mir gesagt ich soll die zu den Zeremonien mitnehmen und mich da quasi drauflegen oder so als Decke verwenden auch und das war echt krass also ich habe auch Teile von diesen Patterns gesehen wenn du dir generell so Shipibo Stuff anschaust und dann gehen wir in die Pause nach dem das ist halt die Kunst der Shipibo ist der älteste Stamm die haben eben in Peru Shipibo Art und die haben auch eine eigene Sprache und genau siehst du das die machen alle eigentlich ist es immer dasselbe du hast im Hintergrund ein Grid diese Verschnörkselung also ganz hinten das Netz das hast du immer und dann hast du solche Symboliken und teilweise ich habe auch eine komplexere Fahne so ein Ding was sie sehen oder was das bedeutet ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt dass sie mir erklären was es ist aber das hat alles eine Bedeutung weil ich habe ein Video wo ich ihn frage und er singt es mir ab irgendwie so das ist total krass ja aber das ist halt Shipibo und du musst da einen Jahr was hat er seine Ausbildung war ein Jahr alleine im Dschungel überleben nur mit Mutter Ayahuasca jeden Tag Mutter Ayahuasca trinken ganz alleine im Dschungel für ein Jahr und die Pflanze lehrt ihm dann sein ganzes spirituelles Wissen und dann kommt er zurück das kann ich dann schon das kann ich schon ordentlich schicken so eine Kuh einfach nur krass einfach nur krass schon alleine die Vorstellung ein Jahr alleine im Dschungel zu sein so fangst du mal an ja ja krass und dann noch permanent mit mit Ayahuasca wo du halt voll auf dich allein du kannst nicht wegrennen da bist du nur mehr du da hilft ja keiner da hilft ja kein Schamane kein Ding also das ist alleine das und er sagt halt ja du die Pflanze lehrt halt dann sein Wissen in seinen Visionen bekommt er alles bekommt alles von denen naja gut lass uns eine kleine Pause machen schmeißen wir uns in die Pause und danach knüpfen wir euch dann dem Ding an dem Knüpfer am Grid an dann knüpfen wir ans Grid oder wir disconnecten uns mal kurz vom Grid gut dann wie lang gehen wir in die Pause hast du einen Track 10 Minuten 5 Minuten ja so irgendwo genau so dazwischen wir sind spätestens in 10 Minuten wieder da bis später und dann über kann ich nach bis zu Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 My feelings for you were strong from the start ... 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 Und jetzt, weißt du, ich kann mich erinnern, ich kann mich noch erinnern, da war ich ein Kind, 1977, da war ich sieben Jahre alt, da war der deutsche Herbst, das war so der knallige Höhepunkt von Barna Beinhoff, RAF in den 70ern. Und da war die Entführung von Schleyer und dann war die Entführung von palästinensischen Terroristen, Mogadischu, Lufthansa-Maschine und so weiter, das war der Wahnsinn. Und ich kann mich erinnern, selbst als Kind, mich hat sowas nicht interessiert, Tagesschau oder so, aber selbst als Kind habe ich das mitbekommen, diese Spannung, die in dem Land lag, weißt du, mit dem Terror und überall war Polizei und Fahndungsbilder und so weiter und die Erwachsenen haben darüber gesprochen und so weiter. Und da habe ich sozusagen echt gespürt, selbst als Kind nimmst du das auf, welchen Impact es hat, also wie die Psy-OP oder was solche sehe ich durchaus eben im Terror, also welchen Effekt es hat auf die Psyche der Menschen so. Und heutzutage, vielleicht ist es ja sogar schon so, Tom, dieses Abgestumpfte, diese Überinformation und diese, dass man alle schon so gesehen hat, diese Übervisualisierung auch, also dass du als Mensch irgendwie im Unterbewusstsein gar nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt Film, was ist Krimi, was ist Action-Thriller und was ist Tagesschau. Das sind dieselben, wir haben Bilder, Feuerbälle und so weiter, vielleicht diese absolute Überreizung so, weißt du, vielleicht, man denkt sich immer, ich habe das so lange kritisiert und tue es auch immer noch, ja, aber jetzt nur mal, vielleicht ist es in dem Fall sogar schon so, dass uns dieses Abgestumpfte davor, davor sogar, oder das Volk davor sogar behütet, vor dieser Psy-OP, weil die Psy-OP einfach nicht mehr wirkt, weil das Volk schon so abgestumpft ist, dass ihre eigenen Psy-OPs nicht mehr wirken. Die machen diese Terror-Dinger, inwieweit der Terror echt ist und gefaked, das ist ein Thema noch für sich, aber mir geht es jetzt hier nur darum, die Wirkung, die davon kommt, die kommt gar nicht mehr an bei den Menschen. Ich kann es dir nur... Das sieht keinen, weißt du, wenn man in Barcelona ist, ja, okay, dass wir was passiert, aber dann ist dann doch das Thema Neymar irgendwie interessanter, weißt du. Ich kann nur, wenn ich das in mir selbst reflektiere, wie ich das irgendwie jetzt wahrnehme, oder so von mir, ich kann nur von mir sprechen, weil es war auch so, und das war schon seit längerer Zeit so, dass irgendetwas Krasses passiert, so in Europa, und alle, wow, wie ganz aufgeschreckt, und oh mein Gott, wie tragisch, und so. Das ist immer cool, also cool, wenn ich mit meiner Mutter dann spreche, weil die schaut halt RTL und so weiter, und immer wenn ich zu Besuch komme, dann kriege ich so mit, und ich frage, und was ist los, und sie erzählt mir ganz aufgebracht, was denn so los ist in der Welt, und dann weiß ich immer so, das programmierte Welt, die Welt aus dem Fernseher, was ist da gerade so, wird da gebracht. Und für mich ist es ein, es ist mir nicht egal, es ist mir, es hat die gleiche Gültigkeit. Ich habe aufgehört, bei gerade diesen Attacken, mich reinzugraben in den Details, wo ich teilweise Dinge geglaubt habe zu sehen, die dann dort gar nicht doch sind, weil plötzlich sieht man überall nur symbolisch, und es sind überall, und ich gebe da ein Beispiel, nein, wurscht, ja, ein Beispiel, da war so ein Anschlag, ich glaube England war es, das ist ja witzig, man weiß gar nicht mehr, welches Land es jetzt genau wo war, wo es diese Helikopter waren, diese Helikopter mit der Freimaurer-Symbolik drauf und so, und oh mein Gott, die Freimaurer hat direkt involviert. Das Ding ist halt, in England, und ich habe das dann nachrecherchiert, aber das ist halt auch, interessiert mich, im Endeffekt war es halt, die Freimaurerei dort in England hat der Rettung dort zwei oder drei Hubschrauber gekauft, oder gesponsert. Lobbyismus pur. So ein Krankenhaus war das halt, ja. Ja genau, Lobbyismus pur, kann man sagen, was man will, keine Frage, Freimaurer ja auch, aber de facto war es einfach nur ein Geschenk, und die sind halt mit dem Ding geflogen, also oh mein Gott, Illuminaten, da habt ihr es. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ganz egal, aber ich für mich bin draufgekommen, ich verstricke mich zu sehr in Detailfragen, die irrelevant sind für die ein bisschen größeren Fragen, weil ich bin auch draufgekommen, mit diesen Tom's Updates, ich habe da jetzt begonnen, wirklich jetzt in den letzten sechs, acht Wochen, keine Ahnung, in den letzten Wochen einfach jeden Sonntag so diese Newsflash zu machen. Ich sammle auf der Homepage die News, kopiere die dort rein, die werden von der Christina eingetragen und setze mich hin, und so 250 Newsartikel, die in der Woche passiert sind, wo ich mir mein Weltbild so forme, dass ich immer weiß, so circa wo was abgeht, oberflächlich, weil im Detail will ich es nicht, und dann gehe ich auf diese Videos halt ein. Und ich komme drauf, dass es so ein Kraftaufwand ist, sich in diesen Detailsachen auszukennen, die im Endeffekt komplett irrelevant sind, weil eine Woche später kommt dann ein bisschen was dazu. Es verformt sich so, dieses Bild, aber wir versteifen uns so in diese Detailfragen. Fakt ist, es ist, was passiert, und nur um diese Kurve zu kriegen, stumpfen wir ab oder nicht? Ich für mich, ich stumpfe nicht ab. Ich bin mir nur bewusst, warum diese Dinge passieren und was der Hauptauslöser ist, beziehungsweise was es mit dem Menschen anstellt, und dessen bin ich mir bewusst, und ich lasse mich auf meine Emotionen nicht mehr triggern, und ich vergeude nicht so viel Zeit darin. Das hat sich geändert, weil ich versuche halt diese Energie, ich habe irgendwen was Produktiveres zu machen, als irgendwie so News vorlesen. Und ich bin auch drauf gekommen, Frank, ich bin drauf gekommen, dass sie eigentlich mein Leben diktieren. Weil ich mache Sendungen einmal die Woche und präsentiere halt ein paar wichtige News, nur im Endeffekt reagiere ich nur auf das, was sie schreiben. Mehr ist es nicht. Und so ist es ja bei uns allen auch. Es ist ein Anschlag, die hypen wieder ein Thema und zack, alle nur in die Themen. Und alle gehen online, machen Livestreams, weil da war wieder ein Anschlag. Und das bringt halt gute Views, weil halt alle in der Schockstarre sind. Und das stimmt was nicht, das stimmt was nicht. Das kann es nicht sein, das muss in eine andere Richtung gehen, weil selbst die Truth-Hour-Szenen sind so, die reagieren ja nur mehr. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie präventiv oder dass irgendwie was entsteht. Es ist ja nur so ein, wir reden über den Trash, oder? Ja, es ist, wie gesagt, als ich so bei den Kollegen in Leipzig war, habe ich halt auch gefragt, mach dir was drüber. Und die, hey, boah, nee. Was kannst du denn da erzählen? Du kannst nichts Neues erzählen. Es ist echt im Westen nichts Neues. Es hat kein Informationsgeld, was uns weiterbringt. Wir haben über all die Dinge schon so oft gesprochen. Wir haben Analysen gemacht, auch woher das kommt, was dahinter steht und so weiter. Und man kann einfach nichts Neues sagen. Gleichzeitig ist es aber auch so traurig, dass es halt diese Dinge halt passieren. Also diese Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Aber es ist... Wir denken halt nicht lösungsorientiert. Weil ich weiß ja, wie du sagst. Ich meine, wir sind ja sozusagen auch alternative Medien und wollen ja auch, das ist ja auch, was wir wollen. Wir sind ja nicht irgendwo abgehoben. Sondern wir wollen über die Dinge sprechen, die uns angehen, die halt passieren, die das Volk auch bewegen. Aber ich habe immer keinen Bock mehr über dieses Thema so viel zu reden. Weil ich kann nur alles immer wieder sagen. Es wiederholt sich immer wieder. Und das ist... Es endet bei einem Selbst. Immer wieder. Egal, wie du es drehst und wendest. Im Endeffekt, was tut die Person... Ich komme wieder. Oh, Person, Mensch. Was tut halt das Individuum dann? Oder das Ding, was das alles wahrnimmt. Und was machst du mit der Information? Dann weiß ich, ich hatte aber einen Anschlag. Und es schaut da aus, dass das und das die Verbindung ist. Und jetzt... Was ist jetzt? Was mache ich damit? Was tust du mit der Information? Dich darüber ärgern? Die Welt scheiße sehen? Dich allein fühlen? Hilflos fühlen? Das ist eben genau das, was sie ja wollen. Und ich verstärke es. Oder viele verstärken es da draußen in dieser... In der Truth-Szene oder in diesen Szenen. Links, rechts, keine Ahnung. Im Endeffekt entsteht eben nur dieses Angst-Ding und kein... Es ist nur problemorientiert. Wir fokussieren uns nur, ah, da ist ein Problem. Und wer kann das Problem besser beschreiben? Und weiter. Was ist jetzt die Lösung? Was machen jetzt das? Wir haben 503 Leute am Livestream. In einer Stunde oder eigentlich in 10 Minuten ist die Sendung aus. Was macht sie morgen dann so? Also Frage da draußen. Was hilft euch das? Warum hört ihr dazu? Was nehmt ihr euch mit für euer Leben? Wie könnt ihr euer Umfeld verbessern? Wie könnt ihr euch verbessern? Wie tragt ihr das Licht noch höher? Wir sind halt nur Trigger-Friend. Es ist halt wirklich mit diesem Terror-Thema, es ist schon auch die Hilflosigkeit. Wir sehen die Dinge, wir haben uns damit beschäftigt. Ich verstehe, ich weiß, welche Leute da dahinter stehen. Jetzt nicht im einzelnen Namen, aber ich weiß, welche Strukturen dahinter stehen. Und trotzdem, du weißt es, du kannst darüber reden. Ich hab das gemacht. Ich spreche öffentlich diesen Kram an. Es ist wie in diesem Song von New Model Army, 51st State of America. Und da sagt er irgendwann so oder singt, you can say what you like, but it doesn't change anything. Because the corridors of power, they are narrow. Also genauso ist es, du kannst sagen, was du willst. Ja, klar, ich meine, wir können es sagen, wir sprechen es an, aber es ändert nichts. Weißt du, das Ding läuft einfach so weiter. Und die Korridore der Macht, die sind halt eng. Also da kommt keiner hin. Und das ist, was halt bei diesem Terror-Thema, und ansonsten sehe ich ja mein Leben jetzt gar nicht so, ich sage ja, wir haben viele Möglichkeiten. Aber bei diesem Terror-Thema und dieser Entwicklung, die da im Moment läuft, wir sehen, es geht in die völlig falsche Richtung. Es ist nicht richtig, was hier passiert. Aber wir können es irgendwie nicht aufhalten. Und das ist schon diese Hilflosigkeit auch, dass ich in mir selber merke, ich habe keinen Bock mehr darauf. Aber gleichzeitig, wir können es ja nicht ausblenden, weil, ja, nichts ausblenden. Aber wir könnten es verhindern. Wir könnten es vielleicht nicht verhindern, aber wir könnten unsere, die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, könnten wir bewusste Entscheidungen treffen. So bewusst zum Beispiel, ich meine, es ist vielleicht nicht die Zuhörer, aber die anderen, die sich halt noch emotional von den ganzen Dingen leiten lassen und so weiter, bewusst zu sein eben, so nein, meine Gefühle triggert sich ja nicht. Aber doch hinsehen, und das ist wieder so eine Grundsatzdiskussion, so von wegen Friede, Freude, Eierkuchen, Roserot, Riebrille auf, New Age bewegen und so weiter, das ist es dann auch wieder nicht. Weil das wollen sie auch wegschauen und quasi das verneinen. Das hast du auch sehr schön beschrieben ja vorhin, von wegen mit dieser einen Tante da, die sich da gehen hat lassen, sage ich jetzt einmal. Da schließt sich wieder der Kreis. Aber ich denke mir halt, was denke ich mir, was fühle ich, es ist, ich sehe diese Räder, ich sehe die Mechanismen in den Bevölkerungsschichten, ich sehe und empfinde, was die Leute da draußen fühlen, wie sie sich bewegen, wie sie mental, so diese Stimmung kippt in eine gewisse Richtung und ich sehe die Ausläufe von dem und was da alles resultieren wird. Und ich sehe auch, dass der ganze Staatsapparat und die Industrie, und speziell der Staatsapparat und ganz speziell auch in Österreich mit Staatsschutzvertrag und so, dass sie gegen den Joe Kreisler-Freeman-Bewegung ein eigenes Gesetz gemacht haben, als staatsfeindliche Bewegung und solchen Dingen. Das zeigt einfach und mit der totalen Überwachung und es ist ja nicht so, sogar der Präsident des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, warnt vor dem Paket, warnt davor diese Gesetzesänderungen, weil die die Grundrechte und so angreift. Wenn nicht der ein Feedback gibt und auf das man hören sollte, wer dann? Und es geht in diese Richtung und es geht immer schneller und sie rechtfertigen jedes Gesetz. Unser Sobotka nimmt diesen Anschlag in Barcelona her und sagt, wir müssen jetzt noch schneller dieses Gesetz durchwinken. Und sie versuchen es vor den Wahlen, weil jetzt Wahlen sind. Sie versuchen das so schnell wie möglich durchzuhauen. Und die Leute sind so damit beschäftigt, das irgendwie aufzuarbeiten oder eben wegzuschauen, dass sie nicht einmal sehen, was da im Hintergrund gerade passiert. Und ich treffe mich, klopf auf Holz, wir haben schon telefoniert, wieder miteinander von dieser Epicenter Works, von dem Verein, die sich halt sehr stark engagieren und ein sehr breites Netzwerk haben, so eine Wirtschaftskammer und so, die alle gegen diese Gesetze sind und wir werden dort auch ein Interview führen. Und weil da sind irrsinnig geile Typen dort und dass das halt, dass ich irgendwie so Awareness schaffe von wegen, hey, da habe ich Spezialisten, da ist der Gesetzestext, die alle beschweren sich drüber und warum sie sich beschweren und dieses Video dann rauspushen. Und weißt du, was das Problem ist? Keiner hat die Zeit, sich 20 Minuten anzusehen. Weil es gibt halt wichtigere Dinge oder du glaubst halt, dass es wichtigere Dinge gibt. Und das, es liegt halt immer an den Menschen selbst, wir könnten das alles sofort morgen, es könnte morgen vorbei sein, der ganze Krieg weltweit, weltweit, wenn wir uns schaffen würden, uns einigen zu können oder zumindest irgendwie uns so gegenseitig akzeptieren zu können, ohne dass wir uns gegenseitig mental die Weltbilder einhauen. Das ist, das ist der Root von allen Übels. Und es wird immer schlimmer werden, weil durch diese Flutung Flüchtlinge, diese sozialen Spannungen, die entstehen, die eine logische Schlussfolgerung daraus sind, das wird so viel schlimmer machen, warte mal, bis die beginnen, so längere Zeit keine Arbeit zu haben, irgendwo nicht mehr unterkommen, dann Straftaten begehen, noch aggressiver werden, das Volk aggressiver wird, dann kommt noch irgendwo ein gestageter Anschlag, der Hass wird, das wird, das ist eine, die haben sich Grundsteine gelegt, dass es sehr chaotisch werden wird. Und dann kommt noch gar nicht Trump in Nordkorea dazu und Syrien und diese ganzen Dinge. Also das ist ein sehr komplexes Weltbild und es wird, ich kann euch garantieren, dass dieses, dass es innerlich, es wird innerlich, ihr werdet jetzt diesen Druck auf der Brust spüren und er wird sehr, der wird so, er wird uns halb in den Wahnsinn treiben. Er wird uns wirklich in den Wahnsinn treiben. Und das ist genau der Moment, wo ich sage, die einzige Lösung, die es da gibt, ist durchzuatmen und so auf sich, auf sein Gefühl, so richtig in sich zu ruhen. Und genau so diese Szene habe ich jetzt im Kopf, im Bild, die Szene habe ich im Bild, wie du mit diesen Herren da gesprochen hast. Ich kann mir das Bild dich vorstellen, dieser Moment, wo du ihm das halt richtig so sagst, das ist so ein, da ist Silence rundherum, das ist so ein, in die Richtung. Wir müssen das Grid abschalten, Tom. Das Grid abschalten, ja, ich weiß noch nicht. Das könnte sein, das könnte wirklich sein, du hast, ich habe das noch nie so betrachtet. Ich muss mir das noch ein bisschen in mich gehen. Und wer weiß, der Schlüssel dazu liegt vielleicht in der Oak Island. Aber vielleicht, merkt, Oak Island, da reden wir gleich drüber, dieses, wie erklärst du dann jetzt angenommenen, es gibt ja Leute, die behaupten, die Pyramiden und so weiter waren früh aktiv und haben ein Grid gespannt um die Erde, was jetzt nicht mehr aktiv ist. Oder ist es noch, weil die Pyramide Giese ist zerstört, auch die ganzen anderen Pyramiden, Boss und so weiter verschüttet, und sage ich mal, nicht funktionsfähig. Ist das Grid nicht aktiv oder ist das Grid, was du beschreibst, das uns quasi jetzt, ich nenne es jetzt einmal manipuliert, aktiv und wir sollten schauen, dass wir die alte Technologie oder halt die, die schon sehr lange da war, zu reaktivieren irgendwie, wie könnte es sein? Ja, sehr gute Fragen, Tom. Sehr gute Fragen, weiß ich auch nicht. Das Grid ist aktiv, aber wie weit es dann eben mit den alten prähistorischen Megalit-Kulturen ist oder eben auch Pyramiden, ob die noch aktiv sind, ob sie also immer noch physisch braucht oder ob die nicht mehr aktiv sind, ich glaube eher Letzteres. Weil dann wäre ja, dann wäre ja Tom, dann wäre es dann, wenn man konsequent weiterdenken würde, müsste man ja diese Pyramiden einhacken, zusammenhacken. Ja, das will ja die ISIS. Ja, genau, dann werden wir sozusagen machen, Brüder, von den freaking ISIS oder sowas. Da müssen wir ja genau das auch machen. Und ich meine, hey, ganz ehrlich, also den Schritt gehe ich nicht mit. Da bin ich nicht dabei. Aber also, weil ich mag auch diese prähistorischen Städten und so weiter und also ich werde definitiv nicht dazu aufrufen, jetzt die niederzumachen. Weil aus meiner Sicht sind es halt Marker, aber andererseits, ich meine, gerade so Pyramiden und so, ich will das auch nicht ausschließen, dass die immer noch auch eine gewisse Funktion haben. In Bosnien können sie das ja messen. Zum Beispiel. Ja, genau, ich meine, solche Dinge werden immer noch gemessen, genau. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen, so, aber, ja, aber es ist ein Grid am Aktiv, auf jeden Fall. Das ist auch was, was man eben messen kann, also, oder Radiästheten und so weiter. Das Grid ist da, ja. Ich kann mir halt nicht erklären, wie es ist, also, mein Bauchgefühl, ich habe irgendwie so einen gedanklichen Space, so meinen Safe-Spot, wo ich alle möglichen Weltbilder irgendwie mir anschauen kann, ohne dass da irgendwie, so, wo ich halt so solche virtuellen Welten erschaffe, so quasi. Und ich habe irgendwie, wo ich auch so Feedback teilweise bekomme und halt irgendeine Szene finde, die zum Beispiel ist, ich habe so dieses tiefe, innere Gewissheit, dass diese, das ist alte Wissen, in Form von Pyramiden, alle Messages, wenn du das zusammen nimmst, dass wir diese Dinge verstehen werden bald, weil die Erkenntnis, es schaut dann so aus, dass irgendjemand zufällig mal was ausgebuddelt hat, aber der buddelt das genau in dem Moment aus, wo es ausgebuddelt werden soll, weil das genau zu dem Zeitpunkt wichtig ist für unsere Spezies, sozusagen. Ich glaube, dass dieses alte Wissen wir benötigen, damit, dass wir das benötigen, dass die das alle schon vorbereitet haben und dass es kein Zufall ist, dass wir diese alten Dinge finden und auch, dass wir vielleicht diese Pyramiden wieder aktiv nehmen, weil ich bin auch in Kontakt mit Valery Uwarov, der hat ja ein Projekt da in Sibirien oder bei Russland dort, wo er Pyramiden nachbaut und die können auch Effekte messen, dass diese Pyramidenstruktur, die Leute, die dort wohnen und die haben dort eine Uni mit ein paar hunderttausend Studenten, dass die signifikante, sag ich einmal, mehr Energie haben oder nicht intelligenter kannst du es jetzt nicht nennen, aber sie können halt dort einen Effekt messen oder sehen das an den Leuten, die dort halt um diese Pyramiden herum leben, weil das irgendwie eine energetische, da passiert irgendwas und bei uns sind ja die Dinge nicht mehr aktiv, die ganzen Pyramiden sind beschädigt, wurden beschädigt, warum? Warum ist die bosnische Pyramide oder warum sind diese Gänge und ich war drinnen, warum sind diese Gänge verschüttet mit der Hand worden? Warum? 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 Warum ist es nicht zerstört worden, einfach so den ganzen Berg, weil wenn ich das Ding bauen kann, kann ich den ganzen Berg auch puffen und der Berg ist einfach weg. Dann hatten sie wahrscheinlich nicht die Macht oder die, die versuchen, dieses Wissen zu unterdrücken, haben nicht die Macht, das Ganze irgendwie, sag ich mal, aus der Realität zu verschwinden zu lassen oder so, nein, sie schütten es halt zu. Wir wissen zwar nicht, wie sie es technisch zugeschüttet haben, weil das ist eigentlich unerklärlich, aber sie haben es, sie sind uns halt ein bisschen voraus, keine Ahnung wie, aber warum? Da ist viel mehr auch mit der Sphinx und die Pyramiden, wozu sind sie da? Zehntausend Jahre und es gibt, ich habe mit dem Samus Managic gesprochen, es gibt in China, es gibt tausende Pyramiden, die noch gar nicht erforscht sind, aber sie wissen, dass sie da sind, weil sie es gesehen haben, weil sie nicht die Kapazitäten haben, weil wir nicht einmal so viele Wissenschaftler haben, dass sie dort hingehen und das ausbudeln und untersuchen, es dauert ja Jahre und kostet alles viel Geld. Wir wissen, wir wissen noch gar nichts. Wir wissen nicht, auf welchen Säulen wir uns befinden, auf welchen, wo wir da eigentlich sind, wem das gehört, wer vor uns war. Ja, genau so sieht es aus. Viele Fragen, viele weitere Fragen, Tom, die wir heute auch nicht mehr beantworten können, den wir aber weiter nachspüren, aber ich glaube, für heute sind wir durch. Ja, am Livestream sind wir durch soweit, das ist eins nach zwölf. Okay, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, wir hatten letzten Freitag einen Community Talk in unserem Discord Kanal. Ihr findet das Ganze, wenn ihr geht es auf community.whonows.me Das ist der direkte Link zu unserem Discord Kanal. Vielleicht kann es einer vom Team in den YouTube Chat oder RA Chat reinhauen. Das ist so eine Art TeamSpeak Voice Kanal, wo wir halt so Feedbackrunden machen oder ich möchte gerne beginnen, da auch vielleicht jeden Freitag so eine Feedbackrunde zu machen. Frank, bist du jetzt noch dabei? 20 Minuten oder so? Ja, ich werde da, wenn wir fertig sind, vielleicht mal nach einer kleinen Pause werde ich dann mal reinschauen. Muss man auch noch den Link geben. Ja, gebe ich da. Also wir werden schauen, dass wir jetzt in 10 Minuten dann in unserem Discord uns treffen. Da können wir kurz quatschen. Bitte keine, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit und so viel Kraft, dass wir jetzt Themen durchdiskutieren und die Ansichten jetzt erteilen. Bitte habt das Verständnis. vier Stunden lang jetzt getalkt. Aber wir hängen dort auf jeden Fall des Öfteren rum. Joints einfach, es bilden sich da interessanterweise komplett neue Verknüpfungen. Ich habe neue Leute kennengelernt und die auch da mithelfen und ihre Ideen geben und es ist ein Versuch irgendwie Gleichgesinnte so zu bündeln und irgendwie so einen Strang zu ziehen. Tom, hast du jetzt in deinem letzten Satz irgendwas von Joints gesagt? Weißt du, warum? Hast du verstanden irgendwie? Was ist los heute mit dir, Frank? Habe ich das wirklich gesagt? Glaube ich nicht. Habe ich das? Joints, nein, 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 Joints, Joints, also beitreten oder halt reinkommen. Achso, Joinen, Englisch. Ich habe mal, ja, alles klar, nee, es ist kurz nach zwölf, Tom, ich muss noch mal nachfragen. Ihr könnt es auch ruhig... Ich weiß nicht, was für ein Lounge das ist. Ich muss mich auch anfragen, bevor ich da reingehe in so eine Lounge. Ist das irgendeine Art so virtuelle Drogenhölle oder sowas? Es ist das zu dem, was du machen möchtest. Das schaue ich mal rein. Alles klar. Gut ist. Ich meine, das war's. Folge sieben ist vorbei. Wie gesagt, nächste Folge acht wäre dann übernächste Woche am, was haben wir gesagt? Am 6. September auf Radio Emergency, also radio-emergency.de habt ihr auf jeden Fall eine Sendung vom Radio Emergency-Team mit Frank, also als Backup sozusagen und hört rein, unterstützt Radio Emergency. Ich sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke an euch. Heute war der Chat, wenn ich so durchlese, echt harmonischer als sonst. Was ist passiert? Freut mich sehr. Freut mich sehr. Gut, Frankie. Dann bis später. Sehr cool. Ich mache noch ein kleines Poison hier. Ich spiele noch einen Song hier auf Radio Emergency und dann plaudern wir danach. Und wir klinken uns aus und wir sehen uns dann gleich im Discord. Bis später. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Dreigeist, Freischnauze. Freigeist, Freischnauze. Mit Tom Hounos und Frank Stoner. Jetzt geht's los. Freischnauze. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.